im siebten himmel mit einem vampir ins deutsche übertragen von ralf sander gelesen von christiane prolog warme sommerluft strich über tanja's haut als sie in die nacht hinaustrat zwar war es kühler als zuvor an diesem tag aber immer noch heiß im vergleich zum coffeeshop mit seiner klimaanlage sie atmete die feuchte luft ein als sie losging und ihren blick über den so gut wie leeren parkplatz schweifen ließ ihr fiel sofort der van auf der jetzt neben ihrem schweren truck stand als sie nach der langen fahrt angehalten hatte um eine pause einzulegen war niemand außer ihr dort gewesen zudem war sie bis vor ein paar minuten der einzige gast im lokal gewesen bis der fahrer des vans hereingekommen war er war der grund weshalb sie jetzt schon wieder aufbrach der mann war groß schlank und dunkelhaarig aber etwas an seinem blassen gesicht und an diesem gierigen blick den er ihr zuwarf brachte sie zu der überzeugung dass ihre pause schon lange genug gedauert hatte sie hatte die fahrerseite ihres trucks fast erreicht da hörte sie hinter sich schritte auf dem knirschenden kies als tanja sich argwöhnisch umdrehte erkannte sie in ihrem verfolger den mann aus dem coffeeshop die dunklen haare und seine düstere kleidung verschmolzen zwar mit der nacht doch sein blasses gesicht und die silbernen augen waren nicht zu übersehen ich wollte ihnen etwas in meinem van zeigen erklärte er während er näher kam spöttisch verzog sie die lippen ganz sicher hatte er etwas das er ihr zeigen wollte männer kaum fand einer von ihnen heraus dass sie truckerin war schien er prompt zu glauben das sei nur ein anderer ausdruck für schlampe ich will ihre stimme versagte ihr den dienst und der rest des satzes dass sie nichts davon sehen wolle schien sich irgendwie aus ihrem kopf zu verflüchtigen keine angst es wird ihnen gefallen sein tonfall war besänftigend fast ein singsang und tanja fühlte wie sie ruhiger wurde und das schrillen der alarmglocken in ihrem kopf sich in ein leises fernes läuten verwandelte es wird mir gefallen wiederholte sie flüsternd oh ja ganz bestimmt bekräftigte er und bedeutete ihr näher zu treten während er die hecktüren seines vans öffnete sie musste feststellen dass sie völlig selbstverständlich in den wagen einstieg dann sah sie zu wie er die türen schloss und sie von der welt um sie herum abschottete als er sich ihr zuwandte schien das silber in seinen augen in flammen zu stehen schien förmlich blasen zu werfen während er nach ihren schultern griff und sie zu sich heranzog ihr blick wanderte zu seinem mund den er in diesem moment öffnete und sie entdeckte die reißzähne die augenblicklich zum vorschein kamen als er den kopf vorbeugte konnte sie den blick nicht von diesen zähnen abwenden und sie folgte ihnen mit den augen bis sein gesicht so dicht an ihrem hals war dass sie sie nicht länger sehen konnte sie nahm einen stich wahr als sich die zähne durch ihre haut boten und dann wurde sie von einer woge der lust durchflutet die jedes andere gefühl hinweg riss ich habe doch gesagt es wird dir gefallen hörte tanja ihn sagen obwohl es nicht ihre ohren waren die diese worte wahrnahmen ja oh ja stöhnte sie voller ekstase und hob die arme um sich an seinen schultern festzuklammern während er ihr den lebenssaft aussaugte tut mir leid dass wir so spät losgefahren sind samantha willon wandte den blick vom sternen übersäten himmel ab und sah überrascht ihre jüngere schwester an sie hatten es sich auf dem hölzernen landungssteg vor dem cottage der familie bequem gemacht um die abendluft und die wunderschöne aussicht zu genießen zumindest hatten sie das getan bis joe auf die idee gekommen war sich zu entschuldigen als samantha deren betrübte miene bemerkte legte sie ihrerseits die stirn in falten beugte sich vor und stieß die junge frau liebevoll mit der schulter an dabei scherzte sie das ist doch richtig so deinetwegen haben wir den berufsverkehr verpasst konnten nicht im schneckentempo fahren und waren viel zu schnell am ziel alles in allem war das zur abwechslung mal eine schrecklich angenehme fahrt und du solltest dich wirklich schämen dass du uns das zugemutet hast grinsend schüttelte joe den kopf außerdem ist es schon nach zwei und wir haben gerade erst den wagen ausgeladen und das cottage muss auch erst noch auslüften bevor wir uns schlafen legen können sie hob herausfordernd die augenbrauen durch meinen blöden job wird es für uns alle eine kurze nacht sam zog die nase kraus es war sommer die sonne hatte den ganzen tag auf das cottage niedergebrannt in dem es dank geschlossener fenster und türen so heiß war wie in einem backofen auch wenn der abend kühlere luft mit sich gebracht hatte stand die hitze in dem kleinen bestens isolierten haus immer noch so wie bei ihrer ankunft bevor sie das gepäck aus dem wagen holten hatten sie erst einmal alle fenster weit aufgerissen sie hätten ja auch die deckenventilatoren eingeschaltet doch dadurch ein unwetter am nachmittag der strom ausgefallen war mussten sie abwarten dass die nachtluft allmählich die heiße luft vertrieb das konnte allerdings noch eine weile dauern und meinte sam unbeschwert wir haben ausgepackt die betten sind gemacht und keiner von uns muss früh aufstehen wir machen urlaub wir können so lang schlafen wie wir wollen und bis dahin entspannen wir uns hier auf dem steg und genießen die aussicht also hör auf dir irgendwelche vorwürfe zu machen außerdem fügte sie ernst hinzu ist dein job nicht blöd ja klar gab joe lachend zurück du bist anwältin alex ist köchin in ihrem eigenen gourmet restaurant und ich ich arbeite in einer bar also bitte du bist jetzt managerin der nachtschicht hielt sam entschieden dagegen und hör auf dich mit uns zu vergleichen alex und ich sind sehr stolz darauf dass du diese beförderung bekommen hast und vergiss nicht dass du dir damit dein studium finanzierst in meinen augen ist so ein job alles andere als blöd joe beruhigte sich wieder und brachte sogar ein flüchtiges lächeln zustande vermutlich hast du recht du kannst vermuten so viel du willst aber ich weiß dass es so ist beteuerte sam und stieß sie erneut an dann verfielen sie wieder in schweigen sahen beide hinauf zum himmel und erfreuten sich an der mit sternen gesprengelten schwärze dass sie nur zwei autostunden von toronto entfernt waren war kaum zu fassen wirkte dieser himmel doch als würde er eine ganz andere welt überspannen der anblick hatte etwas ehrfurcht gebietendes an sich warum haben wir nicht unsere schlafsäcke mitgebracht seufzte joe leise dann hätten wir unter freiem himmel schlafen können hier auf dem steg sam lachte unglaublich auf gar keinen fall früher oder später würden wir alle drei im see landen oder wenn wir aufwachen haben sich die streifenhörnchen an uns gekuschelt und über uns kreisen die möwen und lassen ab und zu was fallen igitt amüsiert gab joe ihr einen stoß und schüttelte dabei den kopf du bist so eine pessimistin ich schwöre dir ich habe noch nie einen menschen kennengelernt der alles so schlecht reden kann wie du ich rede nichts schlecht widersprach sie ich sehe die dinge nur realistisch von wegen für dich ist dein glas immer halb leer ganz ehrlich du hast an allem irgendwas auszusetzen mit anderen worten sie verhält sich ganz ihrem naturell als anwältin entsprechend sam und joe setzten sich auf und sahen in richtung ufer woher die amüsierte stimme ertönt war da nur schämen in der dunkelheit zu erkennen waren griff joe nach der taschenlampe und schaltete sie ein der lichtstrahl zuckte kurz hin und her und erfasste dann die älteste der drei schwestern alex kam soeben die schräge zum steg herunter blende mich nicht bat sie und hielt sich eine hand vor die augen joe richtete den lichtkegel auf den boden damit alex den rest des weges gefahrlos zurücklegen konnte danke sagte die und kam zu ihnen auf den steg war mir ein vergnügen gab joe zurück und drehte sich um sodass der lichtstrahl für einen moment sams gesicht traf ehe sie die lampe ausschaltete sam sah sekundenlang nur tanzende flecken vor augen und musste ein paar mal zwinkern um die störenden flecken loszuwerden doch gleich darauf schaltete joe die lampe wieder ein und leuchtete ihr erneut ins gesicht hey rief sam und schirmte ihre augen vor dem grellen licht ab hör schon auf damit sorry aber ich dachte ich hätte was gesehen ich hab was gesehen rief joe im nächsten moment triumphierend als der lichtstrahl über sams hals wanderte du blutest diese verdammten mücken murmelte sam die biester hatten gerade hochsaison mürrisch wischte sie sich über den hals andere seite bemerkte joe hilfsbereit da sind zwei stiche hmm alex ging in die hocke um sich die stelle besser ansehen zu können dann begann sie zu grinsen das sind tatsächlich zwei dicht nebeneinander sieht aus wie ein vampirbiss ja stimmte joe ihr zu und scherzte wäre ich nicht die ganze zeit bei dir gewesen würde ich sagen dracula hat dir einen besuch abgestattet und hinterher nicht richtig sauber gemacht mach mit sowas keine witze mahnte sam und schüttelte sich joe lachte über die reaktion ihrer schwester den meisten frauen würde das gefallen die haben fantasien über solche sachen die haben ja auch keine fledermausphobie konterte sam außerdem bezweifle ich dass die meisten frauen darüber fantasieren von fliegenden nagern gebissen zu werden ich rede nicht von fliegenden nagern gab joe zurück sondern von einem vampir kommt aufs gleiche raus brummte sam angewidert die verwandeln sich in fliedermäuse ratten wölfe und was weiß ich noch alles tut mir leid ich stehe nicht auf sowas oh god du bist ja so eine so eine anwältin kam alex ihr zu hilfe ja genau rief joe sag das nicht immer so als ob es was schlechtes sei sam warf ihren schwestern einen finsteren blick zu ich habe lange darauf hingearbeitet anwältin zu werden das stimmt beschwichtigte alex und ergänzte dann du blutest übrigens immer noch vielleicht solltest du es mit der salbe gegen insektenstiche versuchen gute idee ich wollte mir sowieso noch was zu trinken holen meinte sam ließ ihren hals in ruhe stand auf und fragte wenn ich sowieso gehe soll ich noch jemandem was mitbringen mir nichts danke antwortete joe ich hätte nichts gegen noch ein bier eigentlich wollte ich eins mitbringen als ich auf dem klo war aber dann habe ich es doch vergessen sagte alex und griff nach sams ellbogen um ihr halt zu geben da sie etwas wackelig auf den beinen war amüsiert meinte sie vielleicht solltest du für dich besser ein glas wasser mitbringen sie trinkt bereits die ganze zeit wasser erklärte joe und nicht einen tropfen alkohol alex sah besorgt zu sam nicht schon wieder eine ohrenentzündung oder sam nickte zögernd und wunderte sich nicht dass alex zu fluchen begann da sie wusste dass dies nur die erste stufe war der ein klagelied über die miesen ärzte das nutzlose gesundheitssystem und die endlosen wartezeiten bei einem facharzt folgen würde beschloss sie sich das nicht anzuhören vorsichtig verließ sie den steg und ging den leicht ansteigenden rasen des ufers hinauf aber auf halber strecke zum cottage bedauerte sie bereits dass sie nicht joes taschenlampe an sich genommen hatte sie befand sich nicht in einer großstadt mit all den straßenlaternen die für helligkeit sorgten sondern auf dem land wo die nacht so schwarz wie dunkler samt war und schwer über allem lag auf dem steg war es ihr noch etwas heller vorgekommen doch an land wurde das wenige licht der sterne von den bäumen abgefangen sam hielt sich am stamm eines jungen ahornbaums fest um sich kurz zu orientieren gerade wollte sie weitergehen da hörte sie wie die haustür des cottages gleich nebenan ins schloss fiel alles war dort dunkel und genauso hatte es schon ausgesehen als sie angekommen waren genau genommen war dort immer alles stockfinster vor zwei jahren war das cottage verkauft worden doch bislang waren sie und ihre schwestern den nachbarn noch nicht einmal begegnet der neue eigentümer schien sich nie dort aufzuhalten jedes mal wenn sie dort waren klopften sie an dem anderen haus weil sie hofften ihren nachbarn endlich einmal kennenzulernen aber es wurde ihnen nie geöffnet ihr interesse kam nicht daher dass sie besonders gesellig waren aber das leben dort lief anders als in der stadt man war auf seine nachbarn angewiesen und auch wenn man sich gegenseitig mehr oder weniger in ruhe ließ wusste man doch ganz gern mit wem man es zu tun hatte dass die menschen aufeinander achteten war eine zwingende notwendigkeit in einer gegend in der öfter mal der strom ausfiel und in der bei einem notfall hilfe verdammt weit weg war im letzten sommer war rund um den see viel über die neuen eigentümer spekuliert worden grant der nachbar auf der anderen seite der das ganze jahr über dort lebte hatte davon berichtet dass sich im letzten winter ein paar mal jemand in dem cottage aufgehalten hatte ihm war nachts licht im haus aufgefallen außerdem hatte er einen mann gesehen der wiederholt in dem schuppen gleich daneben verschwunden war der aber mit niemandem in der gegend gesprochen hatte bei grant war so etwas auch eher unwahrscheinlich wusste sam doch dass er selbst ein ziemlich verschlossener typ war der mit den leuten rund um den see nur dann redete wenn er für sie klempner arbeiten oder ähnliches erledigte und selbst dann beschränkte er sich auf das absolut notwendige vermutlich hätte er seine beobachtung überhaupt nicht erwähnt wäre er nicht gefragt worden ob er denn schon die neuen nachbarn zu sehen bekommen habe bei diesen gedanken musste sam zu grants unbeleuchtetem cottage schauen während sie sich einen moment lang fragte ob die geräusche womöglich aus dieser richtung gekommen waren die akustik am see war höchst eigenartig so dass es sich sogar um lärm handeln konnte der auf der anderen uferseite seinen ursprung hatte mit einem schulterzucken ließ sie den baumstamm los und ging weiter zum haus cottages garrett mortimer musste lachen als er den angewiderten tonfall seines partners bemerkte ich merke du bist ganz begeistert von unserem auftrag justin bricker verzog den mund wir sind im reich der cottages mortimer cottages sind gleichbedeutend mit sonne sand und spaß wir suchen einen abtrünnigen und sterblichen erwiderte mortimer ruhig wobei es ihm gelang nicht zusammen zu zucken als sein jüngerer partner den begriff vampire benutzte er konnte einfach nicht anders ihm war so wie vielen älteren ihrer art das wort schlicht zuwider es erinnerte ihn an aufständische dorfbewohner mit fackeln und pflöcken weiß ich meinte bricker spitz aber aus welchem grund sollte sich ein vampir hier aufhalten wenn er noch einen funken selbstachtung besitzt seit stunden haben wir keine straßenlampe mehr gesehen da draußen ist alles stockfinster ich wäre wirklich erstaunt wenn außerhalb des scheinwerferlichts überhaupt irgendetwas existierte mortimer lachte leise außerhalb des scheinwerferlichts existiert mehr als du dir vorstellen kannst ja natürlich bären rehe waschbären und kaninchen sagte bricker unüberhörbar unbeeindruckt zwar schüttelte mortimer den kopf doch erst nach der nächsten recht scharfen kurve erwiderte er seit wir den highway verlassen haben sind wir an hunderten von cottages und häusern vorbeigekommen glaub mir in der dunkelheit halten sich unzählige leute auf meinetwegen lenkte bricker mürrisch ein aber ich garantiere hier draußen ist kein einziger unsterblicher unterwegs tatsächlich mortimer hob eine augenbraue während seine mundwinkel zuckten ja wirklich beteuerte bricker kein unsterblicher der sich auch nur ein bisschen selbstachtung bewahrt hat würde sich hierher verirren dies ist einfach nicht die richtige gegend für leute wie uns aha und was soll das heißen fragte er ironisch willst du damit sagen dass alle unsterblichen mit selbstachtung momentan auf der anderen seite des globus zu finden sind weil es da winter ist und die tage kürzer sind nein natürlich nicht knurrte bricker gereizt trotzdem werden sie sicher nicht in einem cottage unterschlupf suchen sondern sich in städten wie toronto oder montreal aufhalten wo es ein unterirdisches system von gängen und tunneln gibt damit sie nicht in der sonne unterwegs sein müssen wenn sie was zu erledigen haben mortimer nickte stimmte den worten aber weder zu noch widersprach er ihnen tatsache war dass eine menge von ihren leuten sehr wohl den sommer an orten wie diesen verbringen würden während sterbliche im winter den unterirdischen gängen den vorzug gaben weil sie dort vor der bitteren kälte geschützt waren und im sommer dort schutz vor der hitze suchten waren unsterbliche dort sommer wie winters unterwegs solange die sonne schien so wurde ihnen eine bewegungsfreiheit ermöglicht die lange zeit in keiner weise zur debatte gestanden hatte am helllichten tag konnten sie dort unterwegs sein ohne sich sorgen zu machen ihr körper könne darunter leiden er warf seinem partner einen blick zu brickers gut aussehendes kantiges gesicht wies einen unzufriedenen ausdruck auf ihm entging auch nicht wie der jüngere mann sich frustriert durch seine dunklen locken fuhr während er sich wieder auf die straße konzentrierte meinte er die informationen die wir haben besagen eindeutig dass hier in der gegend ein halbes dutzend sterbliche mit bissspuren gesehen wurden ich weiß aber es ergibt einfach keinen sinn dass sich ein vampir hier herumtreibt vielleicht macht er es ja gerade deshalb überlegte mortema wie du selbst sagst ist dies der letzte ort wo man einen unsterblichen vermuten würde und weil es hier von cottages wimmelt herrscht unter den sterblichen die alle nur daran interessiert sind die sonne zu genießen und ihren spaß zu haben ein kommen und gehen die kümmern sich nicht darum wer ihr nachbar ist bricker reagierte erschrocken offenbar hatte er diesen aspekt bislang nicht in erwägung gezogen du musst zugeben dass es ein verdammt gutes versteck ist fuhr mortema fort fast jedes cottage an dem wir bislang vorbeigekommen sind ist von bäumen umgeben außerdem fühlen sich die leute hier oben sicher also sind sie nicht besonders wachsam oder skeptisch ein abtrünniger unsterblicher wäre hier der fuchs im hühnerstall schätze du hast recht murmelte bricker nachdenklich draußen ist es stockfinster er könnte sich an leute heranschleichen die um ein lagerfeuer herumsitzen und einen von ihnen weglocken um mal eben zuzubeißen und dann könnte er gleich wieder verschwinden ohne dass ihn irgendjemand zu gesicht bekommt mortema brummte zustimmend während er auf die kleinen grünen schilder im blattwerk am straßenrand achtete von denen jedes eine abzweigung von der hauptstraße kennzeichnete die zu einem cottage führte das irgendwo in der dunkelheit verborgen lag ihr eigenes cottage entpuppte sich als das letzte zu dem ein pfad von dem kiesweg führte auf dem sie unterwegs waren mortema brug ab und verzog den mund als der wagen über den feldweg holperte die bäume zu beiden seiten schienen kein ende zu nehmen dann endlich tauchte im licht der scheinwerfer ein bräunliches gebäude auf willkommen am ende der welt knurrte bricker der sich während der fahrt über die holperstrecke die ganze zeit über am griff über der beifahrertür festgeklammert hatte fast tonlos fügte er dann noch hinzu das hier ist ja so gar nicht meine welt mortema lächelte flüchtig und gab zu meine auch nicht aber irgendjemand fühlt sich hier richtig wohl sonst wären wir jetzt nicht da genau unser abtrünniger murmelte bricker missbilligend und decker ebenfalls fügte mortema hinzu immerhin ist es sein cottage in dem wir uns einquartieren solange wir hier oben sind stimmt allerdings war er auch schon immer ein komischer kurz hielt der jüngere dagegen er ist der einzige dem es spaß machen kann irgendwo in der pamper zu wohnen die beleidigung gegenüber ihrem kameraden decker argeno pimps entlockte mortema ein schiefes grinsen als jäger des rates arbeiteten sie immer wieder mit anderen teams zusammen und besonders häufig bestand und dieses andere team aus ihren kollegen decker und anders die vier kamen gut miteinander aus und sie mochten sich auch wenn ein zufälliger beobachter das nicht hätte glauben wollen wenn er sah wie sie sich gegenseitig beleidigungen an den kopf werfen das decker ein komischer kurz ist finde ich auch unterstrich mortema amüsiert dann ergänzte er aber offenbar fühlt sich von dieser gegend mindestens ein weiterer und sterblicher angezogen denn es muss einer von unseren leuten gewesen sein der die bissspuren entdeckt und sie dem rat gemeldet hat diese meldung war der grund weshalb sie gekommen waren sterbliche zu beißen war verboten und der rat hatte sie beide losgeschickt damit sie der sache nachgingen ihre aufgabe war es den schuldigen zu finden und ihn zum rat zu bringen damit der sich weiter mit ihm befassen konnte wissen wir von wem diese meldung kam fragte bricker neugierig lucian weiß das mit sicherheit trotzdem hat er mir keinen namen genannt ein moment später ergänzte er vermutlich ist es auch nicht weiter wichtig vermutlich nicht stimmte der andere mann zu dann flüsterte er jesus mortema hatte den motor abgestellt gleichzeitig gingen die scheinwerfer aus sodass sie in ihrem wagen schlagartig nur noch von schwärze und stille umgeben waren die dunkelheit war so vollkommen dass mortema fast glauben konnte tatsächlich das ende der welt erreicht zu haben und jetzt in die leere des alls zu starren er sprach aber nicht aus was ihm durch den kopf ging stattdessen saß er da und wartete dass sich seine augen an die finsternis gewöhnten es dauerte einen moment dann wich die schwärze verschiedenen grauschattierungen hörst du das fragte bricker leise was gab mortema verwundert zurück ihm fiel nichts auf nichts antwortete bricker absolute stille mortema lachte lautlos und atmete aus dann nahm er den rucksack vom rücksitz öffnete die fahrertür und kletterte aus dem wagen er streckte und dehnte sich um seinen kreislauf wieder in schwung zu bekommen zwar hatten sie unterwegs einige male rast gemacht aber der letzte abschnitt ihrer fahrt war der längste gewesen und alle seine gelenke waren steif jesus der erneute ausruf der diesmal fast ehrfurchtig hingehaucht wurde veranlasste mortema sich prompt zu bricker umzudrehen der neben der geöffneten ballfahrertür stand und mit weit aufgerissenen augen in den himmel starrte mortema folgte dem blick und betrachtete genauso gebannt den sternen himmel der an eine schwarzblaue leinwand erinnerte auf der man eine handvoll diamanten verstreut hatte für mortema war das kein ungewohnter anblick denn vor der bevölkerungsexplosion und dem siegeszug der elektrizität hatte man in jeder nacht so etwas sehen können aber natürlich war bricker nicht so alt wie er weshalb er diese zeit nicht hatte miterleben können mortema sah den faszinierten mann an schön nicht wahr in meinem ganzen leben habe ich noch nicht so viele sterne gesehen murmelte bricker der den anblick des himmels begierig in sich aufnahm nach einem letzten blick nach oben folgte er langsam dem unebenen weg zum cottage das viel größer war als erwartet es war ein richtiges vollwertiges haus von überdurchschnittlicher größe es war in dunklem holz gehalten die wände schienen überwiegend aus fenstern zu bestehen unwillkürlich legte mortema die stirn in falten denn so etwas hatte er vom zuhause eines unsterblichen nun wirklich nicht erwartet warte auf mich zischte bricker ihm zu und eilte hinter ihm her als mortema die stufen zu der um das haus verlaufenden veranda hinaufstieg mortema wurde langsamer und ging die veranda entlang zur tür nirgends brannte licht das gebäude war offenbar verlassen dann noch stutzte er als er die tür verschlossen vorfand decke hätte dort sein sollen nach kurzem zögern tastete er die oberseite des türrahmens ab bis seine finger auf einen schlüssel stießen sofort ließ seine anspannung ein wenig nach er schloss auf und spürte wie ihm stickige luft entgegenschlug den lichtschalter fand er auf anhieb doch als er ihn umlegte geschah nichts vermutlich muss die sicherung eingesetzt werden meinte bricker während mortema es weiter vergeblich versuchte ich suche nach dem sicherungskasten dann haben wir gleich licht mortema nickte nur und ging weiter damit der andere mann ebenfalls eintreten konnte seine tasche stellte er auf dem tisch ab und als er sich umdrehte sah er noch wie bricker sein gepäck neben der tür auf dem boden deponierte ich hole die kühlbox du kümmerst dich um das licht als er auf die veranda zurückkehrte hörte er bricker zustimmend murmeln an der obersten stufe blieb er stehen da von irgendwoher lautes weibliches lachen an seine ohren drang er suchte die dunkelheit ab da er nicht wusste aus welcher richtung das gelächter gekommen war die quelle schien sich ganz in der nähe zu befinden aber sie waren an einem see und er wusste über wasser legten geräusche weite strecken zurück am fuß der treppe angekommen ging er nicht zum wagen sondern umrundete das haus bis er sich auf der dem see zugewandten seite befand zu entdecken war nichts vor ihm erstreckte sich eine wiese bis zur gut 15 meter entfernten uferlinie die zwischen den dichten baumreihen links und rechts des hauses rund 30 meter maß ein recht großes bootshaus stand am ufer der rest war freier strand der einen wunderschönen blick auf die ruhige wasseroberfläche des kleinen sees ermöglichte das gegenüberliegende ufer war lediglich als schwarzer streifen erkennbar der sich nur geringfügig von dem nicht ganz so schwarzen see abhob der anblick machte mortimer stutzig da auch dort nicht ein einziges licht zu sehen war nichts wies darauf hin dass die bewohner der cottages zu hause waren obwohl das der fall sein musste zugegeben es war bereits nach zwei uhr nachts und wahrscheinlich schliefen sie alle längst aber wenn sie auf dem letzten stück des weges nicht die hinweisschilder für die anderen cottages gesehen hätten dann wäre er jetzt bereit gewesen zu glauben dass er und breaker dort oben ganz allein waren ausgelassenes kichern machte diese illusion schon im nächsten moment zunichte mortimer drehte ruckartig den kopf nach links kniff die augen zusammen und spähte zwischen den bäumen hindurch er konnte den großen dunklen umriss des benachbarten cottages sehen daneben ein umgedreht liegendes kanu ein steg an dem zwei boote verteut lagen außerdem zwei gestalten die seite an seite auf diesem steg saßen sie wirkten entspannt hatten die beine ausgestreckt und übereinander geschlagen und stützten sich auf die nach hinten genommenen arme während sie zum himmel hinauf sahen und weiter leise lachten frauen erkannte er als sie ihre sehr femininen formen genauer betrachtete eine von ihnen hatte kürzeres haar das sie zum bob geschnitten trug und das kaum bis zu ihren schultern reichte der andere trug ihr haar länger und zum pferdeschwanz gebunden das geräusch einer zufallenden fliegengittertür lenkte seinen blick auf das benachbarte cottage und er sah den lichtstrahl einer taschenlampe auf den stufen hin und her tanzen dann erkannte er dass dort eine dritte frau unterwegs war mit erstaunen beobachtete mortimer wie die frau mit unsicheren schritten über den rasen tapste und leise etwas vor sich hin murmelte ihm war nicht der gedanke gekommen die beiden sterblichen frauen auf dem steg könnten betrunken sein aber für diese dritte galt das auf jeden fall plötzlich machte sie einen schritt zur seite und fiel hin er erkannte dass er das nicht als einziger wahrgenommen hatte denn die zwei auf dem landungssteg drehten sich um und der strahl einer anderen taschenlampe erfasste die auf dem rasen liegende gestalt die sich eben wieder aufrappelte sam alles in ordnung im scheinen der lampe konnte mortimer die dritte frau gut sehen ihre gesichtszüge ließen die vermutung zu dass sie mit den beiden anderen verwandt war allerdings wies sie einen deutlich anderen körperbau auf die zwei auf dem landungssteg waren kurvenreich und vollbusig sie dagegen wirkte groß und schmal ihre brüste waren im vergleich erheblich flacher ihr haar war so schwarz wie die nacht und fiel glatt auf ihre schultern ihr gesicht wurde von den großen dunklen augen beherrscht die nase wirkte ein wenig schief und den mund mit den ausgeprägten vollen lippen hatte sie vor verlegenheit verzogen ja ja antwortete die frau namens sam lachend während sie über einen großen dunklen fleck auf ihrem t-shirt wischte sie war nicht nur über ihre eigenen füße gestolpert sie hatte sich auch ihr getränk über das oberteil geschüttet mit einem verärgerten kopfschütteln drehte sich die frau zum cottage um bin gleich zurück ach zieh dich doch jetzt nicht noch um sam rief die frau mit der bob frisur ihr nach hier gibt's niemanden den du beeindrucken könntest das nicht aber das zeug klebt alex beklagte sich sam na und wir müssen sowieso noch unsere erste runde nachtschwimmen absolvieren dann wird das wieder abgewaschen stimmt sam begann zu grinsen und ging zurück zum steg ein leiser anerkennender pfiff gleich neben ihm veranlasste mortimer sich umzudrehen bricker hatte sich zu ihm gesellt und beobachtete die weibliche nachbarschaft mit männlichem kennerblick vielleicht ist es hier ja doch nicht so übel flüsterte bricker und fragte mortimer leise du hast dich wohl ablenken lassen wie ich habe gelächter gehört und wollte der sache auf den grund gehen der jüngere unsterbliche nickte sein blick kehrte zu der gruppe zurück ja das machen frauen oft wenn sie zu mehreren zusammensitzen jedenfalls sind meine schwestern so da wird gelacht und gekichert und er verstummte als nebenan wieder schallendes gelächter ertönte mortimer sah dass sam am bootssteg angekommen war der lichtkegel ihrer taschenlampe huschte über die beiden anderen frauen die beide aufstanden er musste grinsen als die zwei sich dabei den rücken zuwandten und mit dem po aneinander stießen woraufhin sie beide den halt verloren und vom steg fielen und ich muss mir von euch immer anhören ich sei tollpatschig beschwerte sich sam während sie sich gespielt beleidigt mit einem ruck von ihren beiden schwestern abwandte ihre worte verloren aber jede wirkung als sie durch zu viel schwung selbst fast aus dem gleichgewicht kam und beinahe auch im wasser gelandet wäre ohne dabei die entschuldigung vorbringen zu können dass sie ebenfalls geschubst worden war angesichts dieser albernheiten und der nächsten runde gelächter konnte mortimer nur den kopf schütteln das trio hatte ganz offensichtlich zu tief ins glas geschaut der gedanke war noch nicht ganz zu ende gedacht da sagte sam entrüstet lieber gott wenn mich jemand so sieht wird er noch glauben ich sei betrunken nicht wenn derjenige dich schon länger kennt und weiß wie ungeschickt du normalerweise bist zog die frau mit dem pferdeschwanz sie auf und wen kümmert's warf die frau mit dem bob ein die von sam alex genannt worden war wir machen hier urlaub sollen die leute doch denken was sie wollen das trio hielt an sam richtete die taschenlampe auf die junge frau mit pferdeschwanz was ist los joe ich glaube ich bin auf ein froschbaby getreten kam die entsetzte antwort der lichtstrahl wanderte sofort zu joe die einen fuß hob seht aus wie schlamm meinte sam beschwichtigend es war kalt und glitschig erklärte joe verunsichert während sie wie ein storch dastand musterte sie ihre fußsohle fast wäre sie dabei aus dem gleichgewicht geraten und im gras gelandet hatte alex nicht ihren arm ergriffen und sie gestützt schlamm ist auch kalt und glitschig hielt alex dagegen und abgesehen davon wärst du auf ein froschbaby getreten dann wäre das jetzt so platt wie ein pfannkuchen aber ich kann da keinen froschpfannkuchen entdecken sam ließ den lichtstrahl über den boden wandern definitiv kein froschpfannkuchen stellte sie schulterzuckend fest der strahl der taschenlampe zuckte durch die dunkelheit als sie sich blitzartig umdrehte wer als letztes im wasser ist muss morgen das frühstück machen rief sie und rannte los alle frauen kreischten und mortema sah blasse haut im mundschein silber leuchten als die drei zu einem kurzen stück strand liefen das sich am rand des grundstücks befand und in unmittelbarer nähe der stelle an der mortema und ricka standen und das geschehen verfolgten auch wenn die drei frauen kreischten und quiekten war ihnen dennoch anzumerken dass sie versuchten so wenig lärm wie möglich zu machen um niemanden zu stören angesichts der fortgeschrittenen uhrzeit und der tatsache wie weit jeder laut über das wasser getragen wurde war das verständlich und rücksichtsvoll wie mortema fand plötzlich stutzte er während die frauen weiter in richtung ufer liefen keine von ihnen war ins haus gegangen um einen badeanzug oder einen bikini anzuziehen die drei wollten doch nicht etwa sehen die sich jetzt aus? flüsterte bricker ihm mit einem hoffnungsvollen unterton zu anstatt zu antworten ging mortema leise weiter auf den see zu bis er wieder fast auf gleicher höhe mit den frauen war fast denn die frauen hatten in aller eile ihre kleidung abgelegt und stürmten bereits ins wasser als er seine position erreichte verdammt stöhnte bricker der ihm gefolgt war und blieb neben ihm stehen um zuzusehen wie die frauen im see planschten ich glaube hier könnte es mir doch gefallen nur mit mühe verkniff sich mortema ein lachen als er diese bemerkung hörte manchmal vergaß er wie alt sein partner war aber dann ereignete sich etwas in dieser art und ihm wurde vor augen geführt dass bricker noch keine hundert war und noch immer all diese begierden verspürte mit denen sich ältere und sterbliche nicht mehr herumschlagen mussten der mann war in fast jeder hinsicht unersättlich ob es ums essen trinken oder um sex ging mit der zeit würde sich das ändern dachte er mit einem anflug von bedauern getränke und speisen schmeckten nach einer weile gleich auch wenn sie noch so unterschiedlich waren und nach und nach verlor man das interesse daran bis man gar keine lust mehr hatte etwas zu essen oder zu trinken und was sex anging nach ein paar hundert jahren wurde sogar sex zu einer angelegenheit die man nur als zeitraubend und lästig empfand sobald der zustand erreicht war wurden alle aktivitäten in dieser richtung ziemlich schnell aufgegeben die anzahl der stellungen war begrenzt ausgefallene orte verloren über kurz oder lang ihren reiz und wenn man jeden gedanken und jeden wunsch einer frau lesen konnte strapazierte das schon ziemlich die eigenen nerven nachdem er tausende sogar hunderttausende von menschen gelesen hatte war mortimer zu der ansicht gelangt dass frauen diejenigen vertreter der menschlichen spezies waren die sich um alles und jeden sorgen machten ihre gedanken schienen unentwegt um dinge zu kreisen die ihnen sorgen bereiteten ob es nun das wetter war oder die frage was es zum abendessen geben sollte sie waren besorgt um die gesundheit jedes einzelnen menschen der ihnen am herzen lag sie sorgten sich um die finanzen um die frage ob sie allen erwartungen gerecht wurden die von den unterschiedlichsten seiten an sie gerichtet wurden die wachsende kriminalität die bedrohung durch terroristen das alter die liste war unendlich lang und es ermüdete ihn allein schon all diese dinge nur in ihren gedanken vorzufinden er konnte sich beim besten willen nicht vorstellen wie es sein musste ein leben zu führen das so sehr von ängsten und befürchtungen geprägt wurde im gegensatz dazu ließen es die männer offenbar viel lockerer angehen nachdem zu urteilen was er in deren köpfen vorgefunden hatte gab es für sie nur zwei gebiete die für sie grund zur sorge waren die arbeit und das bett bei der arbeit hing das ausmaß der sorgen vom job ab den jemand ausübte wobei sich die gedanken üblicherweise nur um das gehalt drehten das andere gebiet nun da spielten größe und stehvermögen die wesentliche rolle auch wenn das nicht für alle männer galt einige vertreter dieser gattung hielten sich für ausgesprochen gut gebaut und fanden dass sie im bett die größten waren ein kurzer blick in die gedanken der ehefrau oder freundin ergab jedoch in der mehrzoll der fälle dass da auf seiten der männer eher wunschdenken vorherrschte lautes platschen holte ihn aus seinen gedanken und er sah wieder zu den frauen die wasseroberfläche reflektierte den mondschein der auch ihre nasse haut glitzern ließ so dass mortimer sie besser erkennen konnte diese haut war außergewöhnlich blass zumindest ließ das fahle licht des mondes es so scheinen die drei sind schwestern flüsterte bricker ihm zu damit die frauen ihn nicht hörten das cottage gehört der familie und sie sind vor etwa einer stunde angekommen haben den wagen ausgeladen und ihre sachen ausgepackt und das hier ist das traditionelle nackt baden am ersten abend er nickte nur es war offenbar dass bricker in den gedanken einer der frauen oder aller drei frauen gleichzeitig las mortimer hatte sich bislang nicht die mühe gemacht und er wollte sich auch jetzt nicht die mühe machen stattdessen betonte er wir müssen unsere sachen auch noch auspacken ja aber wir sollten warten bis die ladies mit dem bad fertig sind sie könnten aus irgendeinem grund in schwierigkeiten geraten und dann brauchen sie auf einmal hilfe oder pricker verstummte als er mortemers gesichtsausdruck bemerkte ja schon gut wir packen aus mortimer wandte sich schnell ab damit der andere unsterbliche nicht sein lächeln bemerken konnte dass seine mundwinkel umspielte ich nehme an du hast den sicherungskasten nicht gefunden meinte mortimer als sie an dem immer noch dunklen cottage vorbeigingen doch gab bricker zurück ich habe jeden einzelnen schalter umgelegt aber es tut sich nichts dieses unwetter am nachmittag muss die stromversorgung lahmgelegt haben was denn für ein unwetter wollte mortimer wissen als sie sich dem suv näherten nein richtiges unwetter eben heute morgen hatte ich mir vor dem zu bett gehen noch den wetterbericht angesehen und da wurde für den nachmittag ein unwetter vorhergesagt das wohl den stromausfall ausgelöst hat erläuterte der jüngere unsterbliche mortimer brummte zustimmend und öffnete die heckklappe des geländewagens um einen blick auf die ladefläche zu werfen in diesem fall handelte es sich um ein argenau fahrzeug manchmal blieb ihnen nichts anderes übrig als einen leihwagen zu nehmen doch in aller regel stellte ihnen argenau enterprises oder eines der subunternehmen für ihre aufträge ein fahrzeug zur verfügung so wie diesen suv der war mit allen erdenklichen extras ausgestattet unter anderem einem hochmodernen gps spezialbehandeltem glas um die uv strahlung der sonne abzuhalten getuntem motor der mehr leistung brachte speziellen vorrichtungen und ablagefächern um die benötigten waffen unterzubringen dazu anschlüsse für eine kühlbox in der das blut gelagert werden konnte das war genau genommen eine neue entwicklung form und größe der box entsprachen denen einer kühltasche wie man sie zum picknick mitnahm aber in wahrheit handelte es sich um einen kühlschrank mit einem speziellen stecker den man sowohl im suv als auch in einem haus an jeder belebigen steckdose anschließen konnte war keine externe stromversorgung möglich wurde die kühleinheit von einer wieder aufladbaren batterie gespeist einer der argeno wissenschaftler hatte sie entwickelt und was sich hier im wagen befand war der prototyp der zum ersten mal regulär zum einsatz kam mortimer hielt das prinzip auf jeden fall für praktisch gricker beugte sich vor und fasste nach den griffen von zwei länglichen rechteckigen lederkoffern sie waren voller waffen und wogen entsprechend viel doch er nahm sie hoch als seien sie federleicht kaum hatte er sich vom wagen entfernt schnappte sich mortimer die kühlbox und zog sie an den rand der ladefläche wird sich das blut in der box halten bis wir wieder strom haben mortimer nickte während er die kühleinheit aus dem wagen hob für heute nacht sollte das genügen aber morgen früh müssen wir wohl irgendwo eis beschaffen wann wird decke hier aufkreuzen eigentlich sollte er längst da sein räumte mortimer etwas irritiert ein als er erneut die treppe hinauf ging ach tatsächlich fragte bricker überrascht tja ich habe im cottage in jedes zimmer einen blick geworfen und hier ist er nirgends mit einem schulterzucken entgegnete mortimer vielleicht musste er noch irgendetwas erledigen während ein stablicher mit unglauben reagiert hätte dass jemand um diese zeit noch einmal das haus verließ um etwas zu erledigen nickte bricker lediglich für sie war dies der tag jetzt kümmerten sie sich um die dinge die sich mitten in der nacht noch erledigen ließen mürrisch meinte er dann nur man sollte meinen dass er hätte warten können bis wir da sind er wusste schließlich dass wir unterwegs waren stimmt bestätigte mortimer ergänzte dann aber mit bedeutungsschwangerem tonfall allerdings wollten wir auch um mitternacht hier eintreffen nicht erst nach zwei uhr bricker grinste und zog eine unschuldsmine klingt fast so als sei das meine schuld hör bloß auf erwiderte mortimer schroff erst musste ich anderthalb stunden warten bis du endlich gepackt hattest und dann wolltest du auch noch dass ich unterwegs an jedem lokal anhalte von mcdonald's bis hin zu diesem fett verschmierten diner ganz ehrlich wenn du keine unsterblicher wärst dann würde ich dir höchstens noch fünf jahre geben bei so viel fett dass du in dich hinein schaufelst ich schwöre dir du riechst allmählich wie eine wandelnde frittenbode ist überhaupt nicht wahr protestierte bricker dann runzelte er die stirn und fragte oder doch mortimer schüttelte abermals den kopf und ging weiter nach oben am cottage angekommen stützte er die kühlbox auf seiner hüfte ab und öffnete die tür damit bricker vor ihm hineingehen konnte ich weiß nicht warum lucian darauf bestanden hat dass wir so viele waffen mitbringen meinte bricker und genau genommen weiß ich nicht mal warum er glaubt wir müssten hier mit drei jägern anrücken so wie es sich anhört jagen wir nur einen einzelnen abtrünnigen vampir der nichts weiter macht als hin und wieder mal einen sterblichen zu beißen er stellt doch für niemanden eine ernsthafte bedrohung dar ja sagte mortimer während er ihm folgte und die kühlbox auf den tisch stellte aber decker ist sozusagen eine beigabe eigentlich soll er hier urlaub machen allerdings liegt dieses cottage äußerst günstig außerdem mag die sache auf den ersten blick nach einem einzelnen blutsauger aussehen doch möglicherweise ist das nur die spitze des eisbergs darum ist es besser wenn wir auf nummer sicher gehen das ist schließlich lucians motto ricker erwiderte nichts sondern stellte nur die taschen ab ich schließe den wagen ab dies mortimer ihn wissen und ging zur tür bin gleich wieder da kaum hatte er den suv abgeschlossen wollte er erneut die treppe hinauf gehen da ließ ihn ein entsetzter aufschrei aus der ferne erstarren reflexartig sah er zu der baumreihe zwischen den cottages nach kurzem zögern lief er in richtung ufer um sich davon zu überzeugen dass den frauen nichts passiert war was war denn fragte eine der frauen nervös etwas hat mich unter wasser angestoßen kam die antwort die nach joes stimme klang wahrscheinlich nur ein fisch meinte sam beschwichtigend sams versuch die aufregung zu lindern wurde im nächsten moment von alex zunichte gemacht als die sagte allerdings gibt es hier schnappschildkröten einen augenblick lang herrschte schweigen als die drei frauen sich gegenseitig anstarrten dann drehten sie sich um und verließen fluchtartig das wasser mortimer stand völlig reglos da und sah ihnen zu wobei sein blick immer wieder zu der tollpatschigen sam zurückkehrte aus einem unerfindlichen grund faszinierte ihn der anblick ihrer blassen haut die von wassertropfen überzogen das mondlicht reflektierte schöne aussicht ruckartig drehte mortimer den kopf herum als er die geflüsterten worte hörte und entdeckte bricker der abermals neben ihm stand eine von ihnen hatte geschrien und ich wollte mich vergewissern dass ihnen nichts passiert ist ich habe es auch gehört die kleine hat verdammt kräftige lungen mortimer nickte und sah den frauen nach als sie im cottage verschwanden das licht der taschenlampen wanderte hinter den fenstern durch die zimmer dann machte sich allmählich helligkeit breit als kerzen angezündet wurden um die finsternis zu vertreiben kurz darauf wurde der lichtschein der kerzen schwächer als die frauen zu bett gingen und jede von ihnen sich mit einer kerze in ihr zimmer zurückzog ich werde mal nachsehen ob wir auch kerzen im haus haben bricker wandte sich ab um zum cottage zurückzukehren ich helfe dir suchen erklärte mortimer folgte ihm aber nicht sofort im letzten fenster auf dieser seite des cottages tauchte ein licht auf und er beobachtete wie sich in dessen scheinen schatten durch das zimmer bewegten er konnte es nicht erklären doch er wusste mit absoluter sicherheit dass es sich dabei um sams schlafzimmer handelte schweigend betrachtete er das fenster bis die kerze erlosch erst da bemerkte er links von sich ein schwaches flackern und er sah dass bricker offenbar eine kerze gefunden hatte die jetzt durchs fenster zu sehen war während er einen letzten blick auf das nachbarhaus warf fragte er sich ob die frauen wohl ein problem darstellen würden er glaubte es allerdings nicht sonst hätte decker lucien vorgewarnt dennoch durften sie die anwesenheit der drei nicht völlig außer acht lassen er machte kehrt und überquerte die wiese nur ein agenot kann sowas als cottage bezeichnen meinte bricker ironisch als mortimer das haus betrat er blieb in der tür stehen und ließ seinen blick durch den weitläufigen raum schweifen der küche essbereich und wohnzimmer umfasste die decke war so hoch dass man sich wie in einer kirche fühlte in der mitte hing ein großer altmodischer deckenventilator die küche befand sich rechts von ihm und war durch eine große ellförmige theke mit marmorner arbeitsplatte vom rest des raumes abgetrennt boden und regale waren aus kiefernholz die küchengeräte aus edelstahl und außer herd und kühlschrank gab es auch eine mikrowelle und eine geschirrspülmaschine in der mitte stand eine großzügige kücheninsel darüber war ein regal an der decke montiert in dem gläser standen und an dessen zahlreichen haken kochtöpfe und pfannen aus messing hingen der s-bereich zu seiner linken erstreckte sich an der gläsernen außenwand entlang von wo aus man den see überblicken konnte dort herrschte ebenfalls kiefernholz vor um einen langen tisch herum waren zwölf stühle angeordnet das wohnzimmer nahm die andere hälfte des großzügigen raumes in anspruch dort dominierten polstermöbel in weißem leder das bild dazu tische mit steinplatten an einer seite stand ein flachbildfernseher mit einer bilddiagonale von mindestens einem meter fünfzig aller komfort den man sich wünschen kann dachte mortimer amüsiert dieses war das was sich ein reicher mann unter einem cottage vorstellte aber schließlich war decker ja auch reich es gehört keinem argeno bemerkte er während er sich umdrehte um endlich die haustür zu schließen vergiss nicht das hier ist deckers cottage ja aber er ist der sohn von martin und die ist eine geborene argeno wandte der jüngere unsterbliche ein dagegen konnte mortimer nichts einwenden martin war tatsächlich eine geborene argeno und sie war sogar die älteste argeno tochter zwar hatte sie den familien namen ihres mannes angenommen als sie aloysius pimps heiratete trotzdem wechselten sie mit jedem neuen jahrhundert zwischen argeno und pimps hin und her um die tatsache zu kaschieren dass keiner von ihnen alterte in diesem jahrhundert war decker ein pimps doch ein argeno blieb ein argeno ganz gleich welchen namen er trug ich hätte decker nie für einen cottage typ gehalten merkte bricker an und unterbrach mortemers gedankengang ich fand immer dass er viel zu viel klasse hat ja aber du hast selbst gesagt dass das hier nicht mehr viel mit einem cottage im eigentlichen sinn zu tun hat gab mortimer zurück und sah sich um alle fenster standen offen doch er hätte schwören können dass das nicht der fall gewesen war als er das erste mal das haus betreten hatte bricker musste sie geöffnet haben damit die nachtluft zirkulieren konnte hier oben gibt es drei schlafzimmer unten zwei außerdem einen fitnessraum und eine waschküche ließ bricker ihn wissen und deutete auf die tür durch die sie gerade ins cottage gekommen waren mortimer folgte seinem blick und stellte überrascht fest dass sich die treppe gleich neben dem eingang befand jeder außenwand auf dieser etage besteht aus glas fuhr der jüngere mann fort ich habe keine ahnung wie gut diese verglasung uns schützt aber die unteren schlafzimmer haben gar keine fenster darum habe ich unsere sachen nach unten gebracht mein zeug ist im zimmer gleich neben der treppe du hast den raum am anderen ende danke murmelte mortimer und ging am tisch vorbei in den düsteren wohnbereich es überraschte ihn dass einer von ihrer art in einem haus mit so viel glas lebte das so viel von dem schädlichen sonnenlicht ins innere ließ dennoch war das im moment sogar äußerst praktisch dadurch die großflächigen fenster zumindest das wenige licht ins haus vordrang das die sterne ausstrahlten so wie jeder nachtaktive jäger besaß auch mortimer ein hervorragendes nachtsichtvermögen und auch ohne strom genügte ihm das wenige licht um genau zu sehen wohin er trat als er sich der tür näherte die in einen flur führte hier oben und unten gibt es jeweils ein badezimmer erklärte bricker als mortimer den flur durchquerte und durch eine offene tür in eben jenes badezimmer schaute er nahm die standardmäßigen armatoren zur kenntnis dann ging er weiter durch den flur warf einen blick in ein schlafzimmer und steckte den kopf durch die tür des zweiten schlafzimmers das letzte entdeckte er am entgegengesetzten ende des flurs dann kehrte er ins wohnzimmer zurück und fragte bricker als mortimer sich zu ihm stellte und sie beide durch die gläsernen schiebetüren auf die veranda schauten was machen wir bis decker zurückkommt er verzog den mund als er die frage hörte sie mussten ihre sachen auspacken die blutkonserven aus der kühlbox holen und in den kühlschrank legen und außerdem ihre waffeneinsatz bereit machen wenn das erledigt war würde er die landkarten ausbreiten die die umgebung des cottages zeigten und sich ansehen wo überall gebissene sterbliche beobachtet worden waren gemeinsam würden sie sich mit dem ganzen befassen um einen plan zu entwickeln wie sie am besten dem abtrünnigen auf die spur kamen der hier in der gegend sein unwesen trieb aber ohne strom konnten sie sich keine karten ansehen und somit auch keine pläne schmieden viel können wir im moment nicht tun räumte er schließlich ein hast du hunger fragte bricca plötzlich mortimer sei den jüngeren und sterblichen amüsiert an er hatte schon seit jahrhunderten keinen hunger mehr verspürt bricca konnte das aber nicht wissen da mortimer von zeit zu zeit einen happen aß nur damit er ihm gesellschaft leisten konnte und selbst das war noch eine übertriebene formulierung denn im grunde stocherte er nur eine weile in seinem essen herum und schob es auf dem teller hin und her außer blut befindet sich nichts in der kühlbox richtig überlegte bricca als mortimer nicht sofort antwortete und beklagte sich prompt ich hab hunger du hast immer hunger konterte mortimer und wandte sich vom fenster ab dann komm mit wir suchen uns ein restaurant das die ganze nacht geöffnet hat und wo wir licht haben damit wir uns die karten ansehen können die luschen uns mitgegeben hat die arme alex sam sah zu joe die am esszimmertisch saß eigentlich sollte sie mais schellen doch jetzt war der zur hälfte bearbeitete maiskolben in ihrer hand vergessen und sie sah aus dem fenster des cottages ihr mund war vor sorge verkniffen wie sam feststellte was ist denn mit alex hat sie sich verletzt nein beteuerte joe aber sie machte draußen so einen jämmerlichen eindruck sam legte die noch nicht ganz geschälte kartoffel zur seite und riss ein blatt von der küchenrolle ab um sich die hände abzuwischen während sie durchs zimmer ging um auch aus dem fenster zu sehen einen moment lang schwiegen sie beide und sahen ihrer älteren schwester zu die einen rasenmäher über die wiese vor dem cottage schob sie hatte sichtlich mühe das alte ding auf der leichten schräge von der stelle zu bewegen der schweiß lief ihr in strömen über die stirn da die heiße nachmittags sonne vom himmel brannte tatsächlich machte sie einen jämmerlichen eindruck ihr gesicht war knallrot und so mürrisch verzogen dass sam fürchtete dieser ausdruck könnte vielleicht nicht wieder weg geben ich habe ihr angeboten das rasenmäher für sie zu übernehmen aber sie hat darauf bestanden es zu tun erklärte sam ratlos das ist ihr offensichtlich lieber als das essen vorzubereiten na ich schätze wenn man die ganze woche in der küche stehen muss weil man sich so seinen lebensunterhalt verdient möchte man in den ferien so wenig wie möglich damit zu tun haben meinte joe mitfühlend sam schnaubte dafür hat sie in ihrer küche doch ihre lakaien die alles vorbereiten sie hat sich wohl eher gedacht dass sie lieber den rasen mäht ehe sie sich selbst zum lakaien macht aber da hat sie die rechnung ohne die bremsen gemacht ist das dieser graue schleier um ihren kopf herum fragte joe beunruhigt warum hat sie sich nicht eingesprüht damit ihr die biester fernbleiben das hat sie gemacht mit dem extra starken mittel und sogar zwei schichten aber so heiß wie es da draußen ist schwemmt der schweiß alles gleich wieder weg schweigend sahen sie zu wie alex und der schwarm soeben in entgegengesetzter richtung den rasen überquerten sie war mit dem mähen nicht mal zur hälfte fertig und wenn sie so weitermachte würden die bremsen sie bald bei lebendigem leib aufgefressen haben plötzlich ging samantha zur tür ich werde ihr helfen die plagegeister zu verscheuchen und wie willst du das anstellen fragte joe verwundert die frage ließ sie innehalten und kehrt machen sie benötigte irgendeine art von waffe wenn sie alex helfen wollte was um alles in der welt macht die frau denn da mortema zuckte leicht zusammen als er decke pimps erstaunte frage hörte und drehte sich zu ihm um er hatte aus dem fenster gesehen und sich so sehr auf das konzentriert was sich nebenan abspielte dass er überhaupt nicht gehört hatte wie der andere mann sich ihm näherte da bist du ja lucien meinte du seist hier aber das cottage war leer und ich hatte schon überlegt ob es wohl ein missverständnis war nein das war kein missverständnis erwiderte decker beiläufig ich war hier um ferien zu machen da hat mutter angerufen und mir ausgerichtet dass onkel lucien versucht hatte mich wegen dieser beißer geschichte zu erreichen mortema nickte verkniff sich aber jegliche bedauernde äußerung dass deckers urlaub dadurch ruiniert worden war denn der wusste mit gefühl ohnehin nicht zu schätzen mir wurde allerdings gesagt dass ihr zwei gegen mitternacht eintreffen würdet bei dieser bemerkung verzog er zwar das gesicht beschränkte sich jedoch auf eine vage äußerung die fahrt hat länger gedauert als erwartet ich nehme an du hast an jedem restaurant anhalten müssen weil bricker was essen wollte richtig gab decke amüsiert zurück richtig bestätigte mortema und hob eine augenbraue jeder der schon einmal mit ihnen beiden zusammengearbeitet hatte wusste von brickers unersättlichem appetit lächelnd erklärte decker ihm ich habe bis zwei uhr gewartet doch als ihr bis dahin noch nicht aufgetaucht ward habe ich mich auf den weg gemacht um noch verschiedene dinge zu erledigen nachdem ich in der stadt ein paar briefe eingeworfen hatte und noch an der mülldeponie vorbeigefahren war kam ich wieder her aber ihr wart noch immer nicht hier darum bin ich allein losgezogen um schon mal ein paar nachforschungen anzustellen zur mülldeponie wiederholte mortema zweifelnd wird hier der abfall nicht abgeholt decker schüttelte den kopf außerdem kann man keine leeren blutbeutel in die tonnen im schuppen werfen weil das bären anlockt dem kerl von der mülldeponie stecke ich immer ein gutes trinkgeld zu damit er mich so spät noch rein lässt aha meinte mortema und musste ebenfalls grenzen decker zuckte mit den schultern kurz nach tagesanbruch war ich dann wieder hier scheint so als hätten wir uns verpasst ließ mortema ihn wissen wir waren um kurz nach zwei hier und danach haben wir uns auf die suche nach einem restaurant gemacht das rund um die uhr geöffnet hat weil breaker noch was essen wollte ich nehme an ihr habt den schlüssel auf dem türrahmen schnell gefunden auf anhieb versicherte mortema ihm decker nickte zufrieden hier oben schließen die wenigsten leute die haustür ab und ich würde es eigentlich auch nicht tun aber ich habe angst dass nachbarskinder oder besonders neugierige zeitgenossen ins haus kommen und die blutkonserven entdecken mortema verstand gut was der andere mann meinte ihre art wurde von geburt an darauf gedrillt vor aller welt zu verbergen was sie waren und auch jeden beweis verschwinden zu lassen der sie verraten könnte ich habe gesehen dass du dich unten im gästezimmer einquartiert hast fuhr decker fort ja rica hat meine sachen in das zimmer gebracht als wir angekommen sind antwortete er und runzelte die stirn ist es ein problem nein überhaupt nicht versicherte decker ihm und verzog den mund zu einem ironischen grinsen ein problem war nur dass er sich mein zimmer ausgesucht hat als ich ihn davor fand habe ich ihn gebeten sich ein schlafzimmer hier oben zu nehmen dann habe ich mich schlafen gelegt mortema grinste da er decker gut genug kannte um zu wissen dass diese bitte vermutlich in der form geäußert worden war dass er ihn aus dem bett gezerrt hatte er konnte für den jüngeren mann nicht viel mitgefühl aufbringen als er das große schlafzimmer gesehen hatte war ihm bereits der gedanke gekommen es könnte decker gehören aber bricker hatte den hinweis mit der bemerkung abgetan wenn decker das zimmer haben wolle würde er es eben räumen dass das am helllichten tag passieren könnte damit hatte bricker wohl nicht gerechnet es erstaunte mortema dass er von dem lärm nicht aufgewacht war hatte er doch für gewöhnlich einen sehr leichten schlaf aber als an diesem morgen sein kopf auf das kissen gesunken war da hatte ihn die müdigkeit übermannt obwohl er in einem fremden bett liegen musste bis vor zwanzig minuten hatte er tief und fest geschlafen doch dann war er von dem lauten knattern des rasenmähers auf dem nachbargrundstück aufgeweckt worden zunächst hatte er versucht das geräusch zu ignorieren aber das war ihm nicht gelungen der auspufftopf des mähers musste wohl einen defekt haben sofern ein rasenmäher sowas überhaupt besaß jesus sagt der decker dass ich wieder dem nachbargarten zugewandt hatte was macht die frau da nur mortema drehte sich um und schorte abermals aus dem fenster deckers cottage war in einen hügel hineingebaut worden das obere stockwerk befand sich komplett über der erde und wurde von einer veranda umgeben während unten nur der fitnessraum aus dem hügel herausragte die zimmer im rückwärtigen teil die nicht zum see sondern zur straße hingelegen waren hatte man ins erdreich gebaut was erklärte warum die schlafzimmer hier keine fenster aufwiesen so wie im stockwerk darüber bestand die zum see weisende wand aus einer reihe von großen von der decke bis zum boden reichenden fenstern die alle im schatten der veranda lagen auf diese weise entstand ein wunderbar schattiger platz von dem aus man zwischen den bäumen hindurch auf den rasen des nachbarhauses blicken konnte wo die beiden frauen mit dem man beschäftigt waren obwohl genau genommen mähte nur eine von ihnen nämlich die schwester namens alex die andere die tollpatschige sam ging neben ihr her und fuchtelte mit einem küchentuch und einer fliegen klatsche über deren kopf herum als ihm die beiden aufgefallen waren hatte er zunächst gedacht sam würde alex angreifen doch das wilde gefuchtel hielt auch jetzt noch an als die beiden nebeneinander her gingen völlig perplex verfolgte er wie die tollpatschige sam neben alex über den rasen starkste und bei jedem schritt über ihre eigenen füße zu fallen drohte während sie wie wild mit ihren utensilien herum fuchtelte die meiste zeit über galt ihre aufmerksamkeit ihre schwester aber ab und zu blieb sie stehen verscheuchte etwas das ihr vor der nase umher schwirrte und dann holte sie gleich wieder alex ein aus mortemars verärgerung über diese störung wurde allmählich sorge da er davon überzeugt war dass sam früher oder später hinfallen und unter dem rasenmäher landen würde sie war tatsächlich das tollpatschigste wesen das ihm je untergekommen war so unsicher auf den beinen wie ein gerade zur welt gekommenes fohlen oder wie eine betrunkene überlegte er und runzelte die stirn nein es war viel zu früh am tag um jetzt schon betrunken zu sein er sah auf sein handgelenk wo bei ihm einfiel dass er seine armbanduhr abgenommen hatte als er zu bett gegangen war nachdem er von dem lärmenden rasenmäher aus dem schlaf gerissen worden war hatte er die uhr auf dem nachtisch liegen lassen was zum töffel soll das fragte decker aufgebracht mortemar sah wieder nach draußen und stellte fest dass sam erneut das küchentuch und die fliegen klatsche gegen sich selbst gerichtet hatte deckers entsetzen verwunderte ihn nicht immerhin machte die frau den eindruck als würde sie unter irgendwelchen zuckungen leiden ich glaube sie versucht mücken oder was ähnliches zu verscheuchen aha decker nickte und sagte dann wahrscheinlich bremsen was ist mit bremsen beide männer drehten sich um und sahen bricker der soeben die treppe herunter kam wir sind hier für sterbliche eine ziemliche plage erläuterte decker von unsterblichen wollten insekten generell wenig wissen man vermutete dass die irgendein hormon abgaben das für die plagegeister entweder uninteressant war oder auf sie eine verwirrende wirkung hatte ich würde sagen momentan machen sie unserer nachbarin beim rasenmähen das leben schwer bricker stellte sich zu ihnen um ebenfalls aus dem fenster zu sehen eine zeitlang beobachtete er sams wilde gesten und machte eine zunehmend verdutzte mine dann jedoch fragte er kennst du sie nein erwiderte decker der makler hat mir in groben zügen was über die nachbarschaft erzählt als ich das haus gekauft habe aber ich habe einen großen bogen darum gemacht mich bei den nachbarn vorzustellen das wunderte mortimer nicht denn je näher decker seine nachbarn kannte umso kürzer würde er das cottage behalten können wenn er sich nicht verdächtig machen wollte am besten war es von den nachbarn gar nicht gesehen zu werden und was hat der makler über die drei gesagt fragte bricker neugierig decker schaute nachdenklich drein während er sich die details ins gedächtnis zurückrief die drei sind schwestern ich glaube sie heißen willen die vornamen habe ich wieder vergessen der makler hat sie mir zwar gesagt er zuckte beiläufig mit den schultern ihre eltern haben das cottage gekauft oder gebaut als die drei noch kinder waren die familie hat hier oben oft den sommer verbracht die eltern sind vor ein paar jahren ums leben gekommen bei irgendeinem unfall soweit ich weiß und die schwestern haben das haus geerbt mortema sah wie decker die augen ein wenig zusammenkniff und dann ergänzte seit zwei jahren gehört mir dieses cottage aber ich bin jetzt zum ersten mal in der hauptsaison hier sonst komme ich im herbst im winter und im frühling her dann ist es angenehm ruhig und es sind nur ein paar leute hier die das ganze jahr in ihrem cottage leben denen kann man normalerweise mühelos aus dem weg gehen und wenn mir doch mal jemand begegnet übernehme ich die kontrolle über seinen verstand und schicke ihn weiter ein moment lang schwieg decker dann fragte er bricker hat der rasenmäher dich auch aufgeweckt oh ja bestätigte der jüngere unsterbliche ein wenig gereizt die wände hier sind ja nur hauchdünn decker aus was bestehen die aus toilettenpapier das dürfte wohl nicht den bauvorschriften entsprechen entgegnete decker amüsiert ich habe übrigens vor das cottage abzureißen und etwas neues zu bauen ich warte nur darauf dass ich meine nachbarn zum verkauf entschließen damit ich ihr grundstück dazunehmen und mich ein wenig vergrößern kann der ehrgeizige plan ließ mortimer hellhörig werden willst du deine nachbarn bei der entscheidung unter die arme greifen ansonsten könnte das ziemlich lange dauern ich habe zeit gab decker zurück dem konnte mortimer nichts entgegen halten denn wenn nicht ein mord oder ein extrem unglücklicher unfall dazwischen kam war zeit etwas über das sie alle ohne ende verfügten außerdem konnte ich kaum schlafen weil es da oben so heiß ist klagte bricker und fügte dann neidvoll an hier unten ist es viel kühler dann ist wohl die klimaanlage nicht angesprungen meinte decker verwundert ich werde mich mal darum kümmern die kann nicht anspringen weil kein strom da ist kam mortimer ihm zuvor kein strom fragte decker überrascht als ich gestern abend das haus verlassen habe war noch alles in ordnung als wir in der nacht gekommen sind war der strom schon weg ließ bricker ihn wissen jesus becker machte kehrt und lief zu einem kühlschrank an der gegenüberliegenden wand er öffnete ihn und stöhnte entsetzt auf als er sah dass das licht nicht anging aber auch so war es hell genug um die ordentlichen reih und glied aufgestapelten blutbeutel erkennen zu können blutbeutel die unbrauchbar waren die dürften hinüber sein knurrte decker der sich dennoch vorbeugte um die hand auf mehrere der beutel zu legen sein gesichtsausdruck verriet dass ihm die temperatur nicht behagte er richtete sich auf und warf verärgert die tür des kühlschranks zu das muss das unwetter gewesen sein ich hätte nachsehen sollen als ich zwischendurch noch mal da war hier oben genügt ein kleiner schauer und schon fällt der strom aus keine sorge wir haben genügend blut mitgebracht du kannst was von uns bekommen ließ mortimer ihn wissen wenn du es oben in den kühlschrank gelegt hast können wir das ebenfalls vergessen erklärte decker haben wir nicht versicherte bricker ihm und berichtete von der speziellen kühlbox die sie mitgebracht hatten wie lange läuft die auf batterie fragte decker mortimer zog die brauen zusammen ich glaube die haben was von 24 stunden gesorgt na es gibt keinen grund die zeit komplett auszureizen ich habe einen generator ich werde ihn einschalten dann können wir das verdorbene blut im kühlschrank gegen eure konserven austauschen auf dem weg zur treppe murmelte er also darf ich heute abend schon wieder zur mülldeponie fahren als ich mich letzte nacht umgesehen habe ist mir kein generator aufgefallen wunderte sich bricker der steht im schuppen hinter dem cottage erklärte decker und verschwand nach oben als der rasenmäher nebenan ausgestellt wurde brachte die plötzliche stille mortimers gedanken zurück zu den frauen gerade drehte er sich zum fenster um da begann laut musik loszu plärren offenbar war man mit dem man fertig da alex das gerät zurück in die garage schob während sam zu den stufen ging die auf die veranda führten plötzlich blieb sie aber stehen da joe die dritte schwester mit drei flaschen aus dem haus kam durch das klare glas war eine goldgerbe flüssigkeit zu sehen in der limonenscheiben trieben trotz der entfernung konnte er auf einer der flaschen deutlich den schriftzug corona entziffern es handelte sich also um mexikanisches bier scheint so als ob unsere nachbarinnen party verrückt sind meinte bricker der neben ihm stand und nach drastend außen schaute ich will nicht hoffen dass die uns den ganzen tag mit lauter musik wach halten unwillkürlich musste mort immer lachen drei frauen sind doch noch keine party und nur weil sie um er sah sich um bis er eine wanduhr entdeckte der minutenzeiger rückte eben ein stück weiter also lief die uhr auf batterie und zeigte hoffentlich die richtige zeit an vier uhr ein bier trinken nachdem sie in dieser bullen hitze den rasen gemäht haben sind sie noch lange nicht party verrückt wenn wir hier alle keinen strom haben wieso können sie dann musik laufen lassen überlegte bricker mortimer erwiderte nichts darauf sondern beobachtete weiter die nachbarinnen lachen alex kam aus der garage den rasenmäher hatte sie dort irgendwo abgestellt sie und sam hatten joe je eine der bierflaschen abgenommen und plötzlich begann sie einen etwas eigenartigen tanz wobei sie erkennbar versuchte ihre schwestern zum mitmachen zu animieren wahrscheinlich haben sie einen cd player der auf batterie läuft beantwortete bricker seine eigene frage nachdem er den lichtschalter neben der schiebetür ein paar mal umgelegt hatte ohne dass etwas geschah oder sie haben ebenfalls einen generator gab mortimer zu bedenken kaum hatte er ausgesprochen erfüllte ein lautes motoren geräusch das cottage das musste deckers generator sein bricker versuchte sich noch einmal am lichtschalter und diesmal ging das licht an ein moment lang standen sie schweigend da dann fragte bricker hoffnungsvoll meinst du der produziert genug saft dass wir auch die klimaanlage einschalten können das tut er nicht antwortete decker der soeben die treppe herunter kam der generator war schon vorhanden als ich das haus gekauft habe er ist alt und nicht sehr leistungsfähig auch wenn er verdammt viel lärm macht ich wollte ihn schon längst austauschen lassen aber ich bin nie dazu gekommen ich schätze jetzt muss ich das wirklich in angriff nehmen für den kühlschrank und ein paar lampen wird er genügen bricker schaute ehrlich enttäuscht rein was mortimer darüber ins grübeln brachte wie heiß es oben wohl sein mochte seht mal sagte der jüngere unsterbliche plötzlich der alarm des generators hat offenbar deine nachbarinnen aufmerksam werden lassen mortimer und decker folgten seinem blick und stellten fest dass die frauen wie erstarrt dastanden und zum cottage rüberblickten wie kann es sein dass sie trotz der lauten musik den generator hören können murmelte decker der generator ist auch wirklich sehr laut meinte mortimer und verstummte als ihm auffiel dass die frauen sich der baumreihe nährten die die beiden grundstücke voneinander trennte au verdammt brummte decker das haben wir gleich sagte mortimer gelassen wir überzeugen sie einfach davon dass sie gar nicht herkommen wollen ich nehme mir die tollpatschige vor und welche soll das sein fragte bricker verwirrt die mit den langen haaren ah er nickte dann nehme ich die mit dem pferdeschwanz dann bleibt für mich ja nur noch eine übrig meinte decker lakonisch mortimer lächelte flüchtig und konzentrierte sich auf sam dann sandte er seine gedanken aus um ihre zu finden und die kontrolle über sie zu übernehmen beiläufig nahm er war wie zuerst eine dann die zweite schwester stehen blieb doch sam ging fröhlich weiter und schien nichts von seinen anstrengungen zu bemerken in ihre gedanken einzudringen aus einem unerfindlichen grund gelang es ihm einfach nicht also verstärkte er seine bemühungen äh mortimer meldete sich ein besorgter decker zu wort das sam noch immer nicht anhielt dass ihre schwestern ihr gar nicht mehr folgten schien sie nicht wahrzunehmen was ist los nichts ist los augenblick noch murmelte er unzufrieden und verstärkte noch einmal seine konzentration wieder verstrichen einige sekunden aber nach wie vor konnte er nicht in ihre gedanken vordringen wirst du sie nun aufhalten oder nicht fragte decker ärgerlich die beiden schwestern standen reglos wie zwei puppen da und warteten darauf dass die männer ihnen vorgaben was sie als nächstes denken sollten bevor sie die kontrolle über ihren eigenen körper zurück erlangten die männer wiederum warteten darauf dass mortimer endlich sam in den griff bekam nur wollte ihm das einfach nicht gelingen mortimer ich versuch's ja entgegnete der wütend du versuchst es wiederholte bricker etwas am tonfall in seiner stimme veranlasste mortimer war dazu seine bemühungen aufzugeben und den beiden männern einen unwilligen blick zuzuwerfen die zwei starrten ihn unglaublich an kannst du nicht in ihre gedanken vordringen fragte bricker natürlich kann ich das und wo ist dann das problem lass sie anhalten drängte decker mortimer wandte sich ab und versuchte es erneut du schaffst es nicht richtig du kommst nicht an ihre gedanken heran erklärte bricker der so klang als würde ihn diese tatsache begeistern diese begeisterung konnte mortimer nicht teilen mit finsterer miene gestand er schließlich ein nein ich schaff es nicht lass mich das machen warf decker ein kaum war sam unter kontrolle und stand so angewurzelt da wie die anderen klopfte bricker dem älteren und sterblichen fröhlich auf die schulter wow gratuliere mort du hast deine lebensgefährtin gefunden halt die klappe bricker knurrte mortimer aufgebracht du siehst gar nicht glücklich aus stellte decker fest die meisten und sterblichen vollführen freudensprünge wenn sie endlich ihren lebensgefährten finden mortimer setzte zu einer weiteren zornigen erwiderung an dann atmete er seufzend aus und entgegnete deutlich ruhiger das würde ich ja auch tun wenn sie tatsächlich meine lebensgefährtin wäre aber das ist sie nicht sie kann es gar nicht sein sie kann es nicht sein wiederholte decker überrascht und als mortimer nachdrücklich den kopf schüttelte fragte er und wieso nicht sieh sie dir doch nur an decker erwiderte er und war völlig erstaunt dass so etwas überhaupt gefragt wurde sie ist tollpatschig flach wie ein brett und diese frau sieht kein bisschen so aus wie die lebensgefährtin von der ich hastig unterbrach sich mortimer ehe ihm die worte jahrhundertelang geträumt habe über die lippen kommen konnten aber genau das war der fall in den 800 jahren seines lebens hatte er oft nachts wachgelegen und sich ausgemalt wie seine lebensgefährtin aussehen würde in seinen träumen war sie blond cool intelligent und sexy gewesen eine frau die er sich heutzutage als eine art jessica rabbit vorstellte der gedanke an diese zeichentrickfigur genügte um ihm ein lächeln auf die lippen zu zaubern aber dann fiel sein blick auf diese frau namens sam und sein lächeln war wie weggewischt sie hatte nichts von dieser traumfrau sie war groß dill tollpatschig und sie erinnerte ihn vor allem an Popeyes freundin olivia öl sie hatte sogar die gleichen dunklen haare nur trug sie keinen dutt mortemers finstere gedanken wurden jäh unterbrochen als decker ihm mitfühlend auf die schulter klopfte ich habe auch ein idealbild wie meine lebensgefährtin aussehen sollte gab der andere unsterbliche zu für mich müsste sie wie angelina jolie in mr. und mrs. smith sein oder in tomb raider ach eigentlich ist der film ganz egal hauptsache sie sieht wie angelina jolie aus mortema schloss seufzend die augen da ihm klar wurde dass decker soeben seine gedanken gelesen hatte normalerweise wäre er dazu gar nicht in der lage gewesen es ging also schon los dachte er betrübt er verlor die kontrolle über seinen verstand und machte es allen anderen unsterblichen möglich sich nach belieben in seinen gedanken umzusehen so wie die tatsache dass er nicht in den geist seiner lebensgefährtin vordringen konnte war dies ein weiterer beleg dafür dass sie tatsächlich diejenige war vermutlich würde er bald wieder anfangen zu essen anstatt das essen auf dem teller hin und her zu schieben womit er sich derzeit noch begnügte wenn er bricker in einem lokal gesellschaft leistete nein er würde wieder richtig essen er würde es genießen und hunger nach mehr bekommen verdammt das war nun wirklich das letzte womit er bei diesem auftrag gerechnet hatte jessica rabbit fragte bricker plötzlich ungläubig olivia oh man mort also ehrlich ich habe ja schon so manche sexistische äußerungen mitbekommen aber frauen als zeichentrickfiguren anzusehen du hast ja echt ein problem mein freund er schüttelte den kopf vielleicht war es doch keine so gute idee dass wir uns letzte woche diesen zeichentrick marathon am fernsehen angetan haben das war meine schuld du wolltest dir das gar nicht ansehen aber ich breaker unterbrach mortimer ihn frustriert und fuhr sich mit einer hand durchs haar das ist nicht deine schuld und mit zeichentrick serien hat es auch nichts zu tun sie ist einfach nicht mein typ nach einigen schweigsamen sekunden drehten sich die drei um und sahen sam an decker hatte in dem moment die kontrolle über sie übernommen als sie ausrutschte und mit dem hintern voran im morast auf dem weg landete der unter den bäumen hindurch zwischen den beiden grundstücken verlief noch immer saß sie da und lieferte den lebenden beweis für ihre eigene schusseligkeit mortimer entging nicht wie die beiden anderen männer sich ansahen dann fragte decker wie alt bist du noch gleich mortimer achthundert und ein paar zerquetschte richtig ja bestätigte der skeptisch da er wusste der andere unsterbliche fragte nicht nicht aus bloßem interesse decker nickte und wie vielen frauen bist du in dieser zeit begegnet die du nicht lesen konntest anstatt zu antworten kniff er die lippen zusammen sam war die erste nach achthundert langen und einsamen jahren war es dumm von ihm sich gegen sam zu sträuben nein entschied er hätte er die frau allein nach ihrem aussehen beurteilt dann wäre das etwas anderes gewesen aber es ging nicht nur darum ihr fehlte auch jede spur von anmut und außerdem was wenn sie tatsächlich eine alkoholikerin war vielleicht konnte er sie ja deshalb nicht lesen womöglich war sie jetzt gerade betrunken und unter einfluss von alkohol lassen sie sich sogar noch einfacher lesen machte decker ihm klar und gab damit zu erkennen dass er nach wie vor in mortemers gedanken herumstöberte die gedanken eines betrunkenen sind wirr und ungeordnet dann existieren überhaupt keine barrieren mehr mortemers sah wieder zu sam und wusste es war dumm von ihm überhaupt zu zögern willst du wirklich nochmal achthundert jahre warten bis dir die nächste mögliche lebensgefährtin über den weg läuft bei dem gedanken an diese möglichkeit verzog er den mund hielt jedoch dagegen wir sind hier um einen auftrag zu erledigen aber nicht um frauen nachzustellen rick erhob eine augenbraue und wandte sich decker zu sehe ich es richtig dass du mit dem gesellschaftlichen leben hier oben nicht besonders vertraut bist ja woher weißt du das na du kennst ja nicht mal deine nächsten nachbarn betonte er und fuhr fort dann könnten diese drei hübschen für uns ja von nutzen sein durch sie finden wir heraus was die meisten heute machen wenn sie hier in der gegend ausgehen wollen denn da wird sich irgendwo auch unser abtrünniger herumtreiben decker nickte bedächtig dann zog er den offensichtlichen schluss aus diesem vorschlag und mortimer bekommt die gelegenheit diese frau besser kennenzulernen damit er entscheiden kann ob sie sich als lebensgefährtin eignet oder nicht ganz genau meinte bricker strahlend mortimer verzog wieder den mund signalisierte aber mit einem widerstrebenden nicken und eine zustimmung er würde der frau eine chance geben auch wenn er sich nicht vorstellen konnte wie sie beide zusammenpassen sollten sie war überhaupt nicht sein typ hallo abrupt drehte er sich um und sah dass die frau inzwischen vor der tür stand sie war groß und schlank den mund hatte sie zu einem breiten lächeln verzogen als er decker daraufhin einen finsteren blick zuwarf zuckte der nur verflüchtig mit den schultern und sagte ich musste zwar gleichzeitig kontrollieren aber ich war abgelenkt mortimer schnaubte wütend da er ihm kein wort glaubte wir haben ihren generator gehört und da dachten wir wir kommen mal rüber und stellen uns vor erklärte sam gut gelaunt wir hatten das schon früher machen wollen allerdings war bei ihnen bislang nie jemand zu hause wenn wir hier waren als die männer sie wortlos ansahen legte sie den kopf ein wenig schräg und ergänzte grinsend aber jetzt sind sie ja tatsächlich mal da sie sind doch die eigentümer nicht wahr oder haben sie das cottage nur für eine woche gemietet ich bin der eigentümer erwiderte decker öffnete die fliegengittertür und trat nach draußen in den schatten der veranda um ihr die hand zu geben decker pimps hallo ich bin samantha willen stellte sie sich vor und ergriff seine hand und das hier sind meine schwestern joe und huch verwundert sah sie sich um da sie ihre schwestern hatte vorstellen wollen sie aber ganz allein dastand ihr blick folgte dem weg den sie gekommen war und dann entdeckte sie die beiden frauen die in einiger entfernung immer noch wie angewurzelt dastanden ich glaube die frau mit dem pferdeschwanz ist in irgendwas getreten sagte decker beschwichtigend während sein blick auf samantha willens gesicht konzentriert war als sie mit einem mal nicht mehr irritiert zu ihren schwestern schaute wusste mortimer dass decker sich in ihren verstand eingeschlichen hatte damit sie sich nicht länger am eigentümlichen verhalten der beiden frauen störte aus einem unerklärlichen grund missfiel ihm das denn auch wenn er in sam ganz sicher nicht seine lebensgefährtin sah wollte er dennoch nicht dass irgendjemand sich in ihren gedanken zu schaffen machte da kommen sie ja schon auf deckers bemerkung hin schaute mortimer zum rand des grundstückes und sah dass die beiden frauen sich jetzt tatsächlich dem haus näherten er und bricker dirigierten sie zum cottage und sehr wahrscheinlich manipulierten sie dabei die erinnerung der beiden sodass die schwestern glaubten die pferdeschwanzträgerin sei tatsächlich in irgendetwas getreten dass die anderen männer die beiden frauen kontrollierten störte mortimer gar nicht er konnte sam nicht besser leiden doch wenn sie sich tatsächlich als seine lebensgefährtin entpuppte dann wollte er nicht dass jemand mit ihren gedanken spielte alles in ordnung fragte sam als die beiden frauen bei ihr ankamen ja alles bestens ich bin bloß in irgendwas reingetreten antwortete joe unbestimmt und lächelte die männer an hi ich bin josephine willem und ich bin alexandra verkündete die dritte schwester schön dass ich endlich mal meine nachbarinnen kennenlerne sagte decker lässig während sich mortimer zusammenreißen musste um diese dreiste lüge nicht mit einem aufgebrachten schnauben zu kommentieren die dinge ändern sich eben raunte decker ihm zu und machte mortimer damit klar dass er unverändert dessen gedanken las diese erkenntnis verärgerte ihn da er es für ausgesprochen unhöflich hielt dass der mann jede gelegenheit nutzte in seinen kopf einzudringen kaum dass er verwundbar geworden war ich bin decker pimps sagte der und übernahm es alle miteinander bekannt zu machen das sind justin bricker und garret mortimer mortimer zwang sich seine finstere mine zu überspielen und den frauen zuzunicken man begrüßte sich gegenseitig dann erklärte alex wir haben gehört wir haben gehört wie ihr generator ansprang und da dachten wir dass wir herkommen und sie nach diesem generator fragen wir hatten auch schon überlegt ob wir uns einen zulegen sollten aber sie zuckte unbestimmt mit den schultern die dinge sind sehr laut nicht wahr dieser generator war schon hier als ich das cottage gekauft habe ich glaube neuere modelle sind nicht mehr so laut erklärte decker tut mir leid wenn wir damit ihre ruhe gestört haben oh keineswegs beteuerte joe der ist eigentlich nicht lauter als unser rasenmäher wir wollten in erster linie hallo sagen und sie informieren worüber fragte bricker neugierig über den stromausfall meinte joe lächelnd während ihr blick interessiert zu dem jüngeren und sterblichen wanderte von offizieller seite heißt es dass die stromversorgung bis heute abend um acht uhr wieder hergestellt sein soll wobei man nicht vergessen darf ergänzte sam ironisch dass es heute morgen von offizieller seite noch hieß die stromversorgung sei bis um vier uhr heute nachmittag wieder hergestellt vor morgen früh wird es wahrscheinlich nichts werden läuft es hier immer so unzuverlässig ab wunderte sich bricker die frauen sahen sich kurz an grinsten schief und antworteten dann im chor ja hm machte er könnten sie uns denn sagen wo wir den nächsten supermarkt finden wir hatten gedacht wir könnten hier unsere besorgungen erledigen deshalb haben wir nichts mitgebracht oh sam legte die stirn in falten und nach einem kurzen blick zu ihren schwestern entgegnete sie ich weiß nicht ob der noch geöffnet hat unser supermarkt bei uns zu hause hat sonntags immer nur bis vier uhr offen und jetzt haben wir nach vier hier haben die wegen der vielen urlauber vielleicht länger geöffnet wandte alex ein mag sein aber es würde mich nicht wundern wenn sie nach dem stromausfall heute gar nicht erst aufgemacht hätten hielt sam dagegen ach die haben da doch generatoren wandte joe ein sonst müssten sie die ganze gekühlte ware ja ständig wegwerfen sobald der strom ausfällt ja pflichtete sam ihr bei trotzdem werden die vielleicht nur die kühltruhen und die tiefkühltruhen mit den generatoren betreiben aber nicht die beleuchtung und die kassen ich kann mir vorstellen dass es schrecklich teuer ist einen ganzen laden mit generatoren zu versorgen joe schnalzte mit der zunge und murmelte etwas das ich anhörte wie mein gott da spricht wieder die anwältin sam verdrehte die augen als würde sie diesen kommentar öfter hören dann zwang sie sich zu einem lächeln packte ihre schwestern nahm arme und zog sie mit sich wenn sie uns für einen moment entschuldigen würden mortimer und die anderen sahen einander an während sich die frauen ein paar schritte entfernten und hektisch zu tuscheln begannen augenblicke später waren sie schon wieder da joe lächelte in die runde und sagte wir würden sie gern zu einer stromausfallparty einladen als die drei unsterblichen sie nur sprachlos ansahen erklärte sam wir haben essen mitgebracht das machen wir immer und normalerweise passiert auch nichts es kommt nicht oft vor dass wir so lange keinen strom haben aber diesmal wahrscheinlich ist es besser wenn wir so viel wie möglich davon essen anstatt darauf zu hoffen dass es im kühlschrank den stromausfall unbeschadet übersteht wir haben jede menge essen mit darum würden wir uns freuen wenn sie zu uns kämen jede menge wiederholte alex schnaubend und listete dann auf wir haben vorräte für eine woche würstchen hot dogs hamburger steaks filet wir haben mehr als genug da ich bin mir sicher wir werden nicht die vorräte für eine ganze woche vertilgen können meinte decke amüsiert aber wir würden gern zu ihrer stromausfallparty kommen warf bricker hastig ein der offenbar fürchtete der mann könne ihn ums essen bringen und wenn sie wollen können sie gern ihr fleisch in unserem kühlschrank lagern immerhin haben wir nichts zu essen mitgebracht also ist da platz genug oh das ist ja süß von ihnen strahlte joe ja sehr süß gab mortimer zurück und warf dem jüngeren mann einen finsteren blick zu er rechnete fest damit dass decker sich sofort gegen dieses angebot aussprach doch das geschah nicht ja das ist süß stimmte alex ihr zu und warnte sich ihren schwestern zu wir können milch und käse und die filets in ihrem kühlschrank deponieren und heute abend gibt es würstchen hamburger hot dogs und so weiter wir haben auch noch drei steaks rief joe dazwischen die können wir braten und halbieren damit alle was davon haben ich werde die menge kartoffelsalat verdoppeln die ich gerade zubereite entschied sam in ihrer begeisterung darüber was sie alles vorhatten machten sie sich auf den weg zurück zu ihrem cottage als sam auf einmal merkte wie unhöflich sie sich verhielten und stehen blieb um sich zu den männern umzudrehen entschuldigen sie aber wir sind gleich wieder da wir müssen nur ein paar sachen holen die beiden schwestern nickten zustimmend dann zog sich die gruppe auf ihr grundstück zurück eine stromausfall party meinte bricker grinsend kartoffelsalat hamburger würstchen und steaks das könnte richtig gut werden und das essen seite an seite mit unseren blutbeuteln im kühlschrank fügte mortimer sarkastisch hinzu und verspürte eine gewisse zufriedenheit als der jüngere unsterbliche prompt ein ernstes gesicht machte becker dagegen schien diese vorstellung nichts auszumachen ich habe hier zwei kühlschränke beide sind für blutkonserven wie von abb empfohlen auf zwei grad eingestellt aber den kühlschrank oben stellen wir auf eine höhere temperatur damit sie ihre sachen da unterbringen können siehst du bemerkte bricker an mortimer gewand es ist alles bestens wir haben zwei kühlschränke wir können den frauen behilflich sein zerneknirschend nickte mortimer oben gibt es noch zwei gästezimmer eins davon mit etagenbett sollen wir ihnen die auch noch anbieten damit sie nicht in einem cottage ohne strom schlafen müssen trigger grinste ihn breit an du hast eindeutig zu viel zeit mit lucien verbracht seine schlechte laune hat auf dich abgefärbt komm schon mortimer drängte er das könnte richtig lustig werden mortimer sah ihn mit zusammengekniffenen augen an dann drehte er sich weg und kehrte mit einem gereizten ins cottage zurück mach schon mortimer es ist fast sieben und wir haben noch immer nichts getrunken mortimer zog sein t-shirt gerade dann fasste er nach der klinke und riss die tür in dem moment auf als bricker erneut klopfen wollte oh du bist ja fertig stellte der erstaunt fest und ließ den arm sinken ja gab mortimer knapp zurück und hör auf mich anzutreiben immerhin warst du derjenige der hier mehr als eine stunde zugebracht hat ich habe nicht mal zehn minuten gebraucht ich lege nun mal gerne in der badewanne konterte bricker wie selbstverständlich komm schon wir können trinken während decker duschen geht mortimer reagierte mit einem gereizten brummen offenbar gab es im badezimmer im untergeschoss irgendein leck deshalb waren sie gezwungen sich das badezimmer im ersten stock zu teilen ermurmelte etwas vor sich hin während er dem jüngeren mann nach unten in den fitnessraum folgte wo sich der kühlschrank mit den blutkonserven befand sein blick wanderte dabei zum fenster durch das er den himmel sehen konnte dabei fiel ihm auf dass es draußen zwar noch hell die sonne aber wenigstens nicht mehr zu sehen war sie konnten jetzt gefahrlos aus dem haus gehen dennoch würde er wohl sicherheitshalber einen beutel mehr als üblich trinken er nahm den beutel entgegen den bricker ihm reichte und wartete bis seine reißzähne zum vorschein kamen dann drückte er die blutkonserven gegen die spitzen und begann zu trinken dass sie dabei nicht reden konnten war ihm nur recht konnte er auf diese weise doch eine langwierige diskussion darüber vermeiden dass einer lebensgefährtin etwas ganz seltenes war und er sich nicht dagegen sträuben sollte Samantha Willen als seine lebensgefährtin zu akzeptieren nachdem die frauen gegangen waren hatte er sich von decker und bricker einen langen vortrag zu dem thema anhören müssen er war es leid sich damit zu beschäftigen vor allem weil er sich hin und her gerissen fühlte ihm war nur zu deutlich bewusst wie selten es vorkam dass man einem sterblichen begegnete den man nicht lesen konnte hier bricker gab ihm einen zweiten beutel als er den soeben gelehrten wegnahm drei blutkonserven lang standen sie da und schwiegen sich an diskutierten dann kurz und griffen jeder zu einem vierten beutel erst danach waren sie der meinung dass sie genügend gegen mögliche nachteilige wirkungen durch das restliche tageslicht geschützt waren ich sehe mal nach decker ob er inzwischen fertig ist erklärte bricker und nahm die leeren blutbeutel mit um sie in der küche in den abfalleimer zu werfen mortimer nickte zustimmend dann stellte er sich ans fenster und sah nach draußen als er hörte wie in der ferne eine fliegengittertür zufiel wanderte sein blick zum nachbargrundstück und als er nach draußen ging konnte er alex und sam erkennen die sich über einen auf dem grill stehenden kochtopf beugten was sich darin befand wusste er nicht aber die frauen hatten angefangen irgendetwas darin zu erhitzen als bricker sich zurückgezogen hatte um sein bad zu nehmen immer wieder war mortimer seitdem der versuchung erlegen einen blick nach nebenan zu werfen um die dortigen aktivitäten zu verfolgen selbst als die beiden unsterblichen ihm vorhaltungen gemacht hatten war er nicht davon abzubringen gewesen den frauen bei der vorbereitung ihrer stromausfallparty zuzusehen dummerweise war dabei seine überzeugung nur noch weiter erhärtet worden dass samantha willen nicht für ihn bestimmt war diese frau war in einem unerträglichen maß tollpatschig unzählige maler hatte sie das gleichgewicht verloren zwei drinks waren ihr aus der hand gerutscht außerdem ein teller sowie messer gabeln und löffel gleich dutzendweise als sie in aller eile den tisch gedeckt und den grill vorbereitet hatten nein diese frau konnte nicht seine lebensgefährtin sein er hörte bricker die treppe herunter kommen seufzte schwer und ging zurück ins cottage er zog das fliegengitter hinter sich zu als der jüngere unsterbliche gerade die unterste stufe verließ decker ist jetzt fertig er sagt wir sollen schon vorgehen er braucht noch einen moment trinkt ein paar bottel und kommt dann sofort nach warum warten wir nicht einfach auf ihn und gehen dann zusammen rüber schlug mortimer vor weil es jetzt sieben uhr ist und um die zeit sollen wir da sein wie sie uns gesagt haben als sie das fleisch hier brachten das wir für sie aufbewahren sollen wir gehen jetzt rüber und sagen ihnen dass decker jeden augenblick nachkommen wird bricker ging an ihm vorbei und verließ das cottage jetzt komm schon parties sollen schließlich spaß machen er genau seufzte mortimer leise und folgte ihm widerstrebend sam hatte die veranda verlassen als sie das cottage der willens erreichten und auch der große kochtopf war verschwunden der gut eine stunde lang auf dem grill gestanden hatte alex war noch da und kümmerte sich um burger würstchen und steak streifen die auf dem grill schmorten herzlich willkommen begrüßte sie die beiden mit einem strahlenden lächeln dann stutzte sie als sie bemerkte dass sie nur zu zweit waren was ist mit ihrem freund decker kommt gleich nach versicherte bricker ihr wir haben nur eine dusche zur verfügung und er ist noch nicht fertig oh sie verzog den mund zu einem schiefen lächeln dann zuckte sie mit den schultern ich hoffe er braucht nicht mehr allzu lang das fleisch ist fast durch er wird sich beeilen beteuerte mortimer dann ergänzte er bricker ist der einzige der sich für eine schönheitskönigin hält und im badezimmer immer eine ewigkeit braucht stimmt bestätigte bricker schamlos grinsend ich weiche meine haut gern so lange ein bis sie fast abfällt da können sie sich mit Joe zusammentun meinte Alex amüsiert ah kann ich ihnen beiden ein bier anbieten mortimer zögerte und sah zu bricker alkohol zeigte bei ihrer art nicht die gleiche wirkung wie bei einem sterblichen zwar verspürten sie einen kurzzeitigen rausch aber zugleich wurde ihr blut gezwungen intensiver zu arbeiten um die chemikalien aus dem körper zu schaffen die genau diesen effekt auslösten was wiederum den durst auf etwas ganz anderes weckte doch er wusste auch dass man in geselliger runde und erst recht zum barbecue ein bier trank daher hätte es womöglich seltsam ausgesehen wenn er das angebot ausgeschlagen hätte außerdem hatten sie ja einen zusätzlichen blutbeutel getrunken das bier ist gekühlt ergänzte Alex verführerisch und als die beiden Männer sie verwundert anschauten erklärte sie wir haben den kühlschrank von mutter natur benutzt den sie fügte sie schließlich noch hinzu als sie sah dass die zwei noch immer nicht verstanden was sie meinte das war sams idee wir haben limo und bier in reusen gepackt und die am landungssteg ins wasser gehängt sehr raffiniert lobte bricker voller bewunderung ist das nicht raffiniert ja das ist raffiniert pflichtete er ihm bei und schaffte es nur mit mühe nicht die augen zu verdrehen weil der jüngere mann viel zu offensichtlich versuchte die vorzüge dieser frau zu betonen das würde eine lange nacht werden ein bier wäre schön entschied bricker für sie beide auf welcher seite des landungsstegs hängt denn der korb ich hole ihn schon bot sich Alex an und klappte den deckel über den grill wo ist sam fragte bricker als sie die stufen hinunter gehen wollte Alex drehte sich um und machte eine leicht überraschte miene antwortete dann aber sie ist noch mit dem kartoffelsalat beschäftigt und joe schneidet das gemüse für die dips klein ok danke meinte er lächelnd und nachdem sie fort war drehte er sich zu mortimer um sam ist im haus mit dem kartoffelsalat beschäftigt das war nicht zu überhören also fragte er ungeduldig also was herrschel mortimer ihn an du solltest reingehen und sie fragen ob du ihr helfen kannst er sah den jüngeren unsterblichen an als habe er einen verrückten vor sich wie um alles in der welt kommst du auf den gedanken ich wüsste irgendetwas übers kochen das denke ich gar nicht hielt bricker dagegen ich dachte nur du weißt zumindest ein bisschen über frauen und darüber dass man sich im gleichen raum mit ihnen befinden sollte wenn man sie umwerben will umwerben mortimer hätte sich vor schreck über dieses wort fast verschluckt meinetwegen wenn man sie näher kennenlernen will gab bricker zurück mach schon geh zu ihr und sie nach ob sie hilfe braucht oder ob sie gesellschaft haben will während sie kartoffeln schneidet oder sonst was macht als mortimer zögerte ergänzte er bei der gelegenheit kannst du sie auch fragen was die leute hier so machen wenn sie mal ausgehen wollen ja gut seufzte mortimer und ging zum cottage joe war gerade ins badezimmer gegangen als sam hörte wie die fliegengittertür knarrend geöffnet wurde sie stand an der spüle und gab die kartoffeln aus dem kochtopf in ein sieb um sie unter kaltes wasser halten zu können Alex musste ins haus gekommen sein was machen die steaks ich bin mit dem kartoffelsalat fast fertig die steaks dürften fast durch sein allerdings mag ich sie lieber blutig vor schreck über die tiefe männerstimme riss sam den kopf herum und entdeckte ihren gut aussehenden nachbarn garret mortimer in der küche dummerweise war eine solch hastige bewegung gift für ihr entzündetes ohr und da die welt für sie dadurch fast sofort in schieflage geriet ließ sie instinktiv den kochtopf los damit sie sich an der arbeitsplatte festhalten und das gleichgewicht wahren konnte der topf schlug mit lautem knall auf dem boden der spüle auf kochend heißes wasser spritzte umher und traf sie am arm der plötzliche schmerz ließ sie aufschreien und sie machte instinktiv einen satz nach hinten rutschte dabei aber auf dem wasser aus das auf den fußboden gespritzt war und verlor den halt ehe sie sich versah war sie auf ihrem hinterteil gelandet und saß auf dem linoleum boden sam nahm vage wahr dass mortimer noch etwas rief und auf sie zustürmte doch von ihrem sturz und von den schmerzen die von ihrem po und von ihrem verbrannten arm ausstrahlten war sie so benommen dass sie einfach sitzen blieb wo sie gelandet war sie hielt ihren schmerzenden arm und schnappte nach luft alles in ordnung fragte mortimer und hockte sich neben sie lassen sie mich ihren arm sehen sam was ist passiert rief joe die aus dem flur in die küche gelaufen kam nicht so schlimm ich bin bloß hingefallen antwortete sie mit zitternder stimme ohne den blick von garrett mortimers gesicht abzuwenden während joe beunruhigt und besorgt wirkte machte ihr nachbar eine verärgerte miene welchen grund hatte er wütend zu sein rätselte sam schließlich hatte sie ihm keine verbrennungen zugefügt als er nach ihrem armgriff um die verletzungen zu begutachten stockte ihr kurz der atem wieder ging die tür auf und sie drehte sich um weil sie sehen wollte wer noch alles zeuge ihrer jüngsten demütigung werden würde die sie ihrer verdammten ohren entzündung verdankte dass alex in die küche geeilt kam störte sie nicht weiter aber auf justin ricker hätte sie gut verzichten können der mann blieb an der tür stehen und sah sich im cottage um woraufhin sie ihren blick ebenfalls schweifen ließ ihre eltern hatten dieses cottage gebaut als sie und ihre schwestern noch kinder gewesen waren und es war nicht annähernd so groß und schick wie das haus in dem die männer wohnten zur vorderseite hin gab es einen raum von mittlerer größe der einem kleinen wohnbereich und der kochecke platz bot im hinteren teil fanden sich drei sehr kleine schlafzimmer ein winziges badezimmer und ein ebenso winziger vorratsraum in dem der warme wasserboiler untergebracht war einen ersten stock wie beim cottage nebenan gab es hier nicht und das erdgeschoss war bestenfalls halb so groß wie die grundfläche des benachbarten gebäudes und trotzdem hätte sie das alles für nichts in der welt hergegeben es war schließlich ein cottage und kein luxusquartier für einen reichen und mit diesem kleinen gemütlichen cottage waren zu viele wunderschöne erinnerungen verbunden die ohrenentzündung schlägt wieder zu stellte alex bestürzt fest und lenkte sams aufmerksamkeit auf sich hast du dir wehgetan sie hat sich den arm verbrannt murmelte mortimer vorgereizt eine ohrenentzündung fragte bricker erstaunt der hinter alex stehengeblieben war und interessiert über deren schulter zu sam schaute sie hat eine mittelohrentzündung die immer wieder kommt und dann ihren gleichgewichtssinn stört erläuterte joe die sorgenvoll auf sams arm schaute als mortimer ihn vorsichtig hin und her drehte um sich ein bild davon zu machen wie weit die verbrennung reichte eine mittelohrentzündung wiederholte bricker dabei entging sam nicht dass er sehr eindringlich mortimer ansah während er das sagte können sie nichts dagegen einnehmen fragte er dann sam hat sie schon gemacht kam joe ihr zuvor die ärzte haben ihr alle möglichen antibiotika verabreicht trotzdem kommt die entzündung immer wieder ihr arzt hat jetzt endlich einen termin bei einem spezialisten vereinbart ja aber es dauert ewig bis der was frei hat deshalb kann sie von glück reden wenn sie den termin noch erlebt entrüstete sich alex mich wundert dass sie sich nicht längst versehentlich umgebracht hat hätte sie darauf bestanden dass ihr arzt sie an einen spezialisten überweist als ich ihr das gesagt habe dann hätte sie jetzt schon lange keine entzündung und damit auch keine probleme mehr aber nein nicht mit miss ich bin zu beschäftigt um mich darum zu kümmern sie musste die sache ja immer weiter verschleppen und alex herrschte sam sie verärgert an du hast sicher mitbekommen dass ich hier sitze und jedes wort höre sie sah ihre schwester gereizt an und hielt dann inne als ihr auffiel wie mortemers mundwinkel zuckten offenbar fand er ihre ungehaltene art amüsant was sie nur noch mehr aufregte das ist eine hässliche brandverletzung stellte er fest und beugte sich vor damit er ihren arm genauer mustern konnte plötzlich wurde ihr bewusst dass sie auf seinen kopf starrte sein blondes kurz geschnittenes haar war so voll und dicht dass sie kaum die gesunde rosige kopfhaut entdecken konnte ihr fiel auf dass von ihm eine angenehm würzige variante eines waldigen duftes ausging den sie tief zu inhalieren versuchte ohne zu zeigen dass sie an ihm schnuppern wollte unwillkürlich schüttelte sie den kopf und fragte sich ob sie sich den wohl unbemerkt bei ihrem sturz angeschlagen hatte dass sie sich jetzt so untypisch verhielt normalerweise wurde sie so von ihrem job mit beschlag belegt da blieb gar keine zeit um auf männer zu achten und dieser mann hier war ganz sicher niemand den sie interessant finden sollte er war ein fremder von dem sie lediglich den namen kannte und wusste dass er im cottage gleich nebenan einquartiert war kommen sie sie sollten besser aufstehen verwundert nahm sie zur kenntnis wie mühelos er sie hochzog bis sie wieder auf den beinen stand haben sie eine salbe im haus die gegen verbrennungen hilft fragte er alex während er sam zu dem alten esstisch dirigierte ja im badezimmer antwortete alex ich hole sie schon und ich werde den boden trocken wischen erklärte joe und folgte ihrer schwester alex durch den flur setzen sie sich sagte mortimer zu ihr sein tonfall war jetzt nicht mehr so wütend und hatte aus einem unerklärlichen grund einen etwas sanfteren klang angenommen zuvor hatte er sich so angehört als vermute er sie habe sich absichtlich verbrannt und zu boden fallen lassen der gedanke erinnerte sie an den kochtopf im spülbecken und sam warf einen blick dorthin zwar war das heiße wasser auf die arbeitsplatte und auf den fußboden gespritzt doch zu ihrer erleichterung waren die kartoffeln unversehrt geblieben der größte teil befand sich noch im kochtopf nur einige wenige waren im spülbecken gelandet es würde genügen die einmal abzuspülen dann konnte sie sie immer noch für den salat verwenden sie hatte eine halbe ewigkeit damit zugebracht die verdammten dinger zu schälen und zu schneiden und genau so lange hat es danach gedauert das wasser auf dem grill zum kochen zu bringen wäre das alles vergebens gewesen habe ich mich darüber schwarz geärgert den kartoffeln ist nichts passiert und jetzt setzen sie sich hin forderte mortimer sie auf dem offenbar nicht entgangen war was sie so mit sorge erfüllt hatte ich kümmere mich um die kartoffeln warf bricker ein und ging zur spüle na sehen sie bricker macht das schon und jetzt setzen sie sich damit ich mir den arm genauer ansehen kann das haben sie doch das haben sie doch bereits getan wandte sie argwöhnisch ein ja aber hier ist das licht besser sam wollte protestieren verstummte jedoch gleich wieder der tisch stand am fenster und da herrschten tatsächlich bessere lichtverhältnisse ihr war gar nicht aufgefallen wie düster es bereits geworden war doch als sie jetzt aus dem fenster blickte wurde ihr bewusst dass sich die sonne längst hinter den horizont zurückgezogen hatte mehr zeit als erwartet war dafür draufgegangen das fleisch nach nebenan in das cottage der männer zu tragen um es vorübergehend dort im kühlschrank zu lagern und auch die vorbereitungen auf dem grill hatten viel länger gedauert hier das sollte helfen alex war zurück und drückte mortimer eine tube salbe in die hand ihr besorgter blick blieb an sams verbranntem arm hängen aber schließlich erklärte sie widerstrebend ich muss raus und nach dem fleisch auf dem grill das meiste davon war vorhin fast schon durch ich war eigentlich nur reingekommen um nachzusehen wie lange du noch für den kartoffelsalat brauchst den nehme ich mir vor sobald ich meinen arm eingerieben habe versicherte sam ihr und wollte nach der tube begreifen doch mortimer hielt sie so dass sie sie nicht zu fassen bekam rica kümmert sich um den salat ich werde die brandwunde versorgen stellte der störrische mann klar und schob ihre hand zur seite wir sind hier gleich fertig alex machte eine erstaunte mine als sie mortimers bestimmenden tonfall vernahm dann wandte sie sich ab und ging zur tür dabei war sam aber nicht das schelmische grinsen entgangen das die mundwinkel ihrer schwester umspielte alex fand das alles offensichtlich amüsant sam dagegen überhaupt nicht sie war eine starke unabhängige karrierefrau und sie war es nicht gewöhnt wie ein ungezogenes kind behandelt zu werden ich kann mich selbst schmutzte meinen arm kümmern knurrte sie aus vielleicht einer spur zu schroff heraus kam immerhin wollte der mann ihr doch nur helfen davon bin ich überzeugt erwiderte mortimer trotzdem werde ich das jetzt machen ihren frostigen blick ignorierte er dabei völlig stattdessen schraubte er die tube auf da sie für den moment zur untätigkeit verdammt war blieb sam nichts anderes übrig als sich in der küche umzusehen joe hatte mit dem mob alles wasser aufgewischt und nun stand sie neben bricker vor der spüle und half ihm bei den kartoffeln als mortimer wieder die hand um ihren arm legte drehte sie sich hastig um und stellte mit erleichterung fest dass sich keine brandblasen gebildet hatten mortimers finger lenkten sam ab als er sanft die salbe auf ihrem arm verteilte dieser mann ging unglaublich behutsam vor seine berührungen fühlten sich federleicht leicht an und wie ihr jetzt auffiel hatte er ausgesprochen schöne hände die weder schwielen noch narben aufwiesen es gab keinen zweifel daran dass er sich seinen lebensunterhalt auf eine weise verdiente die seine hände schonte warum haben sie nicht den rat ihrer schwester befolgt und einen facharzt aufgesucht fragte mortimer sam zuckte mit den schultern es war ihr unangenehm zugeben zu müssen dass sie ihre gesundheit vernachlässigt hatte diese entzündung ist zum ersten mal aufgetreten als ich gerade meinen abschluss und meinen ersten job angenommen hatte es war eine schrecklich hektische zeit weil ich mich erst mal einarbeiten musste und sie verzog den mund und gestand ihm ich hatte einfach gehofft mein körper würde das schon wieder in den griff bekommen als er sich nicht dazu äußerte sah sie ihn an und stellte fest dass er ihr ins gesicht schaute und nicht auf den arm den er versorgte seine mine hatte etwas undefinierbares an sich sie hatte den eindruck dass der mann bei ihrer ersten begegnung im benachbarten cottage jedem blickkontakt nach möglichkeit aus dem weg gegangen war und wenn sich ihre blicke doch trafen hatte sie in seinen gesichtszügen ablehnung oder sogar wut zu erkennen geglaubt jetzt dagegen betrachtete er sie fast forschend was ihr extremes unbehagen bereitete sie nehmen ihren job sehr ernst sagte er bedächtig sam schaute weg tut das nicht jeder nein ich glaube nicht die fliegengittertür knallte zu und ließ sie beide aufschrecken im nächsten moment kam alex wieder in die küche gesturmt das fleisch ist gar wie sieht's hier aus fragte sie und sah von sam und mortimer zu bricker und joe alles fertig erwiderte joe gut gelaunt während bricker die schüssel kartoffelsalat nahm um sie nach draußen zu tragen hier auch würde ich sagen kam mortimers gemurmelte antwort dann ließ er sams arm los und richtete sich auf ist decker inzwischen aufgetaucht ja er ist unten am see und fischt die getränke aus dem wasser antwortete alex die keinen hehl aus ihrer erleichterung machte dass es keine weiteren verzögerungen geben würde wollen wir denn ohne eine antwort abzuwarten machte sie auf dem absatz kehrt und eilte aus dem cottage sam stand auf und versteifte sich unwillkürlich als mortimer nach ihrem arm fasste um sie zu stützen wir wollen doch nicht dass noch etwas passiert sagte er ruhig als er ihren blick bemerkte es ist alles bestens ich kann allein gehen beteuerte sie aber ihre worte stießen auf taube ohren ganz im gegenteil erschienen sie nur noch fester am arm zu halten als er sie in richtung tür dirigierte sie seufzte und gab jeden weiteren protest auf dem mann war anzumerken dass die dinge für ihn üblicherweise so liefen wie er es wollte warum also sollte sie sich wegen einer solchen kleinigkeit sträuben sie suchte sich lieber dinge aus für die sich ein streit lohnte decker kehrte eben vom landungssteg zurück als sam und die anderen nach draußen auf die veranda kamen er war damit beschäftigt bierflaschen und dosen mit soda auf dem tisch zu verteilen den sam jetzt genauer unter die lupe nahm um im geiste eine bestandsaufnahme durchzuführen gedeckt hatte sie alles in der zeit als die kartoffeln im kochtopf auf dem grill standen teller servierten besteck und alles was man noch so benötigte da waren auch die kleinen schüsseln mit dem gemüse das joe geschnitten hatte und die von alex zubereiteten dips außerdem kartoffelchips in geschmacksrichtungen barbecue und sour cream und zwiebeln und nun kam noch die große schüssel kartoffelsalat dazu die bricke aus der küche mitgenommen hatte jetzt setzt euch forderte alex die anderen fröhlich auf während sie ein tablett mit cheeseburgern würstchen und steaks auf den tisch stellte sam wollte weitergehen wurde aber von mortimer zurückgehalten der sich nur im schneckentempo von der stelle zu bewegen schien als sie beide endlich den tisch erreichten waren nur noch zwei plätze frei unmittelbar nebeneinander sie musste sich zwingen nicht frustriert den mund zu verziehen obwohl das bedeutete neben einem mann sitzen zu müssen der es gewöhnt war zu bestimmen wo es lang ging auch wenn er höflich war und den stuhl zurückzog damit sie sich setzen konnte hätte sie lieber am entgegengesetzten ende des tisches gesessen da das nun nicht mehr möglich war beschloss sie den mann einfach zu ignorieren bedauerlicherweise entpuppte sich dieser absicht als nicht umsetzbar da er offenbar seinerseits den entschluss gefasst hatte sich um sie zu kümmern wie um einen vogel der sich den flügel verletzt hatte das essen wurde im urzeigersinn herumgereicht und da mortimer rechts von ihr saß landete jede schüssel und jeder teller zuerst bei ihm und bevor er das jeweilige gericht an ihr vorbei direkt an Bricker weiterreichte legte er zunächst sich und dann ihr auf natürlich ohne sie zu fragen ob sie das alles überhaupt essen wollte zuerst landeten zwei gehäufte löffel kartoffelsalat auf ihrem teller die wie ein kleiner berg in die höhe ragten dann folgten von jeder sorte chips viel zu große portionen dann rückte das gemüse näher und sam überwand endlich den schock von ihm derart bevormundet zu werden brokkoli ist nicht so ganz mein fall dann nehme ich mir selber eine portion vielen dank gemüse ist gesund erwiderte mortimer und packte ungerührt brokkoli auf ihren teller dazu blumenkohl sellerie und einen großen löffel möhren erst dann gab er die schüssel weiter an bricker ein seltsames glucksen lenkte ihren blick auf alex die sichtlich mühe hatte nicht in schallen des gelächter auszubrechen wie es schien empfand sie sein verhalten als unterhaltsam ganz im gegensatz zu sam selbst was darf es sein sam stutzte und betrachtete das tablett mit fleisch das mortimer nun in der hand hielt wenigstens diesmal war er bereit auf ihre wünsche rücksicht zu nehmen dachte sie mit einem erleichterten seufzer ich hätte gern einen cheeseburger antwortete sie leicht verbissen mortimer nickte und legte einen cheeseburger auf ihren teller zögerte kurz und wollte dann auch noch einen der steak streifen folgen lassen das möchte ich nicht sagte sie hastig und hob die hand um ihn davon abzuhalten noch mehr auf ihren überquellenden teller zu stapeln sie sind zu bleich beharrte er sie brauchen mehr rotes fleisch aber so viel kann ich gar nicht essen protestierte sie als das steak auf dem kartoffelsalat landete sie sind sowieso viel zu dünn essen sie ohne ein weiteres wort gab er das tablett an bricker weiter und konzentrierte sich dann auf seinen eigenen teller ungläubig sah sam zu wie er zu essen begann nicht zu fassen was sich dieser mann herausnahm er kommandierte sie herum er entschied für sie was sie zu essen hatte und dann ignorierte er sie einfach wo sie sich doch zuerst vorgenommen hatte ihn zu ignorieren irgendwie war dieser abend mit einem mal völlig auf den kopf gestellt worden und sie konnte sich beim besten willen nicht erklären wie und warum das geschehen war kopfschüttelnd sah sie zu alex und dann zu joe die sich beide an diesem verhalten nicht zu stören schienen sondern es sogar noch amüsant fanden ihnen würde es auch nicht gefallen wie ein kind behandelt zu werden das ist schon in ordnung sam sah fragen zu bricker er versucht nur ihnen behilflich zu sein sagte der obwohl sie nicht das gefühl hatte dass er den mund dabei bewegte sam grübelte noch darüber nach da begann ihr der gedanke zu entgleiten so als würde sie versuchen einen fisch festzuhalten der ihr aus den händen entwischte bevor sie ihn richtig zu fassen bekommen konnte seien sie nicht wütend auf ihn diese worte lenkten sie von ihrer beobachtung wegen der lippenbewegungen ab und sie sah ihn schweigend an entspannen sie sich und haben sie einfach spaß entspann dich und hab spaß ließ sie sich bedächtig durch den kopf gehen ja das hörte sich gut an sie war hier um ferien zu machen es war ihre aufgabe sich zu entspannen und spaß zu haben ihre anspannung ließ nach sie lächelte zufrieden und widmete sich ihrem teller eine weile aßen sie schweigend jeder konzentrierte sich auf sein essen das schmeckt gut sagte bricker plötzlich als er sich noch einmal bei den steak streifen auf dem tablett bediente was haben sie auf das fleisch getan alex hat ein spezialrezept für marinade ließ joe ihn wissen und grinste dabei stolz was da reinkommt wird sie ihnen nicht verraten also brauchen sie sich auch gar nicht die mühe zu machen sie danach zu fragen wirklich köstlich lobte bricker woraufhin alex vor verlegenheit rot wurde die dips sind auch hervorragend was auch ein rezept von alex unterbrach ihn sam und da können sie sich die frage nach den zutaten ebenfalls sparen sie hütet ihre rezepte so wie onkel dagobert seine taler das muss sie auch tun immerhin verdient sie damit ihr geld warf joe zur verteidigung ihrer schwester ein alex ist eigentümerin und chefköchin des la bonne vie einem der besten restaurants in toronto normalerweise muss man ein vermögen hinblättern wenn sie am herd steht genießen sie es also gemurmel machte sich am tisch breit und von allen seiten wurden komplimente über ihre kochkünste laut dennoch fiel sam auf dass nur bricker und mortimer tatsächlich aßen decker pimps dagegen schien in erster linie mit dem essen auf seinem teller zu spielen trotzdem mussten sie sich keine sorgen machen dass noch reste übrig blieben aßen justin bricker und garrett mortimer doch jeder mindestens für zwei sie sah wie decker und bricker sich einen bedeutungsvollen blick zu warfen nachdem sie ihrem bekannten eine weile beim essen zugesehen hatten was die beiden sich damit sagen wollten war sam nicht klar schien doch bricker mindestens genauso unersättlich zu sein was machen sie eigentlich beruflich sam fragte decker plötzlich sein ton war zwar interessiert dennoch sah er dabei mortimer an ich bin anwältin in einer kanzlei in toronto antwortete sie für alex schien das eine zu knappe auskunft zu sein darum fügte sie hinzu sie arbeitet bei babcock hillier und bundy einen moment lang herrschte schweigen da die männer sich gegenseitig fragend ansahen es war eindeutig dass sie von der kanzlei noch nie gehört hatten aber warum auch wenn sie keine probleme mit dem gesetz hatten und selbst nicht in der branche tätig waren gab es keinen grund mit diesen namen vertraut zu sein also beschloss alex die männer aufzuklären babcock hillier und bundy ist eine der angesehensten kanzleien in kanada anwälte im ganzen land würden einen mord begehen um für sie zu arbeiten sam wurde von einem headhunter an der universität entdeckt und man hat sie direkt nach ihrem abschluss eingestellt das war ein richtig großer coup so wild war das nun auch wieder nicht widersprach sam bescheiden als sich alle augen auf sie richteten eigentlich bin ich nicht mehr als eine bessere anwaltsgehilfin ich recherchiere ich trage informationen zusammen und erledige sie macht es für babcock den obersten boss warf alex ein sie wird von ihm zum senior partner herangezogen möglicherweise hielt sam verlegen dagegen sein früherer assistent war bundy betonte alex hartnäckig und er ist heute vollwertiger partner ja aber begann sam und verstummte gleich wieder sie wusste ihr protest würde zu gar nichts führen alex war davon überzeugt dass sie eine geniale anwältin war und ihr noch eine große karriere bevorstand und sie war so stolz dass sie nicht aufhören konnte zu prallen sie konnte nur zum schweigen gebracht werden wenn sam ein neues thema aufgriff gerade überlegte sie wie sie das am besten bewerkstelligen konnte da half ihr bricker indem er joe fragte und was machen sie joe lächelte bemüht ich bin die versagerin der familie ich arbeite in einer bar sam verzog angesichts dieser herabwürdigung verärgert den mund und widersprach sie jobbt neben ihrem studium weil sie meeresbiologin werden will außerdem ist sie erst vor kurzem zur managerin befördert worden sie ist also alles andere als ein faulpelz das ist keine große sache beharrte joe der laden ist eigentlich sehr klein ich habe vielleicht ein dutzend leute unter mir mehr nicht abermals wollte sam ihr widersprechen doch sie sah dass ihrer schwester das interesse an ihrer person unangenehm war alex schien davon nichts zu bemerken da sie soeben wieder zum reden ansetzte vermutlich wollte sie kundtun dass joe maßlos untertrieb aber joe kam ihr zuvor und fragte an die männer gerichtet was machen sie denn eigentlich ihrer frage folgte eine jähe stille während sich die männer gegenseitig ansahen breaker platzte schließlich heraus wir spielen in einer rockband sam bekam vor erstaunen den mund nicht mehr zu als sie sich abrupt umdrehte da mortimer seine gabel auf den teller hatte fallen lassen musste sie zu ihrer verwunderung feststellen dass er einen noch überraschteren gesichtsausdruck an den tag legte als sie und das gleiche galt auch für decker breaker entging die reaktion seiner begleiter ebenfalls nicht und er räusperte sich verlegen das hätte ich eigentlich nicht ausplaudern dürfen wir wollten diese woche einfach mal untertauchen wissen sie den fans aus dem weg gehen den groupies und ouch er brach mitten im satz ab als mortimer aufsprang ihn am kragen packte und ihn von seinem stuhl hochzog ähm decker sah von den frauen zu mortimer der bricker quer über die veranda hinter sich her schleifte wir sind gleich wieder bei ihnen meine damen essen sie doch bitte schon weiter tja murmelte alex während die drei männer am anderen ende der veranda standen und aufgeregt tuschelten ich glaube bricker hat gerade versucht uns auf den arm zu nehmen ich fürchte da muss ich dir zustimmen meinte joe und seufzte enttäuscht ich habe in meiner bar schon jede menge bescheuerte anmachsprüche mitbekommen und der spruch von der rock band gehört auf jeden fall dazu sam biss sich auf die unterlippe um sich ein lachen zu verkneifen als sie den geknickten gesichtsausdruck ihrer kleinen schwester bemerkte er war nicht entgangen dass joe versucht hatte bei der zubereitung des kartoffelsalats bricker näher zu kommen und jetzt war sie offenbar enttäuscht dass er sich als ganz gewöhnlicher kerl entpuppt hatte er hätte sich wenigstens etwas glaubwürdigeres einfallen lassen können entrüstete sich alex während sie die männer beobachtete eine rock band als ob wir sowas glauben würden was hast du dir eigentlich dabei gedacht knurrte mortimer kaum dass er mit bricker das ende des stegs erreicht hatte was denn gab der verdutzt zurück ich wollte nur eine rock band fauchte mortimer ihn an lieber gott bist du denn noch bei sinnen warum hast du nicht gleich erzählt du seist der weihnachtsmann nein warte hör mir doch mal zu begann bricker da werde ich mortimer zustimmen müssen meinte decker das war einfach nur dämlich nein überhaupt nicht fand du bricker hastig ein frauen stehen auf sowas ehrlich dumme frauen vielleicht die leichtgläubig genug sind um uns sowas abzunehmen herrschte mortimer ihn an aber das da sind keine dummen naiven frauen hast du eigentlich nicht zugehört sam ist anwältin alex leitet ein restaurant und joe studiert meeresbiologie die kaufen uns den quatsch von der rock band nicht ab da dürfte er recht haben stimmte decker ihm zu und schaute über die schulter zum tisch an dem sie eben noch gesessen hatten die denken das war nur eine anmache von dir im ernst ja im ernst decker war auf die frauen konzentriert offensichtlich las er ihre gedanken sie überlegen ob nur du die pfeife bist oder ob wir alle ihnen was vorgemacht haben in der hoffnung sie ins bett zu kriegen oh man murmelte bricker und sagte dann vorwurfsvoll das würden sie nicht denken wenn ihr beide nicht so reagiert hättet als hätte ich ihnen erzählt dass jack the ripper unser großes vorbild ist liebe goethe ihr seid beide älter als ich ihr müsst den stablichen schon seit jahrhunderten lügen auftischen da dachte ich eigentlich dass euch prompt was zu meiner antwort einfällt du hast behauptet wir spielen in einer rock band schnauzte mortimer ihn an als würde das seine eigene unfähigkeit erklären diese lüge glaubwürdig zu untermauern frauen mögen sowas nun mal beteuerte bricker die finden sowas aufregend außerdem habe ich nicht behauptet dass unsere band nickelback heißt oder sowas ähnliches wir müssen ja keine erfolgreichen rockstars sein und fügte er noch ernst hinzu auf diese weise muss sich nicht jeder von uns etwas eigenes einfallen lassen er ließ sie einen moment lang darüber nachdenken schließlich ergänzte er außer dem ist euch ja überhaupt nichts eingefallen wieder herrschte eine weile schweigen dann erklärte mortimer wir hätten uns tatsächlich irgendeine tarnung überlegen schweigen sollen ihr beide habt vor langer Zeit damit aufgehört, euch für Frauen zu interessieren. Ich dagegen bin immer noch, ähm, aktiv. Mortimer und Decker entspannten sich. Nach einem erleichterten Seufzer fuhr Bricker fort. Wir können ihnen erzählen, dass wir immer auf Tour sind, dass wir als Vorgruppe für größere Bands auftreten. Wir haben gerade erst unseren ersten Plattenvertrag unterschrieben und nachdem wir jetzt monatelang im Studio waren, um unsere erste CD aufzunehmen, legen wir noch einen kurzen gemeinsamen Urlaub ein, bevor es wieder auf Tour geht. Jesus, hauchte Mortimer und musterte ihn fassungslos. Wie oft benutzt du diesen Spruch? Ständig, gab Bricker lässig zurück. Und er funktioniert immer, ohne Ausnahme. Das könnt ihr mir ruhig glauben. Mortimer schüttelte nur den Kopf und sah fragend Decker an. Der Unsterbliche zögerte, verzog dann aber das Gesicht und sagte. Es könnte funktionieren. Das sehe ich auch so, räumte Mortimer widerstrebend ein. Außerdem ersparen wir uns damit, ihnen andere Lügen aufzutischen, betonte Decker. Und wenn wir jetzt einen Rückzieher machen, müssen wir ihre Erinnerungen löschen, weil sie uns sonst für einen Haufen Loser halten, die sich nicht trauen, die Wahrheit zu sagen. Loser? wiederholte Bricker und sah erschrocken zu den Frauen. Falls sie uns nicht so recht glauben wollen, können wir uns immer noch in ihre Gedanken schleichen und ein wenig nachhelfen, sagte Decker, ignorierte den Jüngeren und Sterblichen und ergänzte an Mortimer gerichtet. Ich übernehme dann Sam. Du kommst bei ihr ja nicht weiter. Mortimer nickte, zog aber eine finstere Miene. Er wollte nicht, dass der Mann sich in Sams Verstand einmischte. Seine Einstellung ihr gegenüber hatte sich deutlich verändert, seit er wusste, dass ihre scheinbare Tollpatschigkeit eigentlich auf eine Mittelohrentzündung zurückzuführen war. Je länger er sich mit ihr unterhielt, umso deutlicher wurde, dass sie eine intelligente, scharfsinnige Frau war. Gleichzeitig wurde für ihn immer unbedeutender, dass sie zu wenig auf den Rippen hatte, dass ihr Busen zu flach und ihr Gesicht mit Sommersprossen übersät war. Sie war klug und amüsant, und er begann sie zu mögen. Er war zwar längst noch nicht so weit, dass er sie als seine Lebensgefährtin bezeichnet hätte, aber sie besaß Potenzial. Und solange das der Fall war, wollte er nicht, dass jemand ihre Gedanken manipulierte. »Ich nehme Joe.« Etwas an der Bereitwilligkeit in Brickers Stimme veranlasste Mortimer dazu, ihm einen argwöhnischen Blick zuzuwerfen. »Kannst du sie lesen?« »Ja.« »Dann bau keinen Mist mit ihr.« »In romantischer Hinsicht, meine ich,« fuhr er den jüngeren Mann an. »Ach, jetzt komm schon, Mortimer. Sie ist süß. Und ich glaube, sie mag mich. Sie ist...« »Sie ist Sams Schwester.« »Ich lasse nicht zu, dass Sam sauer reagiert, nur weil du dich wie ein läufiger Hund aufführen musst.« »Ein läufiger Hund?«, wiederholte er amüsiert. Dann fragte er grinsend. »Dann bist du also bereit, zuzugeben, dass sie deine Lebensgefährtin ist?« »Das habe ich damit nicht gesagt,« harrte Mortimer ihn an. »Aber falls ich herausstellen sollte, dass es so ist...« »Schon gut, schon gut,« unterbrach Bricker ihn. »Ich werde die Situation nicht ausnutzen.« Wieder sah Mortimer den Jüngeren und Sterblichen skeptisch an. Schließlich nickte er. »Okay.« »Also?« fragte Bricker in die Runde. »Dann spielen wir in einer Rockband.« Decker sah Mortimer an. Als der mit den Schultern zuckte, nickte er und sagte, »So sieht's aus.« »Gott stehe uns bei,« stöhnte Mortimer und kehrte zurück zum Tisch. »Soll das heißen, dass Sie tatsächlich in einer Band spielen?«, fragte Sam zweifelnd, während sie von Mortimer zu Bricker blickte. Aus einem unerfindlichen Grund war sie davon überzeugt, dass der die Wahrheit sagte. Mortimer dagegen wich ihrem Blick aus und konzentrierte sich zu intensiv auf seinen Hamburger. »Ja, wirklich,« versicherte Decker ihr und lenkte ihre Aufmerksamkeit auf seine Seite des Tisches. Als sie ihn anschaute, fügte er hinzu, »Aber wir sind nicht so bekannt.« »Noch nicht,« korrigierte Bricker. »Wir haben gerade unseren ersten Plattenvertrag bekommen und wir...« »Wir heißen Sie?«, unterbrach Sam ihn misstrauisch. »Wel wir heißen,« wiederholte Bricker. Sein erschrockenen Gesichtsausdruck entging ihr nicht. »Ihre Band, meine ich,« erklärte sie geduldig. Er sah flüchtig zu den beiden anderen Männern, dann preschte er vor. »The Rippers.« »The Rippers?« Decker klang fast bestürzt, als er den Namen wiederholte. Sam schaute argwöhnisch in seine Richtung und sah, wie er frustriert den Kopf schüttelte und sich dann räusperte. »Ja, genau. The Rippers,« brachte er heraus. »Wir streiten schon eine Weile über den Bandnamen,« erklärte Bricker wie selbstverständlich. »Wenn unser Aufenthalt hier zu Ende ist, müssen wir uns entschieden haben, aber ich finde The Rippers am besten.« »The Rippers also,« sagte Sam zweifelnd. Alex und Joe sahen sie abwartend an. Als die Anwältin in der Familie fiel es offenbar in ihre Zuständigkeit, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Sie wandte sich wieder den Männern zu, musterte sie abwägend und fragte, »Und Sie haben gerade Ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben?« Die drei nickten der Reihe nach. »Hätten Sie sich den Namen Ihrer Band nicht überlegen müssen, bevor Sie den Vertrag unterschreiben? Dann würde der Bandname schließlich im Vertrag stehen, nicht wahr?« Die Fragen kamen wie Pistolenkugeln über ihre Lippen geschossen und zielten auf Mortimer, der mitten im Kauen förmlich erstarrte. »Im Vertrag werden unsere Namen aufgelistet, und dann heißt es, im Nachfolgenden die Band genannt,« erklärte Bricker, der sich in seiner Rolle zu gefallen schien. »Es gab eine Art Zusatz, dass wir den Bandnamen aussuchen, die Plattenfirma aber zustimmen muss. Und deshalb sind wir jetzt hier. Wir haben gerade drei Monate Studioaufnahmen für unsere erste CD hinter uns, und hier wollen wir uns in Ruhe überlegen, wie der neue Name unserer Band lauten soll, bevor wir auf Tour gehen und für die CD werben.« »Der neue Name?«, hackte sie aufmerksam nach. »Dann hatte ihre Band bislang einen anderen Namen.« »Ja, natürlich,« beteuerte er. »Vor unserem Plattenvertrag waren wir als Vorgruppe für größere Bands unterwegs. Wir nannten uns Morty and the Muppets.« Im gleichen Moment begann Mortimer zu husten, und als Sam zu ihm sah, klopfte er sich mit der flachen Hand auf die Brust, da ihm ein Stück Burger im Hals stecken geblieben sein musste. Voller Sorge betrachtete sie ihn. Dann hörte er endlich auf zu husten, und sein rot angelaufenes Gesicht wurde wieder etwas blasser. An Bricker richtete sie die Frage. »Für wen haben sie denn als Vorgruppe gespielt?« »Oh, also, ähm, tja.« Er verstummte und sah sie mit einem ironischen Lächeln an. »Ich wette, Sie sind eine gute Anwältin.« »Eine sehr gute sogar,« pflichtete sie ihm lässig bei. »Und Komplimente helfen Ihnen jetzt überhaupt nicht weiter.« Bricker nickte. »Bislang waren wir vorwiegend in Europa unterwegs, als Vorgruppe für Bands wie Oasis and the Darkness.« Er machte eine kurze Pause und trank einen Schluck Bier. Dann verkündete er aus heiterem Himmel, »Mortimer ist der Liedsänger.« »Okay, das reicht jetzt,« fand Decker und lehnte sich zurück, um Mortimer auf den Rücken zu klopfen. »Es wird Zeit, Sie zu überzeugen.« Nachdem sie gesehen hatte, dass es Mortimer gelungen war, das Stück zu schlucken, das sich in seiner Speiseröhre quergelegt hatte, wandte sie sich mit erwartungsvoller Miene Decker zu. »Wir spielen in einer Band. Keiner besonders erfolgreichen Band«, ergänzte er, was Bricker aufstöhnen ließ. »Unsere Band nennt sich »The Rippers.« Er verzog den Mund, als er den Namen aussprach. Und dann sah er belustigt zu Mortimer und brachte den ebenfalls zum Aufstöhnen, als er hinzufügte. »Mortimer ist der Liedsänger.« Sam wollte eine weitere spitzwindige Frage stellen, doch als Decker sich ganz auf sie konzentrierte, war die Frage mit einem Mal vergessen. Plötzlich klang alles völlig plausibel, und sie lehnte sich entspannt zurück und nickte. Jetzt wusste sie, dass die drei die Wahrheit sagten. Sie hatten die Bandmitglieder der Rippers bei sich zu Gast, die bislang als Morty and the Muppets auf Tour gewesen waren. »Das war doch nett!« »Möchte jemand Nachtisch?«, fragte Joe. Als Sam sich zu ihr umdrehte, sah sie, dass ihre Schwester fröhlich lächelte, da sie allem Anschein nach ebenfalls mit den Antworten der Männer zufrieden war. »Alex hat einen köstlichen Käsekuchen mitgebracht. Den könnten wir heute essen. Ohne Strom gibt es zwar leider keinen Kaffee, aber...« Sie ließ den Satz unvollendet und zuckte mit den Schultern. »Käsekuchen hört sich auch ohne Kaffee gut an«, versicherte ihr Bricker, woraufhin sie lächelnd aufstand. »Ich mach das schon«, erklärte Sam und erhob sich ebenfalls, um Joe zu helfen, die damit begonnen hatte, die benutzten Teller einzusammeln. Im nächsten Augenblick war das Thema Rockband auch schon wieder in Vergessenheit geraten und alle waren damit beschäftigt, Teller und Schüsseln ins Haus zu bringen. Ohne Strom arbeitete die Wasserpumpe nicht. Also fiel das Geschirrspülen bis auf Weiteres aus, sodass sie die Teller nur notdürftig abkratzten und dann im Spülbecken stapeln konnten. Da alle mitmachten, war der Tisch im Handumdrehen abgeräumt und der Käsekuchen konnte serviert werden. Jeder nahm sich ein Stück von der süßen Delikatesse. Doch Sam beobachtete, dass Decker auch diesmal nur mit seinem Essen zu spielen schien. »Das schmeckt wirklich köstlich, Alex. Vielen Dank«, sagte Mortimer, als er seinen Teller fast leer gegessen hatte. »Möchten Sie noch etwas haben?«, fragte sie voller Begeisterung über sein Lob. »Ja, bitte.« »Wie ich sehe, ist ein Appetit zurückgekehrt«, bemerkte Bricka, was den anderen Mann zu verärgern schien. »Wie ist denn hier in der Gegend das Nachtleben?«, wollte Decker von Sam wissen, der sie damit von dem Wortwechsel der beiden anderen ablenkte. Sie reagierte mit einem ironischen Lächeln. »So was gibt's hier eigentlich nicht.« Als die Männer sich daraufhin irritiert ansahen, erkennste sie, »Ich wollte damit sagen, dass sich das Nachtleben hier draußen deutlich von dem unterscheidet, was die Großstadt zu bieten hat. Sie kommen doch alle aus Toronto, nicht wahr?« »Wie kommen Sie denn auf diesen Gedanken?«, wollte Decker wissen. Sam dachte über die Frage nach und räumte dann ein, »Ich bin mir nicht sicher, aber sie wirken auf mich wie Großstadttypen. Sie wissen schon. Leute, die alles kennen und alles gesehen haben und denen man kaum etwas Neues bieten kann.« »Das könnte man wohl so sagen,« stimmte Decker ihr zu. Die anderen Männer nickten ernst. »Ich nehme an, man kommt viel rum, wenn man mit einer Band auf Tour ist,« meinte Alex. Ein Moment lang herrschte Schweigen. Dann erklärte Bricker, »Mortimer und ich kommen aus L.A.« »Aus L.A.?«, fragte Sam überrascht. »Das hätte sie nun doch nicht gedacht. Jedenfalls nicht von Mortimer.« »Aus dem Großraum, L.A.,« präzisierte Mortimer, noch während ihr der Gedanke durch den Kopf ging. Wie es schien, wollte er mit der Stadt selbst nicht in Verbindung gebracht werden. Bricker nickte bestätigend und fügte hinzu, »Decker kommt aus England.« »Aus England?« Joe sah den Mann erstaunt an. »Sie haben doch gar keinen Akzent.« »Ich bin vor langer Zeit hierher umgezogen. Toronto ist heute mein Zuhause,« erwiderte er und ergänzte dann, »Nicht, dass ich oft Zuhause wäre.« »Ja, natürlich,« meinte Joe, »Sie werden ja mit der Band oft auf Tour sein.« Zurück zur Frage nach dem Nachtleben wechselte Mortimer etwas sehr abrupt das Thema. »In der Richtung tut sich hier grundsätzlich nicht viel,« antwortete Sam, »aber an einem Sonntagabend ist noch weniger los.« Er stutzte. »Keine Bars oder Nachtclubs?« »Es gibt eine Bar im Lakeside,« warf Joe ein. »Im Lakeside?« hakte Bricker nach. »Ein kleines Hotel in der Stadt. Obwohl Hotel eine ziemlich übertriebene Bezeichnung ist,« meinte Sam, als sie an die schäbige kleine Absteige dachte. Sie wusste, im ersten Stock gab es Zimmer, die an Gäste vermietet wurden. Aber für nichts in der Welt hätte sie es gewagt, da oben zu schlafen. Die Bar befindet sich im Erdgeschoss. Allerdings weiß ich gar nicht, ob die am Sonntagabend tatsächlich geöffnet hat. »Zur Not gibt's ja immer noch die Andersons,« meldete sich Alex zu Wort. »Wer ist das?«, wollte Mortimer wissen. »Der Partymittelpunkt dieser ganzen Gegend,« erklärte Sam. »Im Cottage der Andersons steigt immer eine Party, wenn sie hier oben sind. Sogar sonntags.« »Und sie sind gerade da.« gab Alex bekannt. »Als ich das Bier und die Limo auf Tauchgang geschickt habe, konnte ich Jack auf seinem Boot sehen.« »Feiern die etwa auch eine Party, wenn sie keinen Strom haben?«, erkundigte sich Bricker. »Vor allem dann,« beteuerte Sam. »Ohne Strom kein Licht, um abends ein Buch zu lesen, um Karten zu spielen und auch kein Fernsehen.« Sie zuckte mit den Schultern. »Man kann nichts anderes tun, als ums Lager vorher herumzusitzen und die Nachbarn zu besuchen.« »Und wo ist das Cottage der Andersons?«, fragte Decker neugierig. »Am anderen Ende des Sees.« Mortimer nickte nachdenklich. »Das heißt, wir folgen der Hauptstraße und dann...« »Mit dem Wagen kommt man nicht hin,« unterbrach ihn Sam. »Nicht?« Bricker sah sie erstaunt an. »Na ja.« Sie hielt inne und überlegte kurz. »Sicher wird man auch mit dem Wagen hinkommen können, aber ich kann Ihnen den Weg nicht beschreiben. Ich weiß nur, wie man mit dem Boot hinfindet.« Sam sah zu ihren Schwestern, doch die schüttelten beide den Kopf, weil sie auch nicht mit einer Wegbeschreibung dienen konnten. »Aber wie man mit dem Boot hinkommt, wissen Sie, richtig?«, hackte Bricker nach. »Ja.« »Ich habe kein Boot,« machte Decker klar. »Die Orlandschwestern haben ein Boot,« meinte Bricker gut gelaunt. »Sie können uns hinbringen.« Sam versteifte sich angesichts dieses anmaßenden Tonfalls. Da rief Alex. »Mit Vergnügen.« Sie sah ihre Schwester ungläubig an. Alex war von ihnen allen diejenige, die sich am ehesten aufregte, wenn jemand ihre Dienste in Anspruch nehmen wollte, ohne zuvor wenigstens erst mal gefragt zu haben. Und ausgerechnet sie saß da und lächelte so begeistert, als könne sie sich gar nichts Schöneres vorstellen. Plötzlich stutzte Sam, da ihr das Lächeln ihrer Schwester irgendwie eigenartig vorkam. Leer und vage. Ganz anders als das, was sie von Alex gewöhnt war. Genau genommen wirkte es wie eine Maske. Besorgt sah sie zu Joe, die ähnlich irritiert reagierte, sich im nächsten Moment aber zu Bricker umdrehte und von einer Sekunde zur nächsten völlig entspannt reinschaute. Einen Augenblick später fiel auch Sams Anspannung von ihr ab. »Es ist alles in Ordnung,« hörte sie Decker sagen. »Alles ist bestens. Entspannen Sie sich. Und machen Sie einfach mit.« Zumindest glaubte sie, dass er das sagte. Auch wenn es so schien, als würde sie seine Stimme nicht über ihre Ohren, sondern direkt irgendwo in ihrem Kopf wahrnehmen. Trotzdem klangen seine Worte für sie völlig vernünftig, und sie spürte, wie ihre Sorgen dahinschmolzen. »Verdammt nochmal, Pimps! Und du auch, Bricker! Hört auf damit, alle beide!«, harrschte Mortimer die zwei an. Dennoch regte sich bei Sam keinerlei Neugier, wieso er sich so ereiferte. Sie schien sich irgendwo in einer Blase aus Ruhe und Sorglosigkeit aufzuhalten und wunderte sich nicht mal, als die Männer wieder aufstanden und sich vom Tisch entfernten. Sie fühlte sich rundum glücklich, während sie einfach nur dasaß und ins Nichts starrte. Mortimer ging mit den Männern bis zum anderen Ende der Veranda. Dann wirbelte er abrupt herum und fuhr sie an. »Hört gefälligst auf damit!« »Nur die Ruhe, Mortimer. Wir tun Ihnen schließlich nicht weh,« versuchte Decker, ihn zu beschwichtigen. »Von wegen,« knurrte er. »Wie würde es euch gefallen, wenn man euch den freien Willen nimmt?« Decker hob bei dieser Frage verwundert eine Augenbraue. »Wir haben das schon zigtausendmal gemacht, bei tausenden von Sterblichen. Wieso stört dich das auf einmal?« Mortimer setzte zu einer Antwort an, stockte dann aber Zähne knirschend und presste die Lippen zusammen. Er wusste keine Antwort. Natürlich hatten sie sowas schon unzählige Male zuvor gemacht, und für ihn war es nie ein Problem gewesen. Den Verstand eines Sterblichen zu lesen und zu kontrollieren, war nur eines ihrer Mittel, zu denen sie manchmal greifen mussten, wenn sie Jagd auf einen Abtrünnigen machten. Normalerweise störte er sich auch nicht daran. Diesmal jedoch …« Er kniff die Augen leicht zusammen und warf Decker vor. »Du hast sie absichtlich kontrolliert.« »Ich habe keine Ahnung, wovon du eigentlich redest,« behauptete der mit Unschuldsmine. »Das glaubst du ja selbst nicht.« Mortimer seufzte gereizt und fuhr sich durchs Haar. Er war sich ziemlich sicher, dass der Mann nur versuchte, ihn zu provozieren, damit er eingestand, dass Sam seine Lebensgefährtin war. Aber dazu war Mortimer noch nicht bereit, auch wenn er sich daran störte, wie Decker die Kontrolle über Sam übernahm. »Hör einfach damit auf, okay?« Eine Weile sah Decker ihn nachdenklich an. Dann sagte er, »Wenn du das wirklich willst, werde ich Sam ab sofort nicht mehr kontrollieren.« Mortimer nickte verkrampft. »Heißt das, wir dürfen Alex und Joe auch nicht mehr kontrollieren?«, wollte Bricker wissen. »Nein,« gab Decker prompt zurück. »Das heißt, wir werden Alex und Joe auch weiterhin kontrollieren, wenn es notwendig ist. Aber um Sam darf sich Mortimer von jetzt an ganz allein kümmern.« »Er kann Sam doch nicht kontrollieren,« wandte Bricker ein. »Was soll das geben, wenn ihr etwas auffällt oder wenn sie wieder zu viele Fragen stellt?« »Dann werden wir das Vergnügen haben, ihm dabei zuzusehen, wie er sich rauszureden versucht,« antwortete Decker amüsiert und wandte sich ab, um zum Tisch zurückzukehren. Mit einem leisen Seufzer folgte Mortimer den beiden. Eine innere Stimme sagte ihm, dass er das Ganze womöglich nur noch schlimmer gemacht hatte. »Ich glaube, wir müssen beide Boote nehmen.« Alex' Bemerkung ließ Sam auf dem Weg zum Steg innehalten und einen Blick auf die zwei kleinen Boote werfen, die zu beiden Seiten verteut lagen. Eines war ein goldfarbenes Schnellboot, das andere ein kleines Fischerboot aus Aluminium. Keines von ihnen bot genug Platz für sechs Personen. »Wir werden sicher alle in einem Boot Platz finden,« widersprach Bricker, der sich freiwillig gemeldet hatte, um die Kühltasche zu tragen. Sie war randvoll mit Bierflaschen, Limo-Dosen und den restlichen Eiswürfeln. Und doch hielt er sie in der Hand, als würde sie gar nichts wiegen. Der Mann war offenbar stärker, als er erschien. »Wir sind zu sechst, aber ins Schnellboot passen nur vier, und das Fischerboot eignet sich lediglich für fünf Leute,« betonte Sam. »Pro Sitz gibt es nur jeweils eine Schwimmweste.« Es wäre zu riskant gewesen, alle mit einem Boot fahren zu lassen. Sicherheit kam bei einer Bootsfahrt immer an erster Stelle. So war es ihnen von Kindheit an eingeimpft worden. Sie sah zu Alex und zuckte mit den Schultern. »Wir teilen uns einfach auf. Du steuerst ein Boot, ich das andere.« »Ich nehme die Goldie,« rief Alex sofort und stürmte zum Schnellboot. Kaum war sie an Bord und hatte Platz genommen, drehte sie sich zu Sam um, streckte ihr die Zunge raus und rief, »Edge, ich bin Erste.« »Oh, wirklich sehr erwachsen von dir,« meinte Sam lachend und schüttelte den Kopf, während sie zur anderen Seite des Steges ging, wo das Aluminiumboot lag. »Warte, ich gehe vor.« Wie aus dem Nichts tauchte Mortimer bei ihr auf und kletterte vor ihr ins Boot, drehte sich um und streckte ihr seine Hand entgegen, während er sie besorgt ansah. Sam war ihr Leben lang ohne fremde Hilfe in Boote gestiegen, und fast hätte sie Mortimer jetzt ignoriert. Doch ihr war klar, dass er so reagierte, weil er wusste, dass sie durch ihre Mittelurentzündung etwas wackelig auf den Beinen war. Würde sie seine Hilfe ablehnen und dann im See landen, wäre das noch viel peinlicher. Mit einem stummen Seufzer griff sie nach der angebotenen Hand. »Danke,« murmelte sie und stieg ins Boot. Mortimer ließ sie erst wieder los, als sie auf der Bank vor dem Außenbordmotor saß. Während sie sich vor Augen hielt, dass sie sich diese Situation selbst eingebrockt hatte, weil sie nicht frühzeitig zum Arzt gegangen war, öffnete sie das Benzinventil des Motors. Nachdem sie alle notwendigen Vorbereitungen getroffen hatte, um den Motor zu starten, setzte sie ein gezwungenes Lächeln auf, das vermutlich mehr einer Grimasse glich, und drehte sich um, weil sie wissen wollte, wer von den anderen sich noch zu ihnen gesellt hatte. Niemand. Der Steg war leer. Außer Mortimer waren alle anderen Alex ins Schnellboot gefolgt, und dort befand sich jetzt auch die Kühltasche. »Muss wohl an meinem Deo liegen,« murmelte sie verärgert, obwohl sie wusste, damit hatte es nichts zu tun. Die Golde war einfach das coolere Boot, und wenn Alex ihr nicht zuvor gekommen wäre, hätte sie selbst es ebenfalls genommen. »Soll ich das erledigen?« fragte Mortimer, als sie nach der Schnur des Starters griff und daran zog, ohne dass etwas geschah. »Nein, danke, ich...« Sie brach mitten im Satz ab, da er sie plötzlich zur Seite drängte, damit er an der Schnur ziehen konnte. Natürlich sprang bei ihm der Motor gleich beim ersten Versuch an. Immerhin hatte sie ja die Vorarbeit geleistet, sagte sie sich, und murmelte ihm ein Dankeschön zu, während sie die Benzinzufuhr drosselte und er auf die mittlere Sitzbank zurückkehrte. Sie beugte sich über die Bordwand, um das Tau zu lösen, mit dem das Boot am Landungssteg festgemacht war. Plötzlich begann das Boot heftig zu schaukeln, da Mortimer aufsprang und zum Bug kletterte, damit er das dort befindliche Tau lösen konnte. Sam musste die Augen zukneifen, da sie durch die Bewegungen im gleichen Moment von heftigem Schwindel befallen wurde. Als Mortimer auf seinen Platz zurückkehrte, zwang sie sich, die Augen wieder aufzumachen und setzte ein tapferes Lächeln auf, das aber nicht sehr überzeugend sein konnte. »Geht es dir nicht gut?« fragte er sofort beunruhigt. »Soll ich fahren?« »Nein,« wehrte sie hastig ab und fragte dann neugierig, »Hast du einen Bootsführerschein?« »Einen Bootsführerschein?« Er sah sie verdutzt an. »Das dürfte dann wohl ein Nein bedeuten,« meinte sie amüsiert und erklärte, »Hier in Kanada brauchst du einen Führerschein, wenn du ein Boot fahren willst.« »Mein Gott, heutzutage braucht man wohl für alles seine Erlaubnis,« murmelte er kopfschüttelnd. Sam lächelte flüchtig und sagte dann, »Wenn du eine Schwimmweste suchst, unter dem Sitz sind zwei Stück.« Mortimer warf einen Blick auf die leuchtend orangefarbenen Rettungswesten, die sie immer an Bord hatten, schüttelte jedoch den Kopf. »Nein, danke. Ich vertraue auf deine Fahrkünste.« Sam zuckte mit den Schultern. Sie selbst trug die Dinger auch nicht gern. »Bis später, Leute,« rief Alex ihnen von der anderen Seite des Stegs aus zu und fügte spöttisch hinzu. »Viel später.« Als Sam sich zur Seite drehte, sah sie gerade noch, wie ihre Schwester Gas gab und die Goldie davonschoss. Mit schmalen, entschlossenen Augen nahm sie die Herausforderung an. Mit Vollgas jagte das leichte Aluminiumboot davon und ließ den Steg hinter sich zurück. »Tut mir leid,« rief sie und nahm sofort das Gas zurück, als sie sah, dass Mortimer, der mit einer solchen Aktion nicht gerechnet hatte, den Halt verlor und von seiner Sitzbank rutschte. »Mach dir um mich keine Sorgen,« erwiderte er und zog sich wieder hoch. »Deine Schwester will es ja nicht anders.« Sam schaute sehnsüchtig dem davonrasenden Schnellboot nach. »Wir haben zwar einen starken Motor, aber mit der Goldie können wir es nicht aufnehmen.« »Vielleicht nicht,« stimmte er zu. »Allerdings sind wir nicht zu viert, plus vollgepackter Kühltasche.« Ein verstehendes Lächeln legte sich auf Sam's Lippen und sie nickte bedächtig. »Halt dich fest,« warnte sie ihn. Dann ließ sie das Boot erneut einen Satz nach vorn machen. Sie holte alles aus dem Motor heraus und schaffte es, auf halber Strecke zu den Andersons das zweite Boot einzuholen. Mortimer und sie winkten den anderen fröhlich zu, als sie auf gleicher Höhe waren. Zwar verhinderte der Motorenlärm, dass sie verstehen konnten, was die anderen ihnen zuriefen, doch deren Minenspiel und Gesten sprachen eine deutliche Sprache. Sam und Mortimer grinsten sich triumphierend an, während sie das Schnellboot überholten und ihren Vorsprung immer weiter ausbauten. Das Fischerboot hätte unter normalen Umständen keine Chance gehabt, und eine besondere Schönheit war es auch nicht. Aber es hatte das Wettrennen gewonnen, dachte Sam erfreut, und fast hätte sie das alte Boot liebevoll getätschelt. »Da ist nur noch Platz für ein Boot,« erklärte Mortimer, als er mit besorgter Miene seinen Blick über den gut dreißig Meter langen Landungssteg in L-Form wandern ließ. Während Sam das Gas zurücknahm und sich langsam dem Steg näherte, brachte die Bugwelle die verteuten Boote zum Schaukeln. »Alex kann die Goldie bei uns festmachen,« entgegnete sie beiläufig und steuerte den letzten freien Platz an. Diese Situation war ihr vertraut. Eine Stunde später würden etliche Nachzügler an den bereits am Steg liegenden Booten festgemacht sein. An manchen Stellen würden es sogar drei bis vier sein. Mortimer streckte den Arm aus, um zu verhindern, dass sie gegen den Steg stießen. Dabei schaute er sich um und schüttelte beeindruckt den Kopf. »Das ist ja eine riesige Anlage!« Mit leisem Lachen nahm Sam sein Erstaunen zur Kenntnis. Es war tatsächlich ein beeindruckender Steg, der fünfmal so groß war wie der zweitgrößte an diesem See. Alle paar Jahre wuchs er um ein paar Meter, da Jack Andersons berühmte Partys immer mehr Leute anzogen, die mehr und mehr Platz für ihre Boote benötigten. »Wie viele Gäste kommen zu diesen Partys?«, fragte Mortimer, der verwundert die Menschenmassen musterte, die sich um das große Feuer an Land scharrten, während Sam den Motor abstellte und das Boot die letzten Meter an den Steg treiben ließ. »So ziemlich jeder, der hier am See wohnt, außerdem viele Leute von den Umliegenden sehen,« antwortete sie und beugte sich so wie Mortimer zur Seite, um den Steg zu fassen zu bekommen. »Jack veranstaltet offene Partys, zu denen jeder eingeladen ist. Auf die Weise kann sich niemand über den Lärm beschweren.« »So viel Lärm herrscht jedoch gar nicht.« »Der Strom ist ausgefallen. Schon vergessen? Normalerweise hätten wir die Musik bis zu unserem Cottage hören können. So sind sie dazu gezwungen, auf einer normalen Gitarre zu spielen oder batteriebetriebene Radios zu benutzen, die nicht annähernd so viel Lärm produzieren können.« Mortimer nickte verstehend, und einen Moment lang schwiegen sie beide, da sie darauf konzentriert waren, die Leinen festzuzurren. Dann half er ihr auf den Steg, und sie drehten sich beide um, damit sie zusehen konnten, wie die Goldie eintraf. »Ja, ja, schon gut. Macht euch nur lustig über uns, weil ihr uns besiegt habt,« rief Alex, die das Schnellboot neben das Fischerboot lenkte. Decker und Bricker machten sich sofort daran, die beiden Boote miteinander zu verteuen. »Also ob ich mich über euch lustig machen würde,« meinte Sam grinsend. Alex antwortete mit einem mürrischen Schnauben und kletterte hinter den anderen Heer an Land. »Jesus, das versteht man hier in der Gegend unter einem Sonntagabend?«, staunte Bricker, als er die tanzenden und lachenden Gäste an Land entdeckte. »Wer hier in seinem Cottage ist, der macht Urlaub,« betonte Sam. »Und ich dachte, hier kommt man her, um die Ruhe zu genießen und nachts den Grillen zu lauschen,« meinte er ironisch. »Du musst noch eine Menge lernen, mein Junge,« zog Alex ihn auf, als sie alle in Richtung Ufer gingen. Jack Anderson kam der Gruppe entgegen, kaum dass er gesehen hatte, wie sie an Land gekommen war. Er war ein guter Freund ihres Vaters gewesen, der oft mit ihm zusammen angeln gegangen war, und bevor er sich den Männern vorstellte, nahm er erst jede der Schwestern in die Arme, um sie an sich zu drücken. Kaum hatte er ihnen versichert, dass sie alle auf seiner Party willkommen seien, da traf auch schon das nächste Boot ein. Er wünschte ihnen noch viel Spaß, dann lief er den Steg entlang, um den Neuankömmlingen zuzurufen, das sie an seinem eigenen Boot festmachen sollten. »Komm schon,« forderte Sam die Gruppe auf und führte sie zu einer relativ freien Stelle rings um einen gefällten Baumstamm in unmittelbarer Nähe zur Baumreihe am Rand des Grundstücks. »Das dürfte ein ganz guter Platz sein. Bricker, stell die Kühltasche neben den Stamm. Wenn jemand will, kann er sich da auch hinsetzen.« Sie sah ihm zu, wie er die Tasche abstellte, und wunderte sich einmal mehr darüber, mit welcher Leichtigkeit er dieses hohe Gewicht handhabte. Eine Berührung am Arm holte sie aus ihren Gedanken, und als sie sich umdrehte, sah sie Margot und John Hemming vor sich stehen, deren Cottage nur zwei Grundstücke weit entfernt war. Sie waren nur die ersten, die zu ihnen kamen, um sie zu begrüßen, denn in der Gegend kannte so ziemlich jeder jeden. Dass Sam und ihre Schwestern zum ersten Mal in diesem Jahr in ihrem Cottage Urlaub machten, wurden sie von den anderen empfangen wie Verwandte, die man seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen hatte. Außerdem war natürlich jeder neugierig, wer denn die drei Männer in ihrer Begleitung waren. Sam gewann den Eindruck, dass das Ganze für die drei Männer etwas überwältigend war. Denn kaum hatte Bricker die Kühltasche hingestellt, beratschlagten sich die drei. Dann mischten sich Decker und Bricker unter die zahlreichen Gäste. Nur Mortimer blieb bei Sam und ihren Schwestern, begrüßte jeden, der zu ihnen kam, lächelte und unterhielt sich und lieferte den Beweis, dass er äußerst charmant sein konnte, wenn er nur wollte. Der Mann besaß einen rasiermesserscharfen Verstand, hatte immer genau die richtige Bemerkung auf Lager, um jeden zum Lachen zu bringen, und ließ das alles mit bewundernswerter Geduld über sich ergehen. Nach einer Weile war sogar Sam froh, als sich alle wieder zurückzogen, um andere Neuankömmlinge zu begrüßen, sodass sie sich erholen und einfach nur die Party genießen konnten. Eine sehr eng verbundene Gemeinschaft hier oben, nicht wahr? fragte Mortimer schließlich, als er ihr zu dem Baumstamm bei der Kühltasche folgte. Seine Feststellung schien ihn zu überraschen. Sam nickte und setzte sich auf den Stamm. Erst als Mortimer neben ihr Platz genommen hatte, entgegnete sie, es ist hier draußen auch erforderlich. Hier ist es nicht so wie in der Stadt, wo alles in der Nähe ist, Polizei, Feuerwehr, Rettungswagen. Hier gibt es auch nicht an jeder Ecke einen Supermarkt, und die Leute passen aufeinander auf. Du hast übrigens den Test bestanden, verkündete Alex, als sie sich zu Sam setzte. Und was für ein Test soll das sein? wollte Mortimer wissen. Die Tauglichkeitsprüfung durch unsere Nachbarn, erklärte Joe, während sie sich auf der Kühltasche niederließ. Was glaubst du, warum wir so lange von den Leuten belagert wurden? Weil ihr drei junge Frauen seid, die genauso charmant wie attraktiv sind, die aber so von ihren Berufen beansprucht werden, dass sie schon lange nicht mehr hier waren und die anderen Leute sich inzwischen längst gefragt haben, ob ihnen etwas zugestoßen ist, erklärte er mit einer solchen Überzeugung, dass die drei ihn nur sprachlos anschauen konnten. Joe setzte dem Schweigen schließlich ein Ende. Okay, das mag ja sein. Trotzdem war das eine Tauglichkeitsprüfung. Das hast du bereits gesagt, murmelte er amüsiert. Und auch, dass ich bestanden habe. Und das stimmt auch, versicherte Sam ihm. Woher willst du das wissen? Hm. Weil hinter deinem Rücken jeder diese Geste gemacht hat, antwortete Alex und streckte den Daumen in die Luft. Als er Sam einen fragenden Blick zuwarf, nickte sie ernst. Vielleicht keine besonders subtile Methode, aber sie funktioniert. Hm, machte er, verzog jedoch das Gesicht, als ob es ihm gar nicht gefiel, dass andere ein Urteil über ihn fällten. Joe lachte über seine betrübte Miene und ließ ihn wissen. Das ist eine gute Sache, Mortimer. Wenn die anderen jemanden nicht mögen, können sie ihm das Leben ganz schön schwer machen. Ich werde Decker warnen müssen, überlegte er. Das hat Zeit, wehrte Joe lachend ab. Sag mal, wenn ich Bobby mit seiner Gitarre zu uns locken kann, würdest du dann für uns singen? Sam legte die Stirn in Falten und klopfte Mortimer auf den Rücken, da der sich an seinem Bier verschluckt hatte. Während er nach Luft schnappte, schwiegen sie alle. Aber kaum hatte er sich erholt, fragte Joe. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Ach, lass ihn doch in Ruhe, Joe, meinte Sam. Er macht das hauptberuflich. Da wird er wohl kaum auch noch singen wollen, wenn er Ferien macht. Ganz genau, stimmte Joe ihr betrübt zu, schürzte die Lippen und fragte. Und wie verbringst du dann deine Freizeit? Nach kurzem Zögern antwortete er. So genau weiß ich das gar nicht. Ich habe fast nie frei. Aha, machte sie und nickte. Ein Workaholic, wie unsere liebe Sam. Mortimer setzte zum Reden an, als wolle er gegen diese Bezeichnung protestieren. Doch in dem Moment tauchte Bricker wie aus dem Nichts vor ihm auf. Wir sind auf jemanden gestoßen, von dem Decker glaubt, dass du ihn kennenlernen solltest, verkündete er mit ernster Miene. Sofort entschuldigte sich Mortimer bei den drei Frauen und folgte dem Mann durch die Menge. Da sie damit beschäftigt war, den beiden Männern nachzuschauen, bemerkte Sam zunächst nicht, wie Joe aufsprang und Mortimers Platz einnahm, bis sie von ihr angestupst wurde. Ich glaube, er mag dich, zog ihre Schwester sie in einem Tonfall auf, als sei sie ein kleines Mädchen. Sam drehte sich verdutzt zu ihr um. Was? Wer? Mortimer natürlich, wer sonst? lautete Alex ironische Antwort. Der Mann weicht nicht von deiner Seite. Sam spürte zwar, dass ihre Wangen zu glühen begannen. Danach zuckte sie mit den Schultern. Danke, aber ich bin nicht auf der Suche nach einem Freund. Wieso nicht? Schließlich bist du wieder ungebunden. Sam rümpfte die Nase, als sie das wieder im Satz ihrer Schwester hörte. Noch vor sechs Monaten war sie mit ihrer Highschool-Liebe Tom Granger verlobt gewesen. Doch Weihnachten hatte er mit ihr Schluss gemacht. Der Zeitpunkt war zwar äußerst schlecht gewählt, doch das hatte sie nicht gewundert. Schließlich war er nie besonders sensibel gewesen. Das schlechte Timing war aber nicht das Einzige, was es an ihm auszusetzen gab. Als sie auf der Highschool miteinander gingen, da zeigte er sich von seiner lieben und rücksichtsvollen Seite. Doch kaum war der Abschluss geschafft und sie mit ihm zusammen in eine Wohnung gezogen, kam eine ganz andere Seite zum Vorschein. Tom arbeitete in der Stadt in einer Anwaltskanzlei, ging um neun ins Büro und machte um fünf Uhr Feierabend. Sie musste in ihrer Kanzlei deutlich länger arbeiten. Aber wenn sie spät am Abend nach Hause kam, saß er auf der Couch, die Füße auf dem Tisch und wartete darauf, dass sie ihm etwas zu essen machte. Wenn sie fragte, warum er sich nicht um das Abendessen kümmern könne, behauptete er jedes Mal, er habe keinen Hunger. Sobald sie dann aber etwas gekocht hatte, fiel er über das Essen her. Ihr wurde ziemlich schnell klar, dass er einfach nur zu faul zum Kochen war und lieber ihr diese Arbeit überließ. Er zeigte auch kaum Interesse daran, ihr beim Saubermachen zu helfen, weil das Haus seiner Meinung nach völlig in Ordnung war. Kamen sie auf das Thema zu sprechen, wies er alles mit der Bemerkung von sich, sie würde eben höhere Maßstäbe anlegen als er. Sam entging aber nicht, dass seine Maßstäbe mit einem Mal einen Satz nach oben machten, wenn seine Mom anrief und ihren Besuch ankündigte. Dann konnte er auf einmal in Rekordgeschwindigkeit das Haus auf Vordermann bringen. Nicht mal die typischen Männerarbeiten wollte Tom erledigen. Und so war Sam diejenige, die im Herbst auf die Leiter stieg, um die Regenrinne von Laub und anderem Unrat zu befreien. Als einmal ein Wasserrohr platzte und der Keller überschwemmt wurde, musste sie den Klempner und das Wasserwerk anrufen. Und als es daran ging, das Dach des Hauses zu isolieren, das sie gemeinsam gekauft hatten, Sam zwang sich, ihre Gedankenkette zu unterbrechen. Allein die Erinnerung an all diese ärgerlichen Kleinigkeiten genügte, um sich wieder aufzuregen. Jeder Vorfall hatte ihr das Gefühl gegeben, auf sich allein gestellt zu sein. Es war ihr so vorgekommen, als ob sie beide gar kein Paar mehr waren. Als ob es ihr Haus und ihre Verantwortung waren und er nur ein Besucher, der nicht mithelfen musste. Irgendwann hatte sie sich ungeliebt und ausgenutzt gefühlt. Das Schlimmste aber war, dass sie sich tagsüber im Büro und dann auch noch am Abend zu Hause ein Bein ausgerissen hatte, um alle anfallenden Aufgaben und Arbeiten zu erledigen, während Tom nur gejammert hatte. Er war nicht glücklich darüber gewesen, dass sie jeden Tag so viele Überstunden machen musste, und er hatte das Haus gehasst, weil es so viele zeitraubende Anforderungen an sie stellte. Das ist jetzt mehr als sechs Monate her, sagte Joe sanft und lenkte sie von ihren frustrierenden Gedanken ab. Genau. Alex stieß sie von der Seite an. Was hast du vor? Willst du allen Männern abschwören und ins Kloster gehen? Warum nicht? entgegnete Sam. Der Gedanke war gar nicht mal so übel. Männer konnten einem fürchterlich auf die Nerven gehen. Die Anwälte, mit denen sie zusammenarbeitete, kamen ihr durchweg wie egoistische, habgierige, anspruchsvolle Mistkerle vor, die sie sehr an Tom erinnerten. Tom war ein Arsch, erklärte Alex. Lass dir nicht von ihm die Männer insgesamt vermiesen. Ich dachte, du konntest Tom gut leiden, gab sie überrascht zurück. Alex verzog den Mund. Anfangs war er ganz okay, aber am Ende hätte ich ihn am liebsten erwirkt. Sam sah sie ungläubig an. Tatsächlich? Davon hast du nie ein Wort gesagt. Wie denn auch? fragte sie hilflos. Du warst immer mit ihm zusammen. Wir dachten alle, ihr würdet heiraten. Schließlich war davon kurz nach deinem Abschluss die Rede. Aber dann hast du den Job bekommen und ihr habt das Thema einfach vor euch hergeschoben und seid zusammengezogen. Sie zuckte mit den Schultern. Ich konnte dir doch keine Zweifel einreden, nur weil ich fand, dass du was Besseres verdient hast. Trotzdem habe ich die ganze Zeit über gehofft und gebetet, dass du merkst, was für eine egoistische Pfeife er ist. Eine egoistische Pfeife? wiederholte Sam und lächelte flüchtig. Ganz genau, erklärte Alex mit Nachdruck. Er war neidisch ohne Ende, als Bab Coppelia und Bundy sich für dich interessierten. Alle freuten sich für dich. Er angeblich auch, aber man konnte ihm die Verbitterung darüber ansehen, dass sie nicht ihn, sondern dich haben wollten. Er war unzufrieden und er wollte, dass du auch unzufrieden bist. Ehrlich? fragte Sam fast erfreut. Seit dem Ende der Beziehung waren ihre Gedanken immer wieder um die Dinge gekreist, die er zu ihr gesagt hatte. Auch wenn sie wütend über sein Verhalten gewesen war, hatten seine Bemerkungen, mit denen er ihre Attraktivität und ihre Weiblichkeit beleidigt hatte, dennoch Sporen hinterlassen. Ihr logisch arbeitender Verstand hatte daraufhin argumentiert, dass er sich doch sicher mehr angestrengt hätte, wenn er sie genügend geliebt und sie als attraktiv genug wahrgenommen hätte. Dann hätte er sicher auch Initiative entwickelt und ihr geholfen. Die logische Folgerung war die, dass es ihr an etwas gefehlt hatte und dass sie diese zusätzliche Mühe nicht wert gewesen war. Sie war eindeutig nicht Frau genug für ihn gewesen, wie er behauptet hatte. Ich glaube, Mortimer ist nicht so wie Tom, fügte Alex plötzlich hinzu. Unwillkürlich versteift es Sam sich. Sie war noch nicht bereit, sich erneut auf eine Beziehung einzulassen. Sie wollte sich nicht schon wieder sagen lassen, dass sie nicht gut genug war, dass sie nicht genügend Einsatz zeigte, dass sie eigentlich unsicher und habgierig war, weil sie versuchte, ihren Partner zur Mithilfe zu überreden. Sie benötigte eine Weile, um ihre Wunden zu lecken und ihr Selbstvertrauen wieder aufzubauen, weil sie so dumm gewesen war, es sich von Tom zerschlagen zu lassen. Sie, die als Klassenbeste die Highschool abgeschlossen und dies auf die Dekansliste geschafft hatte, die sich abgerackert hatte, um ihr Jurastudium mit Bravour abzuschließen und eine Anstellung zu ergattern, um die sie jeder beneidete. All das hatte sie aus eigener Kraft geleistet. Und dennoch hatten acht Monate mit Tom unter einem Dach genügt, um ihr das Gefühl zu nehmen, dass sie etwas geschafft hatte. Um den Glauben an sich selbst zu zerstören und ihr das Gefühl zu geben, ein hässliches, nutzloses Anhängsel zu sein. Wie es dazu hatte kommen können, war Sam noch immer ein Rätsel. Es war ein schleichender Prozess gewesen. Ein kleiner Vorfall nach dem anderen. Eine Enttäuschung nach der anderen. Zeile für Zeile hatte sich ein ganzes Lied zusammengefügt. Der Du-taugst-zu-nichts-Blues. Und Mortimer sieht süß aus, bemerkte Joe und holte sie damit aus ihren Gedanken. Tom sah auch süß aus, hielt sie mürrisch dagegen, und merkte, dass ihre Schwestern verstummt waren und sie anschauten. Einen Augenblick später richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf die Leute um sie herum, und Sam seufzte leise, als die beiden das Thema auf sich beruhen ließen. Für den Augenblick war sie auf sich allein gestellt besser dran. So konnte sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren und an ihrer Karriere arbeiten, und hin und wieder ging sie mit ihren Schwestern in einen Club und tanzte, um auf diese Weise ein wenig Dampf abzulassen. Wohin bringst du mich? Wollte Mortimer wissen, als Bricker ihn quer über den Strand vorbei an einer Gruppe Partygäste zu einem Pfad führte, der zwischen den Bäumen hindurch verlief. Decker hat jemanden mit Bissspuren gefunden, antwortete Bricker ihm über die Schulter. Zumindest halten wir es für Bissspuren, aber wir brauchen eine Taschenlampe, um uns die Stelle besser ansehen zu können. Ich habe ihm gesagt, dass du immer diese winzige Stablampe in der Tasche hast. Stimmt doch, oder? Ja, natürlich. Mortimer griff in die Jackentasche und holte die kleine Lampe in der Größe eines Kugelschreibers hervor, die sich über die Jahre hinweg immer wieder als sie hernützlich erwiesen hatte. Schon oft hatte er sich gewundert, warum keiner der anderen Jäger damit arbeitete. Während der Bricker weiter folgte, überlegte er, ob er ihm zu Weihnachten eine solche Lampe schenken sollte. Sie gelangten auf eine kleine Lichtung, wo Decker mit einer blonden jungen Frau auf sie wartete, die nicht älter als achtzehn sein konnte. Es war offensichtlich, dass sie von ihm kontrolliert wurde, da sie ganz ruhig dastand und vor sich hin starrte. Wir haben zwar ihre Gedanken gelesen, aber er hat natürlich jegliche Erinnerung an sich gelöscht, erklärte Decker, als Mortimer vor ihr stehen blieb, die Lampe einschaltete und den Hals beschien, bis er auf die Bissspuren stieß. Ja, natürlich, stimmte er zu und musterte die Einstiche. Dann verkündete er, die sind frisch. Wie frisch? fragte Decker, der ebenfalls einen Blick auf die Stelle werfen wollte. Ein paar Minuten, sagte Mortimer. Unser Abtrünniger hält sich hier auf der Party auf, zumindest bis vor wenigen Minuten. Decker dachte nach. Er könnte getrunken und dann die Flucht ergriffen haben. Würde ein Opfer genügen? überlegte Bricker und zog fragende Blicke auf sich. Ich meine, außer ihr haben wir niemanden mit Bissspuren finden können. Würde das genügen, um ihn zu sättigen? Sein Blick wanderte zum Gesicht der jungen Frau. Sie sieht nicht sehr blass aus. Glaubt ihr, er hat von ihr genug trinken können, um für heute aufzuhören? Oder könnten wir ihn auf der Party auf frischer Tat ertappen? Mortimer leuchtete der Frau ins Gesicht, das von Recht gesunder Farbe war. Dann richtete er den Lichtstrahl auf ihre Augen. Viel scheint er nicht getrunken zu haben. Wenn er nicht nebenher noch Blutkonserven zu sich nimmt, wird er weitere Sterbliche beißen müssen, sofern er das nicht längst getan hat. Alle drei drehten sich um und schauten in die Richtung aus der Licht und Gelächter zu ihnen drangen. Wie eine Schafherde, die nicht ahnt, dass sich der Wolf mitten unter ihnen befindet, murmelte Bricker. Möchte wissen, wonach sie suchen. Sam sah verwundert zu Joe, die diesen Kommentar von sich gegeben hatte. Wer? Bricker und Decker, erklärte sie. Die beiden sehen sich jeden ganz genau an, als würden sie nach jemandem suchen. Ja, nach der leichtesten weiblichen Beute, meinte Sam. Joe sah sie vorwurfsvoll an. Du bist eine solche Zynikerin, aber ich glaube einfach nicht, dass sie so denken. Ach ja? gab Sam zweifelnd zurück, während sich Joe mit gereizter Mina abwandte. Du könntest ihn einfach benutzen, platzte Alex plötzlich heraus. Wen? fragte Sam perplex. Mortimer. Ich soll ihn benutzen? Wiederholte sie unglaublich. Natürlich nicht in dem Sinn, berichtigte sich Alex hastig. Ich meinte... Ich glaube, sie meinte, du sollst dich einfach mit ihm vergnügen, warf Joe ein. Du weißt schon, ein bisschen tanzen und schmusen und vielleicht auch eine Runde heißen, wilden Sex, damit du Tom endlich vergisst. Heißen, wilden Sex? brachte Sam heraus und schnappte nach Luft. Ach, komm schon, ermahnte Alexi. Du bist eine emanzipierte Karrierefrau. Was ist verkehrt daran, heißen, wilden Sex zu haben, ohne dich gleich an jemanden binden zu müssen? Das ist so wie mit dem Fahrradfahren. Du bist vom Rad gefallen und jetzt musst du dir ein neues Rad suchen und dich wieder draufsetzen. Sam begann erschrocken zu stammeln. Ich kann nicht... Er ist doch kein... Ich... Komm, bloß nicht auf die Idee, mir zu erzählen, dass du ihn nicht magst, fiel Alexi ins Wort. Ich habe dich beobachtet, wie du ihn ansiehst. Außerdem hast du an ihm geschnuppert, als er deinen Arm verarztet hat. Und ihr beide habt euch fast totgelacht, als ihr Bier und Cola in die Kühltasche gepackt habt. Außerdem ist er süß, warf Joe ein. Er erinnert mich an diesen einen englischen Fußballer. Zwar starrte sie ihre Schwester mit ausdrucksloser Miene an, doch in Wahrheit musste Sam daran denken, wie sie mit Mortimer zusammen die Kühltasche vorbereitet hatte. Ihnen beiden war dieser Aufgabe zugeteilt worden, während Alex und Joe ins Cottage geeilt waren, um Jacken und Schuhe zu holen. Aus dem gleichen Grund waren auch Bricker und Decker in ihr Haus zurückgekehrt. Mortimer hatte sie in der Zwischenzeit in Rage gebracht, da er darauf bestand, die Kaube mit den Getränken aus dem Wasser zu holen, weil er verhindern wollte, dass Sam das Gleichgewicht verlor und in den See fiel. Dann aber hatte er selbst die Balance verloren und wäre um ein Haar im Wasser gelandet. Das hatte das Eis zwischen ihnen gebrochen, und sie waren die restliche Zeit über damit beschäftigt gewesen, sich gegenseitig auf den Arm zu nehmen und zu lachen. Du weißt schon, wen ich meine, fuhr Joe fort und verzog frustriert den Mund, weil ihr der Name nicht einfallen wollte. Der ist mit einer Frau aus dieser Girlband verheiratet. Ja, ich weiß, wen du meinst, rief Alex und runzelte prompt die Stirn. Ich komme jetzt aber auch nicht auf den Namen … Sam entspannte sich ein wenig und lachte über ihre Schwestern. Sie wusste genau, wen sie meinten. Den neuen Spieler für den US-Fußballverein Galaxy. Er und seine Frau waren die große Attraktionen im Promi-Zirkus. Dennoch hatte Sam nicht vor, Joe und Alex auf die Sprünge zu helfen. Sollten die sich ruhig noch eine Weile den Kopf zerbrechen, immerhin wurde sie von den beiden viel zu oft geärgert. Allerdings musste sie zugeben, dass Mortimer tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem fraglichen Fußballer besaß, aber nur ein bisschen. Mortimers Gesichtszüge waren viel ausgeprägter. Seine Augen leuchteten in einem wunderschönen Grün, das einen silbrigen Glanz zu bekommen schien, wenn das Licht hineinfiel. Doch er hatte faszinierende Augen und … Plötzlich wurde ihr klar, dass sie tatsächlich über ihn nachdachte und sie rief sich stumm zur Ordnung. Ist auch nicht so wichtig, entschied Joe. Wichtig ist nur, dass er ein heißer Typ ist. Das ist er eindeutig, stimmte Alex ihr zu. Du solltest ihn nehmen, um über Tom hinwegzukommen. Tom hätte gegen diesen Typ keine Chance. Ich wette, im Bett ist er auch total gut, ergänzte Joe. Sam schloss die Augen und schüttelte den Kopf. Dann sah sie die beiden an. Ich kann es nicht fassen, dass ihr mir solche Vorschläge macht. Wie viel Bier hast du heute Abend schon getrunken, Joe? Zwei, antwortete ihre Schwester und hielt die fast volle Flasche hoch. Und das hier ist mein drittes. Du hast dich doch früher nicht mit so billigem Zeug abgefüllt, murmelte Sam. Ich hab's mir anders überlegt, verkündete Alex abrupt. Du solltest mit Mortimer nichts anfangen. Sie drehte sich zu ihrer anderen Schwester um. Jetzt auf einmal nicht mehr? Ehrlich nicht? fragte Joe enttäuscht. Nein, ganz bestimmt nicht, erklärte Alex entschieden. Und wieso nicht? wollte Joe wissen. Weil ich nicht glaube, dass sie ihm gewachsen ist. Dafür ist sie viel zu sehr Jungfrau, meinte Alex. Zu sehr Jungfrau? rief Sam entrüstet, die nicht glauben konnte, was sie da hörte. Tom und ich hatten schon während der Highschool Sex. Lieber Gott, ich habe acht Monate lang mit ihm zusammengelebt. Ja, aber im Kopf bist du noch Jungfrau, wiederholte Alex und musterte sie ernst. Sam, Süße, das ist nun mal so. Tom war dein erster und einziger Freund. Du bist nie mit einem anderen Mann ausgegangen. Ich weiß nicht mal, ob du überhaupt zu einer Affäre fähig bist. Es könnte sein, dass du das Ganze gar nicht mit genügend Distanz angehen kannst, um ein flüchtiges Abenteuer zu genießen. Natürlich bin ich dazu fähig, widersprach Sam nachdrücklich und merkte erst da, was sie gerade gesagt hatte. Also fügte sie hinzu, wenn ich es wollte, könnte ich es. Sie wollte sich bloß nicht auf ein Abenteuer mit Mortimer einlassen. Oder etwa doch? Ehe sie die Antwort auf ihre eigene Frage finden konnte, kam der Mann, um den es soeben gegangen war, zu ihnen zurück, nahm ein Bier aus der Kühltasche und kam zu ihnen zum Baumstamm. Sofort rutschte Joe zur Seite, um ihm Platz zu machen. Er setzte sich wieder zwischen die Schwestern. Alles in Ordnung? fragte Alex, während sie sich vorbeugte, um zu Mortimer zu sehen. Oh ja, alles bestens, beteuerte er und schraubte die Bierflasche auf. Pimms wollte mich nur mit jemandem bekannt machen. Pimms? wiederholte Sam mehr zu sich selbst. Soweit sie sich erinnern konnte, war es das erste Mal, dass er Deckers Nachnamen benutzte, während er selbst und Bricker sich nie mit Vornamen anredeten. Sam und ihre Schwestern hatten diese Eigenart einfach übernommen, aber jetzt machte es sie doch meugierig. Wieso redet ihr euch eigentlich mit dem Nachnamen an? Du und Bricker? Die Frage schien ihn zu überraschen und er musste erst einen Moment lang nachdenken, ehe er erwiderte, ich weiß nicht, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist typisch, Mann, meinte Joe. Die Männer an der Theke machen das auch so, entweder Nachnamen oder Spitznamen wie Moose oder so. Als sie den Namen aussprach, zog sie die Nase kraus. Und wie habt ihr euch kennengelernt? wollte Alex wissen. Nach kurzem Zögern antwortete er, wir sind uns bei einem Job begegnet. Einem Job? hakte Sam interessiert nach. Mortimer zuckte mit den Schultern. Wir waren nicht immer in einer Band. Und was habt ihr vor eurer Band gemacht? Joe ließ ihrer Neugier freien Lauf und als er abermals zögerte, legte sie grinsend nach. Komm schon, so schlimm kann's nicht gewesen sein. Als er nur verlegen auf seinem Platz hin und her rutschte, hakte sie nach. Soll ich raten? Nur zu, entgegnete er amüsiert. Wenn ich richtig rate, erzählst du es uns dann? pokerte Joe. Jetzt zeichnete sich auf seinen Lippen ein breites Lächeln ab. Falls du richtig rätst, was nicht der Fall sein wird. Das war ein Fehler, ließ Sam ihn wissen, während er einen Schluck Bier trank. Joe liebt nämlich Herausforderungen. Ja, das stimmt, bestätigte sie grinsend, wurde dann aber ernst und nachdenklich. Hm, lass mich mal überlegen. Ein Job, bei dem ihr alle tätig wart und der zwei Männer aus Kalifornien und einen Mann aus Toronto zusammenbringt. Ja, ich hab's. Ihr wart mal bei den Chippendales. Mortimer konnte nicht verhindern, dass er den Schluck Bier herausprustete, den er hatte trinken wollen. Er wischte sich den Mund ab und sah Joe entsetzt an. Bei den Chippendales? Na klar, ihr seht alle gut aus, ihr seid muskulös und jeder von euch ist auf seine Weise attraktiv. Sie zuckte mit den Schultern und grimste nach wie vor. Und? Hab ich recht? Um Gottes Willen, nein, beteuerte er. So ein Job würde mir nicht mal im Traum einfallen. Zu schade, murmelte Alex. Doch Mortimer musste sie gehört haben, da er im gleichen Moment rot anlief. Sam biss sich auf die Lippe und drehte sich weg, damit sie die Fassung bewahrte. Wenn er errötete, war er so verdammt verführerisch. Na ja, meinte Joe, ich dachte, dass euch irgendeinen Job in der Unterhaltungsbranche zusammengebracht haben könnte, wo ihr doch so weit voneinander entfernt lebt. Wo genau seid ihr euch denn begegnet? In L.A. oder in Toronto? Mortimer schüttelte den Kopf. Keine Tipps. Oh Mann, grummelte Joe und warf Sam einen flehenden Blick zu. Hilf mir. Sam zögerte und sah zu Mortimer, der sie seinerseits neugierig betrachtete. Es war nicht zu übersehen, dass ihn interessierte, was sie dachte. Sie musterte ihn aufmerksam. Sie schaute in seine Augen, die davon zeugten, dass sie schon viel gesehen hatten. Sie betrachtete seinen Mund, der viel zu oft von einem ernsten Ausdruck geprägt war. Dann erfasste sie auch den Rest seines schlanken, kraftvollen Körpers. Genau genommen traf diese Beschreibung auf jeden der drei Männer zu. Mortimer war blond, Bricker und Decker beide dunkelhaarig. Aber sie alle hatten diesen abgeklärten Blick und diese ernste Miene, die sich auch dann nicht völlig vertreiben ließ, wenn sie gelegentlich so charmant lächelten oder sogar laut lachten. Hinzu kam die Tatsache, dass jeder von ihnen es offenbar gewöhnt war, in einer Situation die Initiative zu ergreifen. Das galt auf jeden Fall für Mortimer, als der sich um ihre Brandverletzung gekümmert hatte. Seit sie diese Männer kennengelernt hatten, waren über jedem von ihnen ähnliche Charakterzüge aufgefallen. Sam war davon überzeugt, dass die drei mit Gelegenheiten bestens vertraut waren, in denen sie zur Tat schreiten mussten, und dass sie diejenigen waren, die entschieden, wie diese Tat auszusehen hatte. Ich würde sagen, dass ihr mal als Polizisten oder in irgendeiner ähnlichen Funktion gearbeitet habt, erklärte sie schließlich. Ja? Wart ihr Polizisten? fragte Alex, die offenbar der Ansicht war, dass Sam mit ihrer Vermutung richtig liegen musste. Nein, wir waren keine Polizisten, antwortete Decker und machte sie dadurch alle darauf aufmerksam, dass er und Bricker zurückgekehrt waren. Mortimers Blick blieb noch einen Moment lang an Sam hängen. Erst dann wanderte er zu dem anderen Mann. Ihr entging nicht, dass er fragend die Augenbrauen hob, woraufhin Decker kaum merklich den Kopf schüttelte. Für Sekunden machte sich Schweigen breit. Dann bemerkte Bricker, wie freundlich die Gäste alle seien, und zog die Kühltasche ein Stück weit in Richtung Baumstamm. Er nahm drei Flaschen Bier für die Männer heraus und setzte sich in Joes Nähe in den Sand, während er die Kühltasche so abstellte, dass Decker darauf Platz nehmen konnte. Ab da nahm der Abend für Sam eine etwas unwirkliche Wendung. Es folgte eine lange Phase, in der sich Bricker und Decker mit Joe und Alex abwechselten, um Fragen zu stellen. Die Männer wollten von Sam mehr über ihre Vergangenheit, ihre Arbeit und ihr Leben wissen, während ihre Schwestern Mortimer mit den gleichen Fragen überschütteten. Es war eine sehr bizarre Situation, die sie an ihr erstes Zusammentreffen mit Toms Familie erinnerte. Warum Joe und Alex das taten, war ihr dabei immerhin noch klar. Wollten sie doch Mortimer auf den Zahn fühlen, ob er für eine mögliche Affäre taugte. Beunruhigend aber war die Frage, warum die beiden anderen Männer sie regelrecht verhörten. Das war äußerst merkwürdig, und sie fühlte sich extrem unbehaglich. Es kam ihr so vor, als sei sie zu einem sehr langwierigen und unangenehmen Bewerbungsgespräch eingeladen worden, sodass sie schließlich Joe zutiefst dankbar war, als sie auf einmal zu gähnen begann und vorschlug, für diesen Abend Schluss zu machen. Sollten wir unserem Gastgeber Bescheid sagen, dass wir uns auf den Heimweg machen wollen? fragte Mortimer, als sie alle aufstanden und Bricker die Kühltasche an sich nahm. Sam schaute sich um, bis sie Jack Anderson entdeckte, der ein paar Holzscheite ins Feuer warf. Zwar gingen sie ein paar Schritte auf ihn zu, doch sie blieb stehen, bis er plötzlich aufsah und sich ihre Blicke trafen. Lächelnd deutete sie auf den Bootssteg und winkte ihm zu. Der ältere Mann verstand, was sie ihm mitteilen wollte, nickte kurz und machte dann eine Geste, dass er sie bald anrufen würde. Sam nickte und dann begab sich die Gruppe in Richtung Ufer. Das war schon die ganze Verabschiedung? wunderte sich Mortimer, der neben ihr ging. Nein, Jack und seine Frau Gladys kommen noch zum Essen zu uns, bevor wir wieder nach Hause fahren. Das machen wir immer so, erklärte sie. Sie veranstalten die Partys und müssen anschließend alles aufräumen. Und im Gegenzug werden sie den Sommer über von den meisten Leuten hier am See durchgefüttert. Keine schlechte Idee, meinte Mortimer. Finde ich auch, stimmte sie ihm zu. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hier so ziemlich jeder seinen eigenen Müll mitnimmt und selbst entsorgt. Alex und die anderen saßen bereits im Schnellboot, als Sam und Mortimer bei ihnen eintrafen. Die Männer lösten gerade die Leinen und Alex startete den Motor. Auf dem Weg hierher habt ihr uns geschlagen, aber auf dem Rückweg wird euch das nicht nochmal gelingen, rief Alex ihnen zu, als Mortimer in das Aluminiumboot stieg und sich umdrehte, um Sam hineinzuhelfen. Sam, die nach der kurzen letzten Nacht noch müde war, schüttelte nur den Kopf und kletterte ins Boot. Während sie sich um den Motor kümmerte, jagte das Schnellboot bereits davon. »Lass mich das machen«, sagte Mortimer, der zu ihr gekommen war, um die Starterschnur zu ziehen und den Motor anzuwerfen. Sam wurde durch seinen Duft ebenso abgelenkt wie durch seinen Arm, der unabsichtlich über ihre Brust strich. Daher kam es ihr gar nicht in den Sinn, zu protestieren. Stattdessen atmete sie tief seinen Duft ein, so wie sie es bereits zuvor im Cottage getan hatte. Er roch wirklich köstlich. Als der Motor beim ersten Versuch ansprang und Mortimer zum Bug zurückkehrte, um die Leine zu lösen, verspürte sie ein jähes Gefühl der Enttäuschung. Vor Verwunderung über ihr eigenes Verhalten konnte sie nur den Kopf schütteln. Schließlich sah sie zu Mortimer, um sich davon zu überzeugen, dass er Platz genommen hatte, ehe sie vom Steg ablegte. Auf der Rückfahrt rieb sie den Außenbordmotor nicht wieder zur Höchstleistung an. Doch die Goldie war einfach viel zu schwer beladen, und so hatten sie Alex mitsamt ihren Passagieren eingeholt, lange bevor die am Ziel ankamen. Sam drosselte die Geschwindigkeit, um auf gleicher Höhe mit dem Schnellboot zu bleiben. Ihr Blick wanderte von den funkelnden Sternen über den ruhig daliegenden See, während die beiden Boote Seite an Seite das letzte Stück bis zum Steg zurücklegten. Zwar gab es kein großes Leuchtfeuer, das ihnen den Weg nach Hause wies, aber Sam war schon seit Jahren bestens mit dem See vertraut und hatte auch mitten in der Nacht keine Schwierigkeiten, die Anlegestelle an ihrem Grundstück wiederzufinden. Alex und Joe unterhielten sich ruhig mit den Männern. Mortimer half Sam aus dem Boot. Es hörte sich an, als ob sie den beiden den Weg zu einem Coffeeshop beschrieben, der sich in einem Nachbarort befand. Mortimer blieb bei ihnen stehen, um ihnen zuzuhören, aber Sam war zu müde, sodass sie nur noch ein Gute-Nacht murmeln konnte und dann das Cottage ansteuerte. Sie war bereits ein paar Schritte weit gegangen, als er auffiel, dass Mortimer ihr folgte. Sofort blieb sie voller Unbehagen stehen und warf ihm einen argwöhnischen Blick zu. Ich wollte dich nur bis zur Haustür begleiten, erklärte er leise. Es ist dunkel, der Boden ist uneben und dein Gleichgewichtssinn … Er ließ den Satz unvollendet, da sie beide wussten, dass es um ihr Gleichgewicht momentan nicht sonderlich gut bestellt war. Sam nickte und drehte sich wieder um, und sie protestierte nicht mal, als er sie am Arm fasste, um sie um die halb im Boden versunkenen Steine und die Baumwurzeln herumzuführen, die ihr im Weg lagen. Soll ich dir helfen, im Cottage nach einer Kerze zu suchen? fragte er, als sie die Stufen hinaufgingen. Tatsächlich fühlte sie sich versucht, ihn ins Haus zu lassen, um herauszufinden, ob er wohl versuchen würde, sie zu küssen. Sie bekam sich noch rechtzeitig in den Griff und schüttelte hastig den Kopf. Dafür fühlte sie sich noch gar nicht bereit. Nein, das geht schon. Unsere Taschenlampen stehen im Regal gleich hinter der Tür. Trotzdem vielen Dank, fügte sie noch hinzu und blieb an der Haustür stehen. Sie drehte sich zu ihm um und setzte zu einer weiteren Bemerkung an, doch was sie hatte sagen wollen, wusste sie selbst nicht, da der Gedanke in dem Moment weggewischt wurde, da sie bemerkte, wie seine Augen in der Dunkelheit leuchteten. Es wirkte so, als ob seine Augen das Mondlicht aufsogen und dann zurückwarfen. Wie bei einem nachtaktiven Räuber, dachte Sam, wobei ihr ein Schauer über den Rücken lief. Schweigend sahen sie sich an. Dann auf einmal beugte sich Mortimer vor. Oder war sie diejenige, die sich vorbeugte? Es ließ sich nicht feststellen, da lautes Gelächter vom Bootssteg sie beide dazu veranlasste, sofort wieder auf Abstand zu gehen. Also dann, murmelte Mortimer mit belegter Stimme. Er räusperte sich und wandte sich ab. Gute Nacht. Gute Nacht, rief Sam ihm im Flüsterton nach, als er die Stufen hinunterging und sich dem Pfad näherte, der zwischen den Bäumen hindurch zum Nachbargrundstück führte. Sie sah ihm nach, bis seine Konturen mit den Schatten unter den Bäumen verschmolzen. Schließlich seufzte sie leise, öffnete die Tür zum Cottage und ging hinein. Nachdem sie sich das Gesicht gewaschen und die Zähne geputzt hatte, begab sie sich im Schein der Taschenlampe in ihr Zimmer. Sie zog das übergroße T-Shirt an, das sie gern als Nachthemd trug, als sie hörte, wie die Tür ins Schloss fiel, gefolgt von den leisen Stimmen ihrer Schwestern. Gleich darauf kehrte Ruhe ein, und zwei Türen wurden leise geschlossen. Sam machte die Taschenlampe aus und ging zum Bett, als sie durch das offene Fenster hörte, wie draußen ein Motor angelassen wurde. Sie warf einen Blick zum Nachbargebäude und sah ein paar Scheinwerfer aufleuchten. Der Lichtkegel bewegte sich die Zufahrt entlang in Richtung Straße. Offenbar hatte für die Männer die Nacht gerade erst begonnen. Sie legte sich ins Bett und versuchte einzuschlafen. Doch auch wenn sie auf der Rückfahrt zum Cottage bereits hundemüde gewesen war, drehte sie sich in dem viel zu warmen Bett ständig von einer Seite auf die andere. Dabei verfluchte sie den Stromausfall, der es ihr unmöglich machte, den Deckenventilator einzuschalten, während sie gleichzeitig darüber nachgrübelte, warum die Männer um diese Zeit noch unterwegs waren. Die drei waren noch immer nicht zurück, als sich am Himmel bereits das erste Licht des neuen Tages zeigte. Erst dann gelang es ihr, einzuschlafen, wenngleich sie in einen rastlosen Schlaf fiel und seltsame Träume sie plagten. Darin ging sie am Seeufer vor dem Cottage spazieren, Hand in Hand mit Tom, der wieder so aussah wie damals auf der Highschool. Aber er redete von all den Dingen, die er ihr gesagt hatte, als er sich von ihr trennte. Sie war zu habgierig, zu fordernd, sie erwartete zu viel von ihm. Er zog seine Hand weg und als sie versuchte, ihn trotzdem festzuhalten, da fühlte sich seine Hand so glitschig an wie bei einem Fisch. Während er sich zurückzog, wurde ihre andere Hand plötzlich in einen warmen, festen Griff genommen. Verwundert drehte sie sich um und entdeckte Mortimer. Im nächsten Moment war Tom verschwunden und auch Mortimer ließ sie los, jedoch nur um seine Hände an ihr Gesicht zu legen, damit er ihren Kopf ein wenig anheben und ihr in die Augen sehen konnte. Du bist die eine, erklärte er ernst. Die eine? Wiederholte sie ratlos. Mortimer nickte. Das Silber in seinen Augen schien fast zu glühen, während er den Kopf neigte, bis sich ihre Lippen fast berührten. Sam hielt gebannt den Atem an und hatte Angst, sich zu rühren. Er war der erste Mann seit Tom, der sie küßte. Der zweite Mann, von dem sie in ihrem Leben geküsst wurde. Obwohl sie wusste, es war nur ein Traum, fühlte sie sich unsicher und unvorbereitet, als sein Mund ihre Lippen berührte. Tom hatte nie besonders gut geküsst. Wenn er es tat, geschah es auf eine flüchtige, fast desinteressierte Weise, da seine Hände längst über ihren Körper wanderten. Seine Lippen verweilten nie lange bei ihrem Mund, sondern widmeten sich lieber anderen Regionen, die ihm wichtiger waren. Sie hatte es von Anfang an bedauert, dass Küsse für ihn keine besondere Rolle spielten, ganz anders als in den Liebesromanen, die sie zu ihrem heimlichen Vergnügen las. Dort war von intensiven Küssen die Rede, von Zungenküssen, von explodierender Leidenschaft. Immer hatte sie davon geträumt, so etwas einmal zu erleben. In diesem Traum war es nun soweit. Mortimer strich mit seinem Mund sanft über ihren, ein zweites, dann ein drittes Mal. Jedes Mal mit ein wenig mehr sanftem Druck, bis sie spürte, wie seine Zunge hervorkam, um ihre Lippen zu teilen. Sie öffnete sich ihm und war bald ganz von seinem Geschmack erfüllt. Für einen Moment schlug sie die Augen auf. Dann entstieg ein sanftes, oh, ihrer Kehle, als ihr bewusst wurde, was ihr so viele Jahre lang entgangen war. Wie benommen spürte sie die Zärtlichkeiten seiner Zunge, während eine Wuge der Erregung durch ihren Körper rollte. Das war, das war, oh, keuchte sie wieder und ließ ihre Hände über Mortimers Rücken wandern, während er ihren Kopf sanft in den Nacken drückte, damit er sie noch intensiver küssen konnte, als sie es für möglich gehalten hätte. Toms Küsse waren bestenfalls ein wenig angefeuchtet gewesen. Das hier dagegen war heiß und nass. Das hier war Sex, bei dem man die Kleidung anbehielt, und sie wollte nicht, dass es aufhörte. Doch dann hörte es auf, und sein Mund wanderte über ihre Wange bis hinunter zu ihrem Hals, von dort weiter zum Schlüsselbein. Wo er ihre Haut berührte, fühlte sie sich an, als wolle sie sich von ihrem Körper lösen, um von seinem Mund verschlungen zu werden. Es war überallermaßen erregend, und Sam bemerkte, wie sie ihre Finger in seinem Haar vergrub, um seinen Kopf hochzuziehen, damit er sie wieder auf den Mund küßte. Sie hoffte auf diese Weise, die Begierde ein wenig zu stillen, die durch ihren Körper jagte. Er reagierte auf ihre unausgesprochene Aufforderung und kehrte zu ihrem Mund zurück. Hatte sie schon beim ersten Kuss geglaubt, den Sturm der Leidenschaft zu erleben, von dem sie in den Romanen so oft las, musste sie nun einsehen, dass das bloß ein Vorgeschmack gewesen war. Jetzt war es fast so, als wolle er sie verschlingen, und seine ungestümen Küsse ließen zwischen ihren mit einem mal so wackeligen Beinen eine Hitze entstehen, die sie kaum aushalten konnte. Stündend klammerte Sam sich an ihm fest und erwiderte seine Leidenschaft. Zuerst unsicher und zaghaft, fast sogar tollpatschig, aber dann gewann sie nach und nach an Selbstvertrauen, zu dem sich ein starker werdendes Verlangen gesellte. Völlig von den Gefühlen vereinnahmt, die er mit nichts weiter als einem Kuss in ihr auslöste, bemerkte sie zunächst gar nicht, wie er sie langsam auf den Boden gleiten ließ. Es fiel ihr erst auf, als sie kühlen Sand an ihren nackten Beinen und durch den dünnen Stoff des T-Shirts fühlte. Eine frische Brise an den Oberschenkeln und dann auf ihrem Bauch war der erste Hinweis darauf, dass er ihr Nachthemd nach oben schob. Sie ließ ihn gewähren, und sie hätte ihm dabei sogar noch geholfen, wären ihre Hände nicht so sehr damit beschäftigt gewesen, ihn an sich zu ziehen. Doch zum Glück benötigte ihr Traumliebhaber gar keine Hilfe. Mühelos hob er ihren Körper gerade weit genug an, um das T-Shirt bis über ihre Brüste hinaufzuschieben. Dann befand sich seine Hand nicht mehr an ihrem Rücken, sondern lag auf ihrem Busen. Sam stöhnte auf und bog den Rücken durch, um ihre Brust in seine liebkosende Hand zu pressen. Ein lustvolles Ächzen kam über ihre Lippen, als er sie umfasste und fast schmerzhaft drückte. Im nächsten Moment löste er abermals seinen Mund von ihrem. Diesmal ließ sie ihn gewähren, als er seine Küsse über ihren Hals verteilte und kurz an ihrem Schlüsselbein verharrte, bis ihr ein wohliger Schauer über den Rücken lief. Seine Hand wanderte von ihrer Brust weiter zu ihrem Bauch. Dafür widmete er sich mit Lippen und Zunge ihrem Nippel, der vor Erregung steil aufgerichtet war. Sam hatte das Gefühl, vor Lust zu vergehen. Enttäuscht schlug sie die Augen auf, als er von ihrer Brust abließ. Doch dann musste sie voller Schreck erkennen, dass Mortimer sich ein Stück weiter aufgerichtet hatte. Verlegen versuchte sie, seinen Kopf nach unten zu drücken, damit er weitermachte, anstatt sie so eindringlich zu mustern. Doch er ignorierte ihre Bemühungen einfach. Als er das Wort «wunderschön» flüsterte, warnt sie sich unter seinem Blick, und sie wusste, dass er sie anlog. Tom hatte immer gesagt, sie sei zu flach gebaut, und mehr als einmal hatte er ihr eine Brustvergrößerung vorgeschlagen. Zudr, keuchte sie kleinlaut und versuchte wieder, ihn davon abzubringen, sie so anzusehen. Er dagegen schüttelte nur den Kopf und studierte sie mit seinen silbrig-grün schimmernden Augen. Das dachte ich zuerst auch, gestand er ihr ein, gab aber dann sofort Balsam auf ihre Seele, als er hinzufügte. Bis jetzt. Wenn ich dich so sehe. Er ließ den Satz unvollendet, da die Begierde in seinem Blick der wortlose Beweis dafür waren, welche Gefühle er bei ihrem Anblick verspürte. Schließlich küsste er sie wieder, um sie die Erregung kosten zu lassen, die sie bei ihm auslöste. Und dass dieser Mann erregt war, daran gab es keinen Zweifel. Das konnte sie deutlich spüren, als er sich gegen ihre Hüfte drückte, um sich über sie zu beugen. Der Stoff seines T-Shirts fühlte sich auf ihrer glühenden Haut fast so rau wie Schmirgelpapier an. Erst dadurch wurde ihr bewusst, dass er immer noch vollständig angezogen war, während sie praktisch nackt neben ihm im Sand lag. Sie nahm all ihren Mut zusammen und beschloss, dieses Missverhältnis auszuräumen. Also ließ sie die Hände über seinen Rücken wandern, fasste das Baumwollhemd und zog es aus dem Hosenbund seiner Jeans. Als sie es bis zu seiner Brust hochgezogen hatte, ließ sie das Shirt los, damit sie seine nackte Haut berühren konnte, die sich unter ihren Fingerspitzen sanft und heiß anfühlte. Von plötzlicher Kühnheit erfüllt – immerhin war das hier nur ein Traum – schob sie die Hände nach vorn auf seine Brust und begann, mit seinen Nippeln zu spielen. Als er um Beherrschung ringend aufstöhnte und unwillkürlich seine Hüften fester gegen ihre drückte, musste Sam unwillkürlich lächeln. Das lenkte ihre Aufmerksamkeit auf die unteren Regionen seines Körpers, und sie strich mit der Hand über die Vorderseite der Jeans, bis sie die Ausbuchtung in seiner Hose ertastete. Diesmal reagierte Mortimer mit einem noch heftigeren, tieferen Stöhnen, das seine Lippen vibrieren ließ. Diese Schwingungen übertrugen sich auf sie, woraufhin sie mit der in seinem Schritt drohenden Hand noch einmal sanften Druck ausübte. Das zog eine noch leidenschaftlichere Reaktion nach sich, denn er schob sich zwischen ihre Schenkel und bewegte sich auf eine Art, die das imitierte, was hoffentlich noch folgen würde. Schon jetzt hatte er sie in eine Erregung versetzt, die sie nicht einmal im Traum für möglich gehalten hätte. Alex hatte recht. Das musste Sam jetzt erkennen. Sie war tatsächlich noch eine Jungfrau, und sie hatte bislang auf verdammt viel verzichten müssen. Dass Tom mit ihr Schluss gemacht hatte, kam ihr inzwischen wie das Beste vor, was er jemals für sie getan hatte. Wer hätte das gedacht? Der Gedanke ließ sie kichern. Doch im nächsten Moment folgte ein tiefes, kehliges Stöhnen, da Mortimer sich wieder gegen sie drückte und gleichzeitig seine Zunge in ihren Mund eindringen ließ. Nein, Alex hatte sich geirrt. Sie war durchaus zu einer Affäre mit Mortimer in der Lage. Und wenn das hier nur die Vorgruppe war, dann müsste schon der Teufel seine Finger im Spiel haben, um sie den Top-Act versäumen zu lassen. Ihre Hände zitterten und wirkten tollpatschig, aber auch entschlossen, als sie nach dem Reißverschluss seiner Jeans griff, um ihn aufzuziehen. Mortimer drückte ein wenig die Hüften hoch, um ihre Anstrengungen zu unterstützen, als sie auf einmal von einem Kissen im Gesicht getroffen wurde. Das muss ja ein unglaublicher Traum gewesen sein. Wir haben den Stöhnen bis in die Küche gehört. Sam blinzelte ein paar Mal und riss die Augen auf. Dann sah sie in die grinsenden Gesichter von Alex und Joe. Die beiden knieten links und rechts von ihr auf dem Bett. Joe war diejenige, die das Kissen in der Hand hielt, und damit war sie auch diejenige, die sie um das Ende dieses wundervollen Traums gebracht hatte. Komm schon, du Schlafmütze, es ist bereits Mittag. Alex ließ sich vom Bett gleiten und ging zur Tür. Der Strom ist wieder da und die Kaffeemaschine läuft. Das ist bereits die zweite Kanne, fügte sie hinzu. An der Tür drehte sie sich zur Seite, um Joe vorbeizulassen. Dann erklärte sie, Wir verhungern da drinnen, und wir können nicht mit dem Frühstück anfangen, solange du nicht nach nebenan gehst und Wurst für uns holst. Ich? Warum denn ich? fragte Sam. Und was ist, wenn die noch gar nicht auf sind? Alex zuckte mit den Schultern. Es ist Mittag, da wird ja zumindest einer von ihnen schon wach sein. Jetzt beeil dich und zieh dich an, wir kommen um vor Hunger. Warum gehst du dann nicht rüber? gab Sam gereizt zurück. Bevor wir dich geweckt haben, da haben wir erst mal abgestimmt, wer von uns zu ihnen gehen soll. Und du bist unsere Siegerin, meinte sie amüsiert, und fügte hinzu. Ach, übrigens, ich hab mir das noch mal überlegt. Ich finde, du solltest doch eine Affäre mit Mortimer haben. Ach ja? fragte Sam verwirrt. Und wieso, bitte? Wenn er dich im wachen Zustand auch nur halb so laut zum Stöhnen bringt wie im Schlaf, dann ist eine Affäre jeden Herzschmerz wert, den er dir vielleicht bereiten wird. Sie wartete noch lange genug, bis sie sah, dass Sam vor Verlegenheit rot anlief. Erst dann ging sie aus dem Zimmer und zog die Tür hinter sich zu. Sam ließ entsetzt den Kopf in den Nacken sinken und schieß ein leises Ächzen aus. Ob es damit zu tun hatte, dass ihr Traum im falschen Moment unterbrochen worden war, oder ob es ihr peinlich war, dass die anderen sie hatten Stöhnen hören, wusste sie selbst nicht so genau. Komm nicht auf die Idee, noch mal einzuschlafen, rief Alexi durch die geschlossene Tür warm und zu. Wenn du nicht in fünf Minuten rausgekommen bist, dann kommen wir wieder zu dir rein. Seufzend schlug Sam die Bettdecke zurück und stand auf. Ihr Blick wanderte zum Fenster und suchte die Baumreihe ab, die die beiden Anwesen wie einen Vorhang voneinander abteilte. Hier oben war der Sommer noch jung. Das Laub hatte sich noch nicht ganz entwickelt. Dadurch entstanden Gucklöcher, die in ein paar Wochen zugewachsen sein würden. So konnte sie genug sehen, um zu erkennen, dass sich im Cottage nebenan noch nichts rührte. Sie biss sich auf die Unterlippe und machte sich daran, etwas zum Anziehen zu suchen, was diesmal länger als üblich dauerte. Sie war von der Tatsache hin- und hergerissen, dass ihre Schwestern abgestimmt hatten, wer etwas von dem nach nebenan ausgelagerten Fleisch holen gehen sollte. Einerseits schämte sie sich für ihren Wüstentraum und wollte Mortimer lieber aus dem Weg gehen. Andererseits brannte sie darauf, ihn wiederzusehen, und dann wollte sie sich von ihrer besten Seite präsentieren. Prompt bekam sie wieder rote Wangen, als sie sich Letzteres eingestand. Selbst wenn sie sich von ihrer besten Seite zeigte, würde sie nie als hübsch gelten. Doch in ihrem Traum hatte Mortimer sie angesehen, als sei sie die schönste Frau, die ihm je begegnet war. Tief in ihrem Herzen hoffte sie sogar, er würde sie eines Tages wirklich einmal so ansehen, wie er es im Traum getan hatte. Essen, murmelte sie, während sie die ausgewählte Kleidung an sich nahm und das Zimmer verließ. Offenbar hatte Alex am Abend zuvor völlig recht gehabt. Sam war zu unerfahren darin, eine Affäre in den Griff zu bekommen. Wenn sie es versuchte, würde es ihr das Herz brechen oder aber sie vor aller Welt demütigen. Am besten war es einen großen Bogen, um den Mann zu machen. Und genau das würde sie tun. Gleich nachdem sie rübergegangen war und die Wurst aus dem Kühlschrank geholt hatte. Mortimer saß aufrecht im Bett und knurrte frustriert. Er hatte soeben einen unglaublich erotischen Traum gehabt, mit Sam als Hauptdarstellerin. Selbst jetzt konnte er noch spüren, wie sie sich in seinen Armen wandte, und das machte das schmerzende Verlangen in seinen Lenden nur noch stärker. Er sah an sich herab und wunderte sich nicht, als sein Blick auf seine Erektion fiel. Aufgebracht rieb er sich das Gesicht und versuchte, die Erinnerungen zu vertreiben, die ihm zu schaffen machten. Noch immer hatte er Sams Geschmack auf der Zunge, und auf seiner Haut spürte er ihren zarten, geschmeidigen Körper. Leugnen war zwecklos. Längst sah alles danach aus, dass Sam tatsächlich seine Lebensgefährtin war. Das Witzige daran war, dass Mortimer von dem Gedanken nicht mehr abgeschreckt wurde, nachdem er Sam näher kennengelernt hatte. Natürlich hatte Sam nach wie vor nicht die Oberweite, die seine Traumfrau Jessica Rabbit vorweisen konnte, doch in ihrem gemeinsamen Traum war das für ihn kein Grund gewesen, sie deshalb als unattraktiv einzustufen. Ihr schlanker Körper hatte auf ihn vielmehr sogar äußerst anziehend gewirkt und ihn in gewisser Weise an eine Katze erinnert. Der kleine Mortimer geriet bei dem Gedanken prompt in Aufregung, woraufhin Mortimer nur noch den Kopf schütteln konnte. Allmählich wurde er wirklich sprunghaft und inkonsequent. Eben noch beklagte er sich, dass sie aussah wie Olivia Öhl und dass sie so gar nicht sein Typ war, und jetzt wollte er sie schnellstens wiedersehen. Vielleicht ergab sich ja eine Gelegenheit, das im Traum erlebte, noch einmal zu genießen, diesmal aber in der Wirklichkeit. In ihrem gemeinsamen Traum hatte sich Sam als genauso leidenschaftlich wie intelligent entpuppt. Ihr leises, lustvolles Stöhnen, das Gefühl, sie zu halten und zu schmecken, das alles hatte ihn verrückt gemacht und sein Verlangen geschürt, in sie einzudringen. Was er auch getan hätte, wäre sie nicht plötzlich aus seinem Traum verschwunden. Es war ein gemeinsamer Traum gewesen, daran gab es keinen Zweifel. Sein Geist hatte sich im Schlaf mit ihrem verbunden und sie in dieses erotische Feuerwerk hineingezogen. Das war ein weiterer Beleg dafür, dass sie seine Lebensgefährtin war. Dummerweise hatte man sie offenbar aufgeweckt, wodurch die Verbindung zu ihr unterbrochen worden war. Vermutlich war sie in diesem Moment genauso frustriert wie er, und es war anzunehmen, dass sie überlegte, ob sie wieder einschlafen und in diesen Traum zurückkehren konnte. Wenn es ihr gelang, würden sie den Traum fortsetzen können. Der Gedanke machte Mortimer stutzig. So etwas war nicht sehr wahrscheinlich. Schließlich war sie inzwischen sicher aufgestanden. Doch die Möglichkeit, dass es passieren könnte, war für ihn Grund genug, sich wieder hinzulegen. Er war fest entschlossen, noch einmal einzuschlafen, um es herauszufinden. Allerdings stellte er fest, dass er sich nicht nur nach ihr verzehrte. Er hätte vor dem Zu-Bett-Gehen eine Blutkonserve trinken sollen, wurde ihm jetzt zu seiner Verärgerung deutlich. Am Abend zuvor hatte er noch einen Beutel mehr getrunken als nötig, bevor sie nach nebenan zu den Frauen gegangen waren. Aber er hatte bis in die Nacht hinein etliche Flaschen Bier getrunken, und sein Blut war vollauf damit beschäftigt gewesen, die Wirkung des Alkohols auf seinen Körper zu bekämpfen. Und jetzt benötigte er dringend Nachschub, da er bereits erste leichte Schmerzen verspürte, die es verhindern würden, dass er noch mal einschlief. Mürrend stand er auf, zog die Jeans an und verließ sein Zimmer. Er würde schnell einen Beutel trinken und dann versuchen, wieder einzuschlafen. Durch den fast stockfinsteren Fitnessraum ging er zum Kühlschrank, aus dem sie am Tag zuvor alle verdorbenen Blutkonserven geholt und gegen die frischen, mitgebrachten Beutel ausgetauscht hatten. Einen dieser Beutel nahm er heraus, überlegte, ob er noch einen zweiten nehmen sollte, entschied sich aber dagegen und drückte ihn gegen seine Zähne. Während er das Blut zu trinken begann, schlenderte er zur Glaswand, die jetzt hinter einer Jalousie verborgen lag. Mit einem Finger schob er eine Lamelle zur Seite und zuckte zusammen, als ihn das Tageslicht traf. Draußen war es immer noch entsetzlich hell. Mortimer war es nicht gewöhnt, um diese Uhrzeit wach zu sein. Nachdem er sich an die gleißende Helligkeit gewöhnt hatte, warf er einen Blick zum benachbarten Cottage. Draußen war niemand zu sehen, aber er glaubte, am Küchenfenster eine Bewegung ausgemacht zu haben. Hoffentlich war das nicht Sam, wie er inzwischen aufgestanden war. Schließlich wollte er sich wieder schlafen legen und den gemeinsamen Traum zum Abschluss bringen. Auch der kleine Mortimer war daran offenbar sehr interessiert, stand er doch unverändert stramm. Im Stockwerk über ihm knarrte der Fußboden und Mortimer ließ die Lamelle los. Es war bereits kurz nach Mittag, aber für ihn und die anderen beiden Unsterblichen war es noch sehr früh. Nach der Rückkehr von der Party hatten sie etliche Stunden damit verbracht, im Coffeeshop ganz in der Nähe und an anderen Orten nach dem Abtrünnigen zu suchen, in der Hoffnung, ihn auf frischer Tat zu ertappen, wie er sich gerade einen schnellen Biss erlaubte. Keiner von ihnen sollte jetzt eigentlich schon wach sein. Verwundert zog er den mittlerweile leeren Beutel von den Zähnen und zerknüllte ihn, während er leise den Raum durchquerte, um die Treppe hinaufzusteigen. Auf der obersten Stufe angekommen sah er, dass sich jemand in den zweiten Kühlschrank beugte, von dem er nur die Beine sehen konnte. Trotzdem wusste Mortimer, dass es sich um Bricker handelte, der da förmlich in den Kühlschrank kriechen wollte. Was machst du da? fragte er. Vor Schreck richtete sich Bricker abrupt auf und fluchte lautstark, als er sich den Kopf im Kühlschrank stieß. Er machte einen Schritt nach hinten und drehte sich um. Dann warf er Mortimer einen zornigen Blick zu. Wonach sieht es denn aus? Ich esse, fauchte er ihn an und fügte dann noch vorwurfsvoll hinzu. Wir hätten heute Nacht auf der Rückfahrt noch irgendwo anhalten sollen, um was zu essen. Jetzt habe ich vor Hunger Magenschmerzen und ich kann nicht mehr schlafen. Es war zu spät. Als wir auf dem Rückweg waren, ging bereits die Sonne auf, betonte Mortimer und stutzte, als er sah, dass Bricker eine polnische Wurst in der einen und ein Stück Käse in der anderen Hand hielt. Das sind aber nicht unsere Lebensmittel. Ich weiß, aber das ersetzen wir, sobald die Geschäfte geöffnet sind. Als er damit Mortimers verkniffene Miene nicht besänftigen konnte, ergänzte er, ich habe Hunger. Mortimers Gesichtszüge wurden etwas sanfter, als er den kläglichen Tonfall des Jüngeren und Sterblichen vernahm. Auch wenn er selbst was getrunken hatte, spürte er, wie der Hunger ihn abermals quälte, da der eine Beutel bei weitem nicht ausreichte. Doch es kam ihm so vor, als würde sein Körper nicht nach noch mehr Blut verlangen. Vielmehr wollte sein Magen versorgt werden, nachdem er am Abend zuvor erneute Bekanntschaft mit richtigem Essen gemacht hatte. Offenbar war auch dieser Hunger wieder erwacht, nicht nur sein Verlangen nach Sex. Letzteres war auf jeden Fall in Fahrt gekommen. Er konnte sich nicht mal an die Frau erinnern, mit der er zuletzt Sex gehabt hatte. Aber im Moment kreisten seine Gedanken auch nur einzig und allein um Sam. Kannst du den Generator hören? fragte Bricker plötzlich und machte Mortimer mit der Frage stutzig, da dem erst jetzt bewusst wurde, dass das Dröhnen des Dieselmotors verstummt war, der die Lampen und die Kühlschränke mit Strom versorgt hatte. Bricker betrachtete skeptisch die polnische Wurst, die er in der Hand hielt. Im Kühlschrank fühlt sich alles kalt an, also muss der Strom wieder da sein, aber … Aber? fragte Mortimer. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Generator letzte Nacht lief, als wir von der Anderson-Party zurück waren, räumte er widerstrebend ein. Dann fügte er hinzu … Und diese Wurst schmeckt irgendwie eigenartig. Sorgenvoll betrachtete Mortimer den leeren Blutbeutel in seiner Hand. Als er ihn aus dem unteren Kühlschrank geholt hatte, da fühlte er sich gekühlt an. Doch das musste nicht bedeuten, dass er von gestern Abend an ununterbrochen kühl gewesen war. Und das war gar nicht gut. Blut musste bei ein bis sechs Grad Celsius gelagert werden, da ansonsten Zellzerfall auftreten konnte. Womöglich hatte er soeben verdorbenes Blut getrunken. Das war der eine große Nachteil an dieser Art der Nahrungsaufnahme. Hätte er das Blut aus einem Glas getrunken, wäre ihm schon beim ersten Schluck aufgefallen, dass etwas nicht in Ordnung war. Da er aber seine Zähne in den Beutel bohrte und die Flüssigkeit auf diese Weise zu sich nahm, konnte er das Blut nie schmecken. Ein Schlurfen irgendwo hinter ihm holte ihn aus seinen sorgenvollen Gedanken. Und als er sich umdrehte, sah er Decker in die Küche kommen, der sie beide mürrisch ansah, während er einen leeren Blutbeutel in den Abfalleimer warf. Offenbar hatte er sich auf dem Weg nach oben auch aus dem Kühlschrank bedient. Was ist los? Was macht ihr zwei, außer dass ihr mich um meinen Schlaf bringt? Brummte er. Der Generator läuft nicht, ließ Mortimer ihn wissen, ohne sich um die schlechte Laune des Unsterblichen zu kümmern. Wir vermuten, dass er irgendwann in der Nacht ausgegangen ist. Sofort verstand Decker, was das zu bedeuten hatte, fluchte und stürmte aus der Küche. Mortimer warf seinen Beutel ebenfalls in den Abfall und folgte ihm. Bricker war dicht hinter ihm. Der Generator befand sich in einem kleinen Schuppen hinter dem Cottage. Kaum hatte Decker die Tür geöffnet, drängten sich die Männer in den kleinen Raum und starrten das metallene Mysterium an, als das sich ihnen der Generator präsentierte. Er läuft nicht, so viel ist klar, stellte Bricker fest. Die anderen nickten zustimmend. Dann breitete sich wieder Schweigen aus, als sie weiter die Maschine anstarrten. Mortimer glaubte nicht, dass einer von ihnen sich mit Generatoren auskannte. Sie waren alle Jäger, die Abtrünnige und Sterbliche aufspürten und zum Rat brachten, damit der ein Urteil sprach. Keiner von ihnen war technisch versiert, es sei denn, es ging um Waffen. Wäre der Generator ein Flammenwerfer oder etwas Ähnliches gewesen, hätten sie ihn zerlegen, reparieren und wieder zusammensetzen können. Aber das Ding vor ihnen war definitiv kein Flammenwerfer. Decker trat näher heran und beugte sich vor, sah hierhin und dorthin und legte den Kopf schräg, um die verschiedenen Ventile und Schalter zu begutachten. Schließlich richtete er sich auf, hielt kurz inne und verpasste dem Gerät dann einen kräftigen Tritt. Nichts geschah. Ich werde wohl jemanden anrufen müssen, der sich das Ding mal ansieht, entschied er und warf dem wiederborstigen Generator einen bösen Blick zu. Bricker stöhnte auf. Ich habe verdorbene Wurst gegessen. Und ich habe verdorbenes Blut getrunken, murmelte Decker entsetzt. Mortimer seufzte. Ich ebenfalls. Zwar stellten altes Blut und verdorbene Wurst für sie keine Gefahr dar. Dennoch mussten sich ihre Körper mehr anstrengen, um die schädliche Wirkung zu bekämpfen. Und das hieß, sie benötigten mehr Blut. Und der Kühlschrank war randvoll mit verdorbenen Blutkonserven. Ich rufe bei ABB an, damit sie uns eine volle Kühlbox schicken, sagte Mortimer und drehte sich zur Tür um, blieb aber wie angewurzelt stehen, als er draußen Sam entdeckte, die dem Weg zwischen dem Cottage und dem Schuppen folgte. Sie nach diesem Traum leibhaftig vor sich zu sehen, ließ ihn vor Schreck einen Schritt zurückweichen, wobei er jemandem auf die Zehen trat. Brickers Zehen, wie ihm klar wurde, als er über die Schulter schaute und eine Entschuldigung murmelte. Guten Morgen, grüßte Sam gut gelaunt und lenkte seinen Blick auf sich, als sie zu ihnen kam. Obwohl, wir haben ja bereits Mittag. Ihre Wangen erröteten leicht, als sich ihre Blicke trafen, und als sie hastig wegsah, musste er lächeln. Sehr wahrscheinlich dachte sie in diesem Moment an den Traum, den er auch geträumt hatte. Ihm entging auch nicht, dass ihr Puls sich mit einem Mal beschleunigte, was seine Vermutung ebenso untermauerte wie ihre plötzliche Kurzatmigkeit. Eine Erregung ergriff von ihr Besitz, die er tatsächlich riechen konnte. Hatte ich doch richtig gesehen, dass ihr zum Schuppen gegangen wart? Sie klang nervös, und auch wenn sie es vermied, ihn direkt anzusehen, beobachtete sie ihn dennoch aus dem Augenwinkel weiter, ganz so wie ein Raubtier, das seine Beute in Sicherheit zu wiegen versuchte, indem es scheinbar woanders hinschaute. Das ließ seinen Jagdinstinkt erwachen, der ihn trieb, sich ihr zu nähern. Tatsächlich jedoch wich er abermals vor ihr zurück und drängte die anderen Männer in die Ecke, während er gegen sein Verlangen ankämpfte, das die Kontrolle übernehmen wollte. Stimmt was nicht? Mit dem Generator meine ich? fragte Sam und wich ihrerseits ein wenig vor ihm zurück, als könne sie spüren, was er vorhatte. Die Frage beunruhigte ihn, da fürchtete, sie könnte beim Näherkommen ihre Unterhaltung belauscht haben. »Wieso?« gab er energisch zurück. »Wie kommst du auf die Idee?« »Weil ihr alle im Schuppen steht, wo es außer dem Generator nichts zu bewundern gibt?« antwortete sie in einem Tonfall, als sei das doch wohl offensichtlich. »Sie hat nichts gehört,« murmelte Decker hinter ihm, woraufhin Mortimer ihm einen wütenden Blick zuwarf, da der Mann ihre Gedanken gelesen haben musste. »Soll ich mir den mal ansehen?« bot sie ihnen zurückhaltend an. Als niemand einen Ton von sich gab, ging sie weiter zum Generator. »Wir haben übrigens wieder Strom, also braucht ihr das Ding eigentlich nicht. Aber ich könnte mal nachsehen, ob ich ihn reparieren kann, damit er beim nächsten Stromausfall einsatzbereit ist.« »Das hat keine Eile. Ich werde einen Mechaniker kommen lassen,« sagte Decker. Doch sie warf schon einen prüfenden Blick auf die Maschine. »Ich dachte, du bist Anwältin, keine Mechanikerin,« zog Bricker sie auf. »Bin ich auch. Aber mein Dad war selbstständiger Mechaniker. Meine Schwestern und ich haben immer mitgearbeitet, als wir Teenager waren. Er wollte, dass wir verstehen, wie eine Maschine funktioniert, damit wir nicht hilflos davorstehen,« erklärte Sam und beugte sich vor, um die Ventile zu begutachten. Während sie so dastand, wanderte Mortimers Blick zu ihrem Po, der wirklich hübsch anzusehen war. Normalerweise neigte er zu Frauen, die mehr Fleisch auf den Rippen hatten und dementsprechend kurvig waren. Doch ihr schlanker Körper hatte etwas an sich, das ihn auf eine unerklärliche Weise ansprach. Und je öfter er ihr Lächeln sah, umso anziehender fand er einfach alles an ihr. »Das ist aber nicht ihr Lächeln, dass du da anstarrst,« witzelte Decker leise, was Mortimer mit einem weiteren finsteren Blick kommentierte. Er wünschte, der Mann würde endlich aufhören, die Situation auszunutzen und seine Gedanken zu lesen. »Hm, ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt,« verkündete Sam. Als Mortimer sich daraufhin zu ihr umdrehte, sah er gerade noch, wie sie sich aufrichtete und sich zu ihnen umwandte. Sie lächelte glücklich und zufrieden, und er stellte fest, dass er sich fast nur noch auf ihre Lippen konzentrieren konnte, während sie ihnen erklärte, was mit Deckers Generator nicht stimmte. Was sie sagte, davon bekam er kein Wort mit. Stattdessen starrte er auf ihren Mund und überlegte, was für eine kluge Frau sie doch war. Er wünschte, er könnte sie in diesem Moment so küssen, wie er es in seinem Traum getan hatte. Er wünschte, er könnte sie küssen und sie berühren, sie in seine Arme nehmen und mit ihr hinunter zum Strand gehen, wo er ihr diese cremefarbenen Shorts und das weinrote T-Shirt ausziehen würde, damit er … »Mein Gott, Mortimer, denkst du eigentlich auch mal an was anderes?«, murmelte Decker. »Was?«, fragte Sam verwirrt, die die Bemerkung zwar gehört, aber offenbar nicht verstanden hatte. »Nichts«, erklärte Mortimer rasch, ehe Decker antworten konnte. »Ignorier ihn einfach. Du hast gerade davon gesprochen, dass du das … ähm … dieses Dingster, dass du … also …« Angesichts seiner sehr vagen Aussage begann sie zu grinsen. »Ich rede, und du stehst die ganze Zeit nur da und siehst mich mit glasigen Augen an. Genau genommen macht ihr das alle. Keiner von euch hat irgendwas von dem verstanden, was ich gesagt habe, richtig?« Mortimer drehte sich zu den anderen um, die nur hilflos mit den Schultern zucken konnten. Dann erwiderte er wahrheitsgemäß … »Nein.« Sam nickte und wandte sich an Decker. »Im Wesentlichen ist dieser Generator alt, und du solltest ihn am besten ersetzen. Du könntest ihn reparieren lassen, aber wahrscheinlich kostet es weniger, wenn du dir einfach einen neuen zulegst.« »Alles klar.« Decker schob Mortimer aus dem Weg und damit in Sams Nähe, damit er selbst durch die Tür nach draußen gelangen konnte. »Also muss ein neuer Generator her. Wird sofort erledigt, nachdem ich bei ABB angerufen habe.« »Entschuldige«, murmelte Mortimer und versuchte einen Schritt nach hinten zu treten, damit Sam sich nicht bedrängt fühlte. Doch in dem Moment zwängte sich Bricker hinter ihm vorbei. Wieder entschuldigte er sich und griff nach ihren Armen, um sie festzuhalten, da er sie beinahe gegen den Generator gestoßen hätte. Die Augen weit aufgerissen, klammerte Sam sich an seinem T-Shirt fest, da sie merkte, dass sie den Halt verlor. Sie biss sich auf die Unterlippe und drehte den Kopf zur Seite, bis sie endlich allein waren und Mortimer den Schritt nach hinten machen konnte, von dem er bislang abgehalten worden war. Sofort ließ sie sein T-Shirt los und huschte an ihm vorbei nach draußen. Es war helllichter Tag, und die Sonne überschüttete sie mit ihren schädlichen Strahlen. Als sie aus dem Cottage gelaufen waren, um nach dem Generator zu sehen, da hatten sie nicht auf die Sonne geachtet. Doch jetzt beeilten sie sich, ins Haus zurückzukehren, wo sie in Sicherheit waren. Sam folgte ihnen genauso hastig, aber in ihrem Fall konnte es nur daran liegen, dass sie nicht mit ihm allein sein wollte. Er hätte mit den anderen Unsterblichen vorauslaufen können, was sein Überlebensinstinkt auch von ihm verlangte, doch das wäre schlichtweg unhöflich gewesen. Außerdem war der um das Haus verlaufende Trampelpfad sehr uneben, und mit Blick auf Sams Mittelurentzündung machte ihm das Begründete Sorgen. Also folgte er Sam, hielt zwar einen gewissen Abstand zu ihr, blieb aber zugleich dicht genug hinter ihr, um ihr Halt zu geben, sollte sie wieder Probleme mit der Balance bekommen. Meine Schwestern haben mich losgeschickt, damit ich Wurst und Eier fürs Frühstück aus dem Kühlschrank Kohle, erklärte sie ein wenig schnaufend, als sie die Treppe erreicht hatten. Und ich soll euch ausrichten, dass ihr herzlich eingeladen seid, mit uns zu frühstücken. Ähm, Mortimer sah auf, doch sein Blick erfasste ihren Po und blieb da hängen, während sie vor ihm die Stufen hinaufging. Äh? Als sie am Kopf der Treppe angekommenen stehen blieb und ihn anschaute, sah er ihr mit einer Mischung aus schlechtem Gewissen und Ratlosigkeit in die Augen, mit schlechtem Gewissen, weil er dabei ertappt worden war, wie er auf ihren Hintern starrte, ratlos, weil er nicht wusste, was sie ihn damit fragen wollte. Du hast gerade Äh gesagt, als ob es irgendein Problem gäbe, erklärte Sam, während ihr Gesicht rot anlief. Naja, das ist ja auch so, gestand er und fasste sie am Arm, um sie über die Veranda nach drinnen zu dirigieren. Je länger er sich draußen aufhielt, umso mehr würde er später leiden müssen. Ein frischer Vorrat an Blut konnte erst in ein paar Stunden geliefert werden, was für keinen von ihnen eine angenehme Aussicht darstellte. Daher wollte er die Sache für sich nicht noch unerfreulicher gestalten als unbedingt nötig. Aber Sam blieb stur stehen. Was gibt es denn für ein Problem, wenn ich unser Essen holen will? fragte sie misstrauisch. Der Generator läuft nicht mehr, erwiderte er. Ja, das weiß ich. Ich habe ja gerade … Oh. Hier wurde erst jetzt klar, was er meinte. Widerstandslos ließ sie sich von ihm ins Cottage führen. Wann ist er denn ausgefallen? Das wissen wir nicht. Als wir heute Nacht zurückgekommen sind, hat keiner von uns darauf geachtet, ob er noch läuft, erklärte er. Ja, du hast recht, sagte sie nachdenklich. Von meinem Zimmer aus konnte ich eure Stimmen hören, als ihr heute Morgen wieder zurück wart. Wäre der Generator noch gelaufen, hätte ich euch nicht gehört. Dafür ist er einfach zu laut. Mortimer nickte, doch sein Blick wanderte zu Decker, der auf der anderen Seite des Küchentresens stand und telefonierte. Zweifellos bestellte er gerade bei ABB frisches Blut. Bricker hatte sich auf der Couch niedergelassen und eine Trauermine aufgesetzt, während er eine Hand auf seinen Bauch gelegt hatte und über die verdorbene Wurst nachdachte. Bricker neigte manchmal zu Übertreibungen, aber das lag an seiner Jugend. Schließlich war er mit nicht mal hundert Jahren auf dem Buckel noch ein Baby. Habt ihr nach dem Essen gesehen? Es könnte immer noch gut sein, gab Sam zu bedenken. Die Wurst war verdorben, verkündete Bricker. Bricker hat sich auf eine Wurst und auf den Käse gestürzt, als wir aufgewacht sind. Lies Mortimer sie wissen. Das ersetzen wir euch natürlich. Wir ersetzen euch sowieso sämtliches Essen. Schließlich sind unsere Kühlschränke ausgefallen. Sam winkte ab. Kommt gar nicht in Frage. Wenn es in unserem Kühlschrank geblieben wäre, könnten wir es schließlich auch wegwerfen. Aber ich gehe besser rüber und sage meinen Schwestern Bescheid. Die verhungern nämlich jeden Moment. Ich schätze, wir müssen in die Stadt fahren und frühstücken. Dann können wir bei der Gelegenheit auch neue Lebensmittel besorgen. Frühstück in der Stadt? fragte Bricker interessiert und setzte sich auf. Ungläubig sah Mortimer ihn an. Eben noch schien der Mann im Sterben gelegen zu haben und jetzt war er plötzlich wieder quick lebendig. Willst du mitkommen? bot sie ihm arglos an und prompt sprang er von der Couch. Auf jeden Fall, ich bin völlig ausgehungert, sagte der jüngere Mann. Bricker, mahnte Mortimer grimmig und deutete mit dem Kopf in Richtung der Fenster. Die Scheiben boten Schutz gegen UV-Strahlen. Deshalb war es auch nicht nötig, tagsüber die Jalousien zu schließen. Das grelle Sonnenlicht da draußen war ganz normal zu sehen. Bricker folgte der Geste, sah nach draußen und zuckte mit den Schultern. Wir können mit unserem Geländewagen fahren. Die Scheiben sind behandelt. Behandelt? wiederholte Sam verdutzt, während Mortimer seinem Partner einen zornigen Blick zuwarf. Mortimer reagiert sehr empfindlich auf Sonnenlicht. Die Scheiben im Geländewagen sind speziell beschichtet, damit er keine Probleme bekommt. Oh. Sam sah ihn besorgt an. Was passiert dann? Bekommst du Ausschlag oder sowas? Ja, sowas, murmelte er. Dann sagte er zu Bricker, selbst wenn wir den Wagen nehmen, müssen wir noch bis zu den Geschäften laufen. Aber wir haben im Moment kein, ähm, keine Medizin im Haus. Etwas Besseres fiel ihm nicht ein, allerdings konnte er unmöglich Blut sagen. Es dauert noch Stunden, ehe die Medizin geliefert wird, hielt Bricker dagegen. Da wäre es schon besser, wenn wir nicht auch noch Hunger haben. Mortimer wollte etwas erwidern, doch Bricker kam ihm zuvor. Vermutlich erinnerst du dich nicht mehr daran, Mortimer. Aber du kannst mir glauben, dass es nicht hilfreich sein wird, zusätzlich gegen Hungergefühle ankämpfen zu müssen. Bricker hat recht, warf Decker ein. Er hatte den Hörer aufgelegt und kam um den Küchentresen herum zu ihnen. Bevor die Medizin eintrifft, ist es schon Zeit fürs Abendessen. Ein schön blutiges Steak und ein paar Eier dürften da genau das Richtige sein. Und wenn es zu schlimm wird, kannst du immer noch Notfallmaßnahmen ergreifen. Decker meinte damit, dass er und Bricker in der Stadt einen Sterblichen beißen könnten, wenn sie dringend Blut benötigten. In Notlagen war ihnen das gestattet. Doch was Mortimer im Moment größere Sorgen bereitete, war die Frage, wie Sam diese Unterhaltung deuten würde. Ihre Ratlosigkeit war ihr deutlich anzusehen, und sie fragte sich höchstwahrscheinlich, was eigentlich los war. Seufzend fuhr Mortimer sich durchs Haar und überlegte, was sie tun sollten. Seine Entscheidung wurde letztlich nicht von Brickers flehendem Blick oder Deckers stichhaltigem Argument beeinflusst, sondern von der schlichten Tatsache, dass er lieber mit Sam in die Stadt fahren wollte, anstatt ohne sie im Haus zu bleiben. Okay, stimmte er dann zu, woraufhin Bricker zu strahlen begann. Mortimer ignorierte ihn und sagte stattdessen zu Sam, aber wir nehmen unseren Geländewagen. Du kannst gern mit deinen Schwestern mitkommen. Ich sage ihnen sofort Bescheid. Sie hatte noch nicht ganz ausgesprochen, da fiel auch schon die Tür hinter ihr zu. Während ihr euren Ausflug macht, erklärte Decker, werde ich einen neuen Generator bestellen. Und bevor du mich fragst, Mortimer, nein, ich habe keine Lust mitzukommen. Wenn ich einkaufe, dann gehe ich in ein Geschäft, suche mir aus, was ich brauche, bezahle und verlasse den Laden wieder. Frauen trödeln gern, wenn sie einkaufen gehen. Ich habe aber keine Lust zum Trödeln. Bricker lächelte amüsiert und fragte, warum wartest du damit nicht, bis es dunkel ist? Wir haben wieder Strom, also ist es doch nicht so eilig. Ich glaube kaum, dass ich heute Abend um zehn noch einen Generator bestellen kann, der sofort geliefert und angeschlossen wird, hielt Decker sarkastisch dagegen. Außerdem will ich nicht das Risiko eingehen, dass das Blut eintrifft, der Strom erneut ausfällt und ich die Lieferung auch wegwerfen kann. Richtig, stimmte Bricker ihm zu. Das klingt einleuchtend. Vielen Dank, ich bin dafür bekannt, dass ich hin und wieder etwas Einleuchtendes von mir gebe. Er sah von Bricker zu Mortimer und kniff leicht die Augen zusammen. Du siehst schon ziemlich bleich aus. Ich vermute, ihr müsst beide in der Stadt jemanden beißen. Mortimer schaute zu Bricker. Aber weder Sam noch eine ihrer Schwestern. Großes Pfadfinder-Ehrenwort, entgegnete der Jüngere Unsterbliche und hob die Hand, als würde er einen Eid leisten. Dann ging er zum Fenster und sah nach nebenan zum Cottage der Schwestern. Ich hoffe, die beeilen sich ein bisschen. Ich hab nämlich… Hunger, beendeten Mortimer und Decker gleichzeitig den Satz für ihn. Ich liebe Essen. Sam musste über Brickers Worte lachen, während sie einen Blick in den Einkaufswagen warf, den er über den Parkplatz zu ihren Fahrzeugen schob. Der war randvoll mit Tragetaschen, was auch für den Korbwagen galt, den Mortimer schob. Als sie angekommen waren, hatten die Männer sich aufgeführt, als hätten sie seit Tagen nichts mehr gegessen und alles eingeladen, was sie in den Regalen und den Kühlfächern entdeckten. Jetzt war ihr auch klar, wieso sie darauf bestanden hatten, dass sie zwei große Kühltaschen zusätzlich zu der einen benötigten, die Sam und ihre Schwestern mitnehmen wollten, um die leicht verderblichen Produkte sicher zurück zum Cottage zu transportieren. Die Männer hatten offenbar einen sehr gesunden Appetit. Ich kann nicht glauben, dass ihr das alles eingekauft habt, sagte Alex. Wie lange wollt ihr eigentlich genau bleiben? Sie schauten sich gegenseitig an, dann zuckte Mortimer mit den Schultern. Eine Weile. Wie lange werdet ihr bleiben? Zwei Wochen, antwortete Joe und fügte nach einer kurzen Pause hinzu. Du solltest dich also lieber beeilen. Sam kniff die Augen zusammen und kommentierte das spöttische Grinsen ihrer Schwester mit einem finsteren Blick. Sie wurde etwas langsamer und ließ sich zurückfallen, bis sie auf gleicher Höhe mit Joe war. Dann murmelte sie. Ich fahre nicht mit Mortimer und Bricker zurück. Ich habe die Hinfahrt mitgemacht. Du darfst zur Abwechslung die Rückfahrt übernehmen. Oh, aber … begann Joe zu protestieren. Doch Sam hob die Hand, um sie zum Schweigen zu bringen. Sie war entschlossen, diesmal ihren Willen durchzusetzen. Auch wenn dieser Traum mit Mortimer in der Hauptrolle extrem erregend gewesen war und bei ihr das intensive Verlangen ausgelöst hatte, sich in eine reale Affäre mit dem Mann zu stürzen, war sie doch vernünftig genug zu wissen, dass sie bei ihm gar keine Chance hatte. Er spielte schlichtweg in einer ganz anderen Liga. Zugegeben, er war nett und um ihr Wohl besorgt. Er blieb in ihrer Nähe und achtete ständig darauf, dass sie nicht das Gleichgewicht verlor, aber sie war nicht so dumm zu glauben, dass er sich deshalb auch zu ihr hingezogen fühlte. Er war ein netter Kerl, weiter nichts. Ein Beschützertyp, der es zu schätzen wusste, dass er und seine Freunde am Abend zuvor von ihnen zum Essen eingeladen worden waren. Als Dankeschön passte er nun auf sie auf, wie er es auch bei einer kleinen Schwester gemacht hätte. Zumindest war es das, was sie fürchtete. Sam konnte sich nicht vorstellen, dass ein so atemberaubender Mann wie er sich für sie interessieren sollte. Sie hatte beschlossen, ihr Herz zu schützen, von ihrem Stolz ganz zu schweigen. Und das war am einfachsten zu erreichen, wenn sie einen großen Bogen um ihn machte. Deshalb auch ihr Vorschlag, dass sie mit ihren Schwestern in einem zweiten Wagen zum Supermarkt fahren wollte, um bloß nicht mit den Männern in deren Geländewagen mitfahren zu müssen. Der glaubwürdige Vorwand war, dass sie so mehr Platz für ihre Einkäufe hatten. Und zu ihrer großen Erleichterung waren Joe und Alex prompt damit einverstanden gewesen, sodass sie bereits fest daran geglaubt hatte, ihr Plan sei aufgegangen. Sie konnte sich allerdings noch immer nicht erklären, wieso sie letztlich doch mit Bricker und Mortimer unterwegs gewesen war. Oder besser gesagt, sie konnte es sich sehr wohl erklären. Aber es war unfassbar, wie sich ihre Absicht so völlig ins Gegenteil hatte verkehren können. Das Problem war in dem Moment entstanden, als sie den Entschluss gefasst hatten, in Huntsville einzukaufen. Für die Strecke benötigten sie zwar gut 45 Minuten. Dafür gab es dort mehr Supermärkte, Restaurants und lustige kleine Souvenirläden für die Touristen, in denen sie bummeln gehen konnten. Bis dahin war alles okay gewesen. Doch dann fragte Bricker, wie man nach Huntsville kommt, und Alex hatte beschlossen, dass eine von ihnen bei den Männern im Wagen mitfahren sollte, um ihnen den Weg zu zeigen, falls sie sich aus den Augen verloren. Ihre Schwestern waren sich einig gewesen, dass diese eine Sam sein sollte. Und so war sie in dem SUV gelandet. Unterwegs hatte sie sich die meiste Zeit über gewünscht, irgendwo anders zu sein, nur nicht in diesem Wagen. Zugegeben, die Männer waren ausnahmslos nett und charmant gewesen. Und sie hatten sich alle erdenkliche Mühe gegeben, sie während der Fahrt in jedes ihrer Gesprächsthemen einzubeziehen. Da Bricker am Steuer gesessen hatte, war Mortimer sogar so weit gegangen, sich auf seinem Platz zur Seite zu drehen, damit er sie ansehen konnte. Sie waren beide sehr unterhaltsam und witzig gewesen, und sie hatten sie unterwegs etliche Male zum Lachen gebracht. Wäre da nicht die Tatsache gewesen, dass sie mit jedem Atemzug Mortimers Duft inhaliert hatte? Dass sie den Blick nicht von seinen wunderschönen, silbrig-grünen Augen abwenden konnte? Von seinen festen, aber fein gezeichneten Lippen? Von den Händen, die ihr in ihrem Traum so viel Lust bereitet hatten? Von seiner breiten Brust, die im Mondschein so muskulös und schön ausgesehen hatte? Kurzum, diese 45 Minuten waren für sie die Hölle auf Erden gewesen, und sie würde das auf keinen Fall noch einmal durchmachen. Nein, nein, eine ihrer Schwestern durfte die Rückfahrt nach McNadowan in der Gesellschaft der Männer verbringen. Sie selbst hatte ihren Teil geleistet. Ich fahre nicht mit ihnen zurück, erklärte sie mit Nachdruck. Ihre zornige Miene wich einem überraschten Ausdruck, als aus ihrer Handtasche plötzlich ein Klingeln zu hören war. Was ist denn das? fragte Joe argwöhnisch. Du hast doch nicht etwa dein Handy mitgebracht, oder? Das solltest du doch zu Hause lassen. Sam ignorierte ihre Schwester und griff in ihre Tasche, holte das Mobiltelefon hervor und verzog nach einem Blick auf das Display den Mund. Es war Clarence Babcock, der oberste Seniorpartner der Kanzlei und damit ihr Boss. Sie überlegte einen Moment lang, ob sie den Anruf ignorieren sollte. Immerhin war sie im Urlaub. Wieder klingelte das Telefon und klang in ihren empfindlichen Ohren fast fordernd. Es könnte etwas Wichtiges sein, überlegte sie. Sie sollte den Anruf annehmen. Das ist ein Büro, richtig? Wage es ja nicht, jetzt ranzugehen, warnte Josie finster. Du hast dir deinen Urlaub mehr als verdient, Sam, rief sie entrüstet und folgte den anderen, während Sam stehen blieb und das Gespräch annahm. Sie konnte den Anruf einfach nicht ignorieren. Hallo? Meldete sie sich verhalten. Oh, Samantha. Gut, dass Sie Ihr Telefon mitgenommen haben. Hören Sie, ich störe Sie wirklich nicht gern, wenn Sie Urlaub haben. Aber Sie müssen uns einen kleinen Gefallen tun. Es wird nur ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Mehr nicht. Es geht um die Lettimers. Sam riss erschrocken die Augen auf. Die Lettimers waren die wichtigsten Mandanten der Kanzlei. Außerdem waren sie schon seit einer Ewigkeit mit Babcock befreundet, der auch Patenonkel ihrer Tochter war. Allerdings hielten sie sich gegenwärtig in Europa auf, und Sam konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, in welcher Weise sie behilflich sein sollte. Martin und Trisha Lettimer sind zurzeit in Europa unterwegs, aber ihre Tochter Kathy ist in ihrem Cottage in Minton, und sie können sie nicht erreichen. Das hat sie ziemlich in Aufregung versetzt. Deshalb haben sie mich angerufen. Ich habe ihnen gesagt, dass sie da ganz in der Nähe sind, und ihnen versichert, dass es für sie kein Problem sein wird, mal eben nach dem Rechten zu sehen, und das Mädchen zu bitten, sich bei seinen Eltern zu melden, damit sie sich nicht länger Sorgen machen müssen. Stimmt doch, oder? Dass es kein Problem sein wird, meine ich. Sam stand wie angewurzelt da und hielt unglaublich den Atem an. Minton war von dort, wo sie sich gerade befand, fast eineinhalb Autostunden entfernt. Vom Cottage aus sogar über zwei Stunden. Das bedeutete, die Hin- und Rückfahrt würde mit mehr als vier Stunden zu Buche schlagen. Dazu noch die Zeit, die sie damit verbringen würde, sich mit Kathy Latimer zu unterhalten. Am liebsten hätte Sam ihrem Boss gesagt, er solle sich zum Teufel scheren. Immerhin war sie im Urlaub, und sie arbeitete schon jede Woche mindestens 80 Stunden für die Kanzlei. Sie brauchte diese äußerst kostbare Freizeit, um sich zu erholen, und sie hatte absolut keine Lust, nach einer verzogenen Tochter zu sehen, die sich nicht die Mühe machen wollte, den Hörer abzunehmen, wenn die Eltern anriefen. Aber dann mischte sich die Stimme der Vernunft ein und hielt ihr vor Augen, dass ihr Engagement im Büro sie nach nicht mal einem Jahr von der Praktikantin zur Juniorpartnerin hatte aufsteigen lassen, was es so zuvor noch nie gegeben hatte. Wenn sie die Zähne zusammenbiss und nicht unangenehm auffiel, dann würde sie es in ein paar Jahren auch bis zur Seniorpartnerin schaffen, und von da an musste sie nicht mehr so hart arbeiten. Nein, das ist überhaupt kein Problem, Sir. Momentan bin ich in Huntsville, aber wir machen uns in Kürze auf den Rückweg nach Magnedewon. Sobald wir dort sind, kann ich mir einen Leihwagen nehmen und nach Menden fahren. Da müsste ich so gegen … Sie unterbrach sich, um zum Scheinen die voraussichtliche Fahrzeit zu berechnen. Mal überlegen. Bis nach Magnedewon brauchen wir etwa eine Stunde. Von da sind's bis nach Menden etwas mehr als zwei Stunden. Also müsste ich in rund drei Stunden eintreffen. Ist es okay, wenn ich mich bei Ihnen melde, sobald ich mit Kathy Latte mal gesprochen habe? Am anderen Ende der Leitung herrschte sekundenlang Stille. Sam wusste, sie hatte ihrem Boss soeben klargemacht, wie lange sie unterwegs sein würde und wie klein dieser kleine Gefallen in Wahrheit war. Sam war nicht auf den Kopf gefallen. Es brachte nichts, sich für solche Gefälligkeiten einspannen zu lassen, wenn man dem Bittsteller nicht auch deutlich machte, welcher Aufwand für einen damit verbunden war. Ihr Boss wusste jetzt, wie viele Stunden sie für ihn unterwegs sein würde. Und das in ihrem Urlaub. »Vielen Dank, Samantha«, sagte er schließlich und klang sehr ernst. »Ich weiß das zu schätzen. Und die Lettimers ganz sicher auch. Ich werde die beiden wissen lassen, welcher Aufwand damit für sie verbunden ist, nur um sie beruhigen zu können. Das wird ihnen viel bedeuten.« »Kein Problem, Sir«, gab sie nur zurück, fragte sich jedoch, ob eine Seniorpartnerschaft tatsächlich all diese Mühen wert war. Wollte sie überhaupt Seniorpartner werden? Aber für den Augenblick verdrängte sie all ihre Zweifel und ihre Unschlüssigkeit, verabschiedete sich von ihrem Boss und legte auf. »Ich habe mich doch wohl verhört, dass du dich in deinem Urlaub zu irgendwelcher Arbeit bereit erklärt hast, nicht wahr?« Sam verzog den Mund, als sie Alex gereizten Tonfall vernahm. »Es hat nichts mit Arbeit zu tun. Es geht um einen Gefallen für die Lettimers. Ihre Tochter ist in ihrem Cottage und geht nicht ans Telefon. Ich fahre nur vorbei und sehe nach, ob alles mit ihr in Ordnung ist.« »Du fährst mal eben bis nach Minden, nur um nach der Tochter der Lettimers zu sehen?«, fragte Alex unglaublich. Sam wünschte, ihre Schwester hätte diesen Teil des Telefonats nicht mitbekommen. »Sie ist Babcock's Patenkind,« erklärte sie, in der Hoffnung, Alex' Verärgerung ein wenig zu lindern. »Und er macht sich ebenfalls Sorgen um sie.« »Ist Minden weit von hier?«, fragte Mortimer interessiert. Erst jetzt fiel Sam auf, dass er, Bricker und Joe alle mit ihren Einkaufswagen zurückgekehrt waren, weil sie wissen wollten, was los war. »Von hier braucht man eine Stunde und zwanzig Minuten,« ließ Alex ihn wissen, und ergänzte noch, »aber vom Cottage dauert die Fahrt über zwei Stunden. Vor halb zehn oder zehn wird sie auf keinen Fall zurück sein.« Sam stutzte angesichts dieser Uhrzeit und warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Erschrocken stellte sie fest, dass es bereits halb fünf war. Sie fragte sich, wo die Zeit geblieben war. Doch dann fiel ihr ein, dass sie ja erst gegen Mittag aufgestanden war. Auf dem Weg zum Supermarkt hatten sie einen Zwischenstopp eingelegt, um einen Brunch zu sich zu nehmen. Danach hatten sie bei einem Baumarkt angehalten, damit Bricker zwei große Kühltaschen kaufen konnte, die er und Mortimer benötigten, um alle Lebensmittel wohlbehalten zum Cottage zurückzubringen. Erst im Anschluss daran waren sie endlich zum Supermarkt weitergefahren. »Wir sollten die Einkäufe in die Wagen umladen,« sagte Sam, um das Thema zu wechseln. Ihre Schwestern waren um sie besorgt, weil sie ständig so viele Überstunden machte und unter viel zu großem Druck stand. Diese Sorge war mit ein Grund gewesen, warum sie diesen zweiwöchigen Urlaub geplant hatten. Denn nur so konnten sie sie für kurze Zeit von ihrer Arbeit fernhalten. Schon vor Monaten hatten sie sie dazu überredet, diesen Urlaub bei ihrem Boss einzureichen. Damals war sie tatsächlich dem Irrglauben erlegen, bis dahin aus dem Gröbsten raus zu sein. Das Gegenteil war der Fall. Denn als der Urlaubsbeginn näher rückte, da steckte sie genauso bis über beide Ohren in der Arbeit wie zuvor. Und sie war sogar dicht davor gewesen, den Urlaub gar nicht anzutreten. Die bloße Überlegung hatte bei ihren Schwestern solche Wut und Verständnislosigkeit ausgelöst, dass sie sehr schnell wieder davon abgerückt war. Ich kann sie fahren. Verwundert sah Sam zu Mortimer. Hatte sie das gerade richtig gehört? Sie war sich nicht sicher, aber er sah sie an und redete mit ihren Schwestern. Wir können das Essen und das Eis in die Kühltöschen packen. Und wenn es euch nichts ausmacht, fahrt ihr mit Bricker und den Einkäufen zurück zum Cottage. In der Zwischenzeit kann ich mit Sam im Geländewagen nach Minden fahren. So geht es viel schneller. Schließlich dauert die Fahrt so nur gut dreieinhalb Stunden statt fünf. Wie von Zauberhand war die Verärgerung verflogen, die Alex und Joe eben noch ausgestrahlt hatten. Okay, stimmten die zwei gut gelaunt zu. Dann erklärte Alex, wir sollten zusehen, dass wir alles in den Kühltaschen verstauen können. Sam sah der Vierergruppe nach, wie sie zu den Wagen ging und schüttelte fassungslos den Kopf, während sie überlegte, in welchem Augenblick ihr eigentlich die Kontrolle über ihr Leben entglitten war. Alle um sie herum schienen über ihren Kopf hinweg zu entscheiden. Einen Moment lang spielte sie mit dem Gedanken, Mortimers freundliches Angebot abzulehnen. Doch ihr wurde klar, dass sie sich damit ins eigene Fleisch schnitt. Immerhin sparte sie gut eineinhalb Stunden, und Alex würde sich dann auch nicht so sehr aufregen. Andererseits hieß das, dreieinhalb Stunden mit Mortimer in einem Wagen sitzen zu müssen. Das war ziemlich beunruhigend, fand Sam, und fast hätte sie das Angebot tatsächlich abgelehnt. Dann jedoch drehte sich Bricker zu ihr um und sagte, es ist alles in Ordnung. Nichts wird passieren. Entspann dich und erfreu dich an seiner Gesellschaft. Sam nickte bedächtig. Bricker hatte völlig recht. Nichts würde passieren. Dennoch fragte sie sich, wie er das eigentlich bewerkstelligte, dass er mit ihr redete, ohne dabei den Mund zu bewegen. Vielleicht sollte sie bei Gelegenheit mal ihre Augen untersuchen lassen, überlegte sie vage. Dann begab sie sich zu den anderen, um beim Bepacken der Kühltaschen zu helfen, die die Männer inzwischen in Alex' Wagen deponiert hatten. Ehe Sam sich versah, saß sie auf dem Beifahrersitz des SUV und legte den Sicherheitsgurt an. Deine Schwestern sind um dich besorgt, sagte Mortimer, während er den Motor startete. Ja, stimmte sie mit einem unglücklichen, leisen Seufzer zu. Tatsache war, dass sie manchmal selbst um sich besorgt war. Jeder um sie herum machte zahllose Überstunden, und sie hatte keine Ahnung, wie die anderen das wegsteckten. Sie wusste nur, dass der Stress ihr allmählich über den Kopf wuchs. Sie glauben, dass du dir mit deinem Job die Gesundheit ruinierst, ergänzte er und klang selbst nicht allzu glücklich darüber. Es geht um meine Karriere, nicht bloß um einen Job, stellte sie klar. Und ich muss mich nur so lange in die Arbeit stürzen, bis ich Seniorpartner geworden bin. Dann kann ich einen Gang zurückschalten und die Juniorleute für mich arbeiten lassen. Mortimer nickte ernst und fragte, ist es das wert? Sam stutzte. Diese Frage hatte sie sich auch schon oft gestellt. Ihr machte das Fachgebiet Spaß, und das meiste an ihrer Arbeit war gut, ausgenommen die Überstunden. Auch wenn sie sich immer wieder einredete, dass sie es langsamer angehen lassen würde, wenn sie erst mal Seniorpartner war, weil dann Juniorpartner und Praktikanten für sie arbeiten mussten, wusste sie trotzdem nicht, ob sie dazu auch tatsächlich fähig sein würde. Vermutlich würde sie immer befürchten, dass die irgendetwas übersahen, und dann würde sie alles nachprüfen müssen, was die anderen für sie erledigten. Sam wusste, sie hatte ein Problem damit, anderen die Kontrolle zu überlassen. Und da sie selbst mit Arbeit überschüttet wurde, wusste sie, wie mies sie sich fühlen würde, wenn sie anderen immer mehr aufhalzte. Schließlich verdiente doch jeder ein wenig Privatleben. Leise seufzend schüttelte sie den Kopf. Reden wir lieber über was anderes. Ein Moment lang schwieg Mortimer, da er sich auf den Straßenverkehr konzentrieren musste. Dann nickte er. Einverstanden. Jedenfalls für den Augenblick. Sie wunderte sich über diesen Vorbehalt. Aber da fragte er bereits, über was sollen wir reden? Sam zögerte und suchte nach einem unverfänglichen Thema, wurde jedoch nicht fündig. Was ihr in den Sinn kam, hatte auf die eine oder andere Weise mit dem Mann neben ihr zu tun, mit seinem Leben, mit den Dingen, die er mochte und den Dingen, die er nicht mochte. Am schlimmsten war die eine ständig wiederkehrende Frage. Mochte er sie? Hielt er sie für attraktiv? Konnte er sich vorstellen, eine Affäre mit ihr zu haben? Würde er sie küssen? Sie berühren wollen? Würde er ihren Körper dazu bringen, sich nach ihm zu verzehren, so wie es in ihrem Traum geschehen war? Nein, das waren absolut keine unverfänglichen Themen. Als sie seinen neugierigen Blick bemerkte, räusperte sie sich und sagte, ich weiß nicht so recht. Wie gefällt es dir hier? Ganz gut, antwortete er beiläufig. Es ist ruhig und friedlich hier und ich kann mich erstaunlicherweise tatsächlich entspannen. Ich schätze, es ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, was du aus Los Angeles gewohnt bist. Oh, ich verbringe nur noch wenig Zeit in L.A., antwortete er. Hast du da ein Haus? Fragte sie neugierig. Bricker und ich teilen uns da ein Apartment, aber wenn man bedenkt, wie selten wir das nutzen, lohnt sich das eigentlich gar nicht, meinte er. Wir sind von Zeit zu Zeit in L.A., um an Feiertagen die Familie zu besuchen. Meistens sind wir allerdings auf Achse. Ja klar, eure Tourneen, murmelte sie und ließ sich durch den Kopf gehen, was er gesagt hatte. Mortimer redete sehr oft davon, was er alles mit Bricker unternahm. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, waren sie doch beide Bandmitglieder und verbrachten allein dadurch schon sehr viel Zeit miteinander. Allerdings redete er immer nur von Bricker und sich selbst. Decker dagegen erwähnte er fast nie im gleichen Atemzug. So wie er von dem Mann sprach, klang es, als seien die beiden Partner, überlegte sie. Und plötzlich kam ihr ein Gedanke. Vielleicht waren die beiden ja tatsächlich Partner. Vielleicht waren sie ein schwules Pärchen. Oh Gott, es würde wirklich zu ihr passen, sich für einen Mann zu interessieren, der schwul war. Es war sogar durchaus möglich. Immerhin besaß Sam erwiesenermaßen keinen schwulen Riecher. Einer der Anwälte in ihrer Kanzlei war ganz offenbar schwul, aber sie hörte keinen blassen Schimmer davon, gehabt, bis ihre Sekretärin eines Tages anmerkte, was für ein attraktiver Mann er doch sei und was für eine Schande es sei, dass er sich nur für Männer interessiere. Und Sam hatte ein Jahr lang geglaubt, sein Lebenspartner sei bloß ein Mitbewohner oder ein guter Freund. Nachdem ihr dieser Gedanke durch den Kopf gegangen war, wollte er sich nicht mehr vertreiben lassen, sondern hing in ihrem Hinterkopf wie eine Fledermaus, die darauf wartete, die Schwingen auszubreiten und wie verrückt durch ihren Schädel zu flattern. Mortimer versuchte von Zeit zu Zeit, ein neues Gespräch in Gang zu bringen. Aber Sam hatte Schwierigkeiten, mehr als nur einsilbige Antworten von sich zu geben. Schließlich gab er es auf und überließ sie ihren Gedanken. Sam fand das bedauerlich, weil sie dadurch Zeit und Ruhe hatte, jede kleine Einzelheit zu analysieren, die er gesagt oder getan hatte, und über jede Situation nachzudenken, in der sie ihn zusammen mit Rika gesehen hatte. Mit einem Mal war ihr auch der wilde Traum unendlich peinlich. Zwar wusste Mortimer nichts davon, dennoch kam es ihr vor, als hätte sie ihn sexuell belästigt. Eine geistige Vergewaltigung ihres schwulen Nachbarn. Großer Gott. Weißt du, ob es hier in der Nähe irgendwo ein Restaurant oder einen Coffeeshop gibt? Fragte er plötzlich und riss sie damit aus ihren unerfreulichen Gedanken. Ich könnte nämlich was zu essen vertragen. Sie schaute sich um und stellte fest, dass sie bereits Mänten erreicht hatten. Gerade fuhren sie an einer Reihe von Supermärkten entlang. Ich bin mir nicht sicher, antwortete sie. Ich bin erst einmal hier gewesen und damals sind unsere Eltern mit uns hergefahren. Aber irgendwas wird es ganz sicher geben. Ein Restaurant war keine so üble Idee. Sie verspürte selbst auch ein wenig Hunger. Außerdem kam ihr eine Toilette sehr gelegen. Sie betrachtete die Geschäfte und entdeckte einen kleinen Platz, den etliche Läden säumten. Versuchen wir's da, schlug sie vor. Gut, meinte Mortimer erleichtert. Dann können wir uns ein bisschen die Beine vertreten, einen Happen essen und einen Blick auf die Straßenkarte werfen, damit wir wissen, wo wir nach diesen Lattemars suchen müssen. Hast du die Adresse? Sam nickte. Ihr Boss hatte nicht daran gedacht, sie ihr durchzugeben, aber sie kannte sie auch so. Die ersten drei Monate ihres Praktikums hatte sie mit einem Fall zugebracht, der die Lattemars betraf, und sie hatte regelmäßig alle möglichen Papiere zu ihrem Cottage geschickt. Die Adresse hatte sie dabei so oft aufgeschrieben, dass sie sie längst auswendig kannte. Während wir essen, zeige ich dir die Straße auf dem Plan. Mortimer bog auf den Platz ein. Sie hatten die Wahl zwischen einer Pizzeria und einem kleinen Lokal, in dem es Fischen, Chips und andere einfache Gerichte gab. Die Entscheidung fiel auf das Lokal. An der Theke gaben sie ihre Bestellung auf, dann gingen sie zu den Toiletten. Als Sam zurückkam, saß Mortimer bereits an einem der Tische und war so in die Straßenkarte vertieft, dass er Sam gar nicht bemerkte. Während sie sich ihm näherte, nutzte sie die Gelegenheit und musterte ihn genauer, ob sie irgendwo an ihm einen Hinweis auf seine sexuellen Vorlieben erkennen konnte. Dummerweise stieß sie auf nichts, was ihr geholfen hätte, ihn als schwul oder unschwul einzuordnen. Er trug Jeans und T-Shirt, sein schmutzig-blondes Haar war kurz geschnitten und er war glatt rasiert. Das verrät ihr rein gar nichts. Aber auf einmal stutzte sie, als er auffiel, wie bleich sein Gesicht war. Mortimer sah auf, als sie sich ihm gegenüber an den Tisch setzte und hob fragend die Augenbrauen, als er ihre erschrockene Miene sah. Stimmt was nicht? Du bist so blass? Fühlst du dich nicht wohl? Ein Moment lang zögerte Mortimer. Dann antwortete er schulterzuckend. Alles in Ordnung. Ich muss nur was essen. Seine Entgegnung warf die Frage auf, ob er wohl Diabetiker war oder an einer Stoffwechselkrankheit litt. Doch bevor sie ihn darauf ansprechen konnte, wurde das Essen an ihren Tisch gebracht. Sie beschloss, die Frage erst einmal auf sich beruhen zu lassen. Schließlich konnte er schlecht antworten, wenn er den Mund voll hatte. Und das war der Fall, bis er auch den letzten Krümel auf seinem Teller vertilgt hatte. Er und Bricker hatten zweifellos einen gesunden Appetit, dachte Sam. Dann kam sie wieder ins Grübeln, da sie automatisch die beiden als Paar vor sich sah. Es schien ihr nicht möglich zu sein, an den einen zu denken, ohne dass sich auch der andere in ihren Kopf schlich. Eigentlich war sie längst davon überzeugt, dass die zwei ein Paar waren. Sag mal, bist du schwul? Sam hatte das gar nicht fragen wollen. Zumindest nicht in dieser Form. Doch die Worte waren ihr rausgerutscht, ehe sie es hatte verhindern können. Entsetzt kniff sie die Augen zu, als sie sah, wie fassungslos er sie ansah. Ob es daran lag, dass er gar nicht schwul war, oder dass sie diese Frage gestellt hatte, wusste sie nicht. Auf jeden Fall meinte sie kleinlaut, tut mir leid. Ganz ehrlich, es tut mir schrecklich leid. Es geht mich auch gar nichts an und ich habe kein Problem mit Homosexualität. Ich freue mich, wenn ich mit dir und Bricker befreundet sein kann. Ich … Der Rest ging in einem Keuchen unter. Da Mortimer abrupt aufstand, ihre Hand fasste und sie von ihrem Platz hochzog. Ehrlich, ich wollte dich nicht beleidigen, redete sie hastig weiter, während er sie hinter sich her aus dem Lokal zarrte. Ist schon okay, wenn es so ist. Ich würde es nur gern wissen, weil … Sie konnte sich gerade noch auf die Zunge beißen, bevor sie ihm sagte, dass sie ihn mochte. Stattdessen behauptete sie, es ist nur so, dass Joe sich für Bricker zu interessieren scheint und ich möchte nicht, dass sie verletzt wird, nur weil … Wieder blieb ihr Satz unvollendet, diesmal jedoch, weil sie über etwas auf dem Parkplatz stolperte und fast hingefallen wäre. Sofort wurde Mortimer langsamer und legte den Arm um ihre Taille, um sie auf den letzten Metern bis zum Wagen an sich zu drücken. Er öffnete die Beifahrertür und versuchte, sie in den SUV zu buxieren, doch sie legte schnell eine Hand auf die Tür und drehte sich zu ihm um. Sei mir bitte nicht böse, ich wollte es nur wissen. Diesmal wurde sie zum Schweigen gebracht, weil er seinen Mund auf ihren drückte. Sam erstarrte. So wie in ihrem Traum war das nicht bloß ein Schmatzer oder ein Küsschen, sondern ein richtiger Kuss. Ein leidenschaftlicher, fordernder Kuss. Mortimer legte eine Hand an ihren Hinterkopf, damit er sie festhalten konnte, während er ihr bewies, dass er ganz sicher nicht schwul war. Es sei denn, ihre eher knabenhafte Figur ließ ihn fantasieren, dass Sam für Samuel stand, nicht für Samantha, überlegte sie benommen, verbannte diesen Gedanken jedoch gleich wieder, als er seine freie Hand über ihr T-Shirt gleiten ließ und auf ihre Brust legte. Sam stöhnte auf und drückte sich enger an ihn, während er sie küßte. Es war genauso wie in ihrem Traum, und ihr Körper reagierte auch entsprechend. Ihre Nippel richteten sich steil auf und sie presste die Oberschenkel zusammen, als sie spürte, welche Hitze von dort aufstieg. Der Türrahmen des Geländewagens drückte sich in ihren Rücken, als Mortimer sie nach hinten drängte. Dann nahm er die Hand von ihrem Kopf und legte sie um eine Pobacke, damit er sich an ihr reiben konnte. Sam merkte, wie sie sich an seinen Schultern festklammerte, wobei sie sich zwingen musste, nicht die Beine um ihn zu schlingen. Sie hatte durch seine Aktion nicht völlig die Kontrolle über ihren Verstand verloren, und eine Stimme in ihrem Kopf erinnerte sie daran, dass er ihr nur beweisen wollte, dass er nicht schwul war. Sam löste sich von ihm und drehte den Kopf weg, damit er aufhörte, sie zu küssen. Okay, du bist nicht schwul, du musst nicht, keuchte sie atemlos. Ich will aber, knurrte er und drückte sich gegen sie, sodass sie spüren konnte, wie sehr er wollte. Gleichzeitig begann er ihren Hals zu küssen. Oh, hauchte sie, als sie seine Erektion bemerkte. Er wollte tatsächlich, das musste sie ihm lassen. Sie wollte auch, sehr sogar. Aber sie standen hier auf einem Parkplatz, es war noch hell, und jeder, der interessiert war, konnte sie beobachten. Dass es einige Interessierte gab, verrieten die johlenden Rufe und anfeuernden Pfiffe von verschiedenen Seiten. Nicht nur Sam hörte sie, denn plötzlich stieß Mortimer sie von sich weg und drehte sie in Richtung des Geländewagens. Steig ein. Gehorsam kletterte Sam in den Wagen, und beim Blick durch die Windschutzscheibe entdeckte sie drei grinsende junge Männer, die weiter anzügliche Bemerkungen machten, während sie zum Restaurant weitergingen. Ich habe den Straßenatlas drinnen vergessen. Ich bin gleich wieder da, sagte Mortimer, ließ die Tür ins Schloss fallen und kehrte zurück zum Lokal. Sie schaute ihm nach und wunderte sich, dass er nach diesem leidenschaftlichen Kuss so ruhig und gefasst wirkte, während sie völlig aufgewühlt war. Eine Weile saß sie nur da und genoss das wohlige Kribbeln, das sich in ihrem Körper ausgebreitet hatte. Schließlich aber wurde sie unruhig. Zuerst fürchtete sie, es könnte Ärger mit dem pöbelnden Trio gegeben haben. Dann sagte sie sich, dass er ein kluger und offenbar besonnener Mann war, der sich nicht so einfach in einen Streit verwickeln ließ. Doch kaum hatte sie sich in diesem Punkt beruhigt, erwachte eine neue Sorge in ihr. Wie sollte sie sich verhalten, wenn er zurückkam? Waren sie beide nach diesem Kuss nun ein Paar? Diese Frage ließ sie innerlich aufstünden. Dass sie nach gerade mal einem Kuss über so etwas auch nur nachdachte, bewies doch, wie berechtigt Alex Sorgen waren. Trotz ihrer Zeit mit Tom war sie eindeutig noch Jungfrau, was Affären anging. Heutzutage bedeutete ein Kuss nicht mehr, dass man auch gleich ein Paar war. Selbst Sex war längst kein Grund mehr, sich sofort an jemanden zu binden. Die Leute hatten dauernd One-Night-Stands, ohne dass irgendwer da mehr hineininterpretierte. Sie war für eine flüchtige Affäre tatsächlich noch nicht bereit. Was sollte sie nur machen? Und warum brauchte Mortimer so lange? Mortimer stellte mit Erleichterung fest, dass der Straßenatlas dort auf dem Tisch lag, wo er ihn zurückgelassen hatte. Er nahm ihn an sich, kehrte jedoch nicht sofort zum Wagen zurück. Die Straßenkarte war nicht der Hauptgrund, dass er noch mal ins Lokal gegangen war, aber er hatte sie gut als Vorwand nehmen können. Tatsache war, dass nur Sekunden gefehlt hätten, und er hätte seine Zähne in Sams Hals versenkt, um den Hunger zu stillen, der seinen Magen knurren ließ. Die Pfiffe und Rufe waren gerade rechtzeitig gekommen, um ihn daran zu erinnern, wo er sich befand und was er tat. Er hatte Sam nicht geküsst, um sie zu beißen, sondern um ihre Frage nach seinen sexuellen Neigungen zu beantworten. Im ersten Moment war er schockiert gewesen und auch ein wenig entrüstet, dass die Frau, nach der er sich verzehrte, ihn für schwul hielt. Dann war er von Sorge erfasst worden, als ihm klar wurde, dass sie dann nicht an ihm interessiert war, obwohl er genau das wollte und sich von ihr erhoffte. Irgendwie hatte das alles dazu beigetragen, dass ihm nichts Besseres einfiel als ein Macho-Auftritt, mit dem er ihr demonstrieren konnte, woran er interessiert war. Nämlich dieser Kuss. Es hatte nur eine schnelle Berührung sein sollen, um Klarheit zu schaffen. Doch kaum war er mit ihren Lippen in Kontakt gekommen, war mehr daraus geworden. Und als sie dann auch noch den Kuss erwiderte, waren all seine guten Absichten dahin gewesen. Die Frau war in natura das gleiche Pulverfass wie in ihrem gemeinsamen Traum. Ihre Reaktion war begierig und leidenschaftlich gewesen und dazu angetan, ihm den Verstand zu rauben. Mortimer hatte seine Hände auf Wanderschaft gehen lassen und vor seinem geistigen Auge hatte er schon gesehen, wie er ihr die Kleider vom Leib riss und sie gegen den Geländewagen gepresst liebte. Aber dann hatte sie den Kuss unterbrochen und den Kopf zur Seite gedreht. Als Mortimer daraufhin seine Lippen über ihren Hals hatte streichen lassen und dabei auf ihre pochende Schlagader gestoßen war, da hatte ihn für einen Augenblick ein ganz anderes Begehren übermannt. Das tiefe Verlangen nach Blut, das ihn momentan an den Rand der Verzweiflung trieb. Allen Anstrengungen zum Trotz war es Bricker und ihm an diesem Tag nicht gelungen, bei jeder Gelegenheit das Sonnenlicht zu vermeiden. Die Jeans anstelle der eigentlich viel bequemeren Shorts half ihm, den Anteil an Haut zu verringern, der der Sonne ausgesetzt war. Ein langärmeliges Hemd wäre eine gute Ergänzung gewesen, aber das hätte an einem so warmen Sommertag eigenartig ausgesehen. Dadurch waren Arme, Hände und sein Kopf der schädlichen Strahlung ausgesetzt gewesen. In dem SUV wurden die UV-Strahlen abgehalten. Doch bei jedem Zwischenstopp hatte er sich zumindest vorübergehend der erbarmungslos vom Himmel brennenden Sonne aussetzen müssen. Dieser Faktor, sowie der Alkohol am Abend zuvor und auch das verdorbene Blut aus dem Kühlschrank, hatten dafür gesorgt, dass er inzwischen dehydriert war und dringend Blut benötigte. Es war eine von diesen Notfallsituationen, in denen es ihrer Art erlaubt war, Sterbliche zu beißen und deren Blut zu trinken. Doch von Sam wollte er nicht trinken. Er konnte sie nicht kontrollieren, also war es ihm auch nicht möglich, ihre Erinnerung zu löschen. Außerdem war es viel zu früh, sich ihr zu erkennen zu geben und darauf zu hoffen, dass sie ihn akzeptierte und nicht schreiend in die Nacht davonrannte. Nein, Sam konnte er nicht beißen. Er brauchte einen anderen Spender. Sein Blick wanderte durch das Restaurant, musterte die Besucher und sortierte aus, wer nicht in Frage kam, bis er die drei lachenden jungen Männer entdeckte, die ihn und Sam auf dem Parkplatz gestört hatten. Er dachte gründlich nach, dann entschied er sich für den, der am gesündesten aussah und tauchte in seine Gedanken ein. Innerhalb von Sekunden stand er auf und ging zur Herrentoilette. Mortimer folgte ihm. Sam war zutiefst besorgt, wo Mortimer eigentlich blieb. Er ließ sich sehr viel Zeit damit, die Straßenkarte zu holen, und allmählich befürchtete sie, er könne sich doch mit den drei Störenfrieden angelegt haben. Gerade eben fasste sie nach dem Türgriff, um auszusteigen und nach dem Rechten zu sehen, da kam er aus dem Restaurant. Erleichtert ließ sie den Griff los und schaute zu, wie er zum Wagen kam. Ihm war nicht anzusehen, dass er in irgendeine Art von Auseinandersetzung geraten war. Und genau genommen sah er jetzt noch besser aus als zuvor. Sein Gesicht hatte deutlich mehr Farbe als vor einigen Minuten. Hier ist die Karte, sagte er, nachdem er eingestiegen war. Du darfst den Navigator spielen. Sie nahm den Straßenatlas an sich und begann darin zu blättern, froh darüber, dass sie eine Aufgabe hatte und nicht nur an den Kuss denken musste. Sie vertiefte sich in die Karte und konzentrierte sich darauf, das Cottage der Lettimers zu finden. Sieht so aus, als müssten wir ein glückweit zurückfahren, meinte sie, als er den Motor anließ und sie spürte, dass sein Blick auf ihr ruhte. Erst als er aus der Parklücke rangierte, wagte sie es, ihn aus dem Augenwinkel anzusehen. Als er plötzlich zu ihr sah, drehte sie sich hastig zur Seite. Alles in Ordnung? fragte Mortimer ruhig, während er sich in den fließenden Verkehr einfädelte. Sie wandte sich zu ihm um und erkannte, dass sein Blick für einen Moment auf ihrem Mund ruhte. Vermutlich bezog er sich auf den Kuss, aber sie hatte keine Ahnung, was sie antworten sollte. Ich … ja, natürlich, murmelte sie schließlich und wurde vor Verlegenheit rot. Und bei dir? Oh ja, alles bestens, erwiderte er und hörte sich sehr zufrieden an. Sein Tonfall und sein freudiges Lächeln bewirkten, dass sie selbst auch zaghaft zu lächeln begann. Doch plötzlich griff er nach ihrer Hand und sie erstarrte förmlich. Sie zog sie nicht zurück, sondern betrachtete die ineinander verschränkten Finger, während die Verwirrung nur noch größer wurde. Waren sie jetzt etwa doch ein Paar? Großer Gott, das war alles so unglaublich verwirrend. Sie hatte sich zuletzt als Teenager mit den Unwägbarkeiten und den Regeln bei Beziehungen befassen müssen. Und sie wusste ja nicht mal, ob solche Regeln überhaupt noch Gültigkeit besaßen. Wie lange folgen wir dieser Straße? Sam riss sich zusammen und sah sich um. Sie hatten gerade eben die Supermärkte passiert und ließen nun die Stadt hinter sich zurück. Nach einem Blick auf die Karte antwortete sie, ich glaube, in ein paar Minuten musst du rechts abbiegen. Sie hob den Kopf, um das nächste Straßenschild zu lesen. Als das in Sichtweite kam, riss sie die Augen auf. Hier, hier müssen wir nach rechts fahren, dann der Straße bis zum Ende folgen und da links abbiegen. Er querte sie und fühlte sich wieder etwas entspannter, da er nicht länger ihre Hand festhielt. Allerdings hatte sie auch das Gefühl, sich erst wieder so richtig entspannen zu können, wenn sie zurück in ihrem Cottage war. Dort, wo Mortimer nicht war. Sie wünschte, sie wäre jetzt schon wieder dort, weil sie in Ruhe darüber nachdenken musste, was sie eigentlich wollte. Aber wenn sie in ihrem Leben eines gelernt hatte, dann, dass man nicht immer bekam, was man haben wollte. Ein paar Minuten vergingen, bis sie schließlich in die lange Auffahrt zum Cottage der Lettimers einbogen. Es handelte sich um eine gepflasterte Zufahrt, während zu den meisten anderen Häusern nur ein Feldweg führte. Dass Mortimer einen leisen Pfiff ausstieß, als sie auch die letzte Baumreihe hinter sich ließen, verwunderte Sam nicht. Nett, untertrieb er. Sam konnte nur aus dem Fenster starren. Das war kein Cottage, sondern ein ausgewachsenes Herrenhaus. Aber von den Lettimers war auch nichts anderes zu erwarten gewesen. Sie waren reich und leisteten sich etwas mit ihrem Reichtum. Warum auch nicht? Wenn sie erst mal tot waren, konnten sie mit ihrem riesigen Vermögen schließlich nichts mehr anfangen. Ist das da der Wagen der Tochter? Sie entdeckte ebenfalls den kleinen Sportwagen, der neben dem Haus stand. Ja, antwortete sie erleichtert und streckte die Hand nach dem Türgriff aus. Die Sache würde schnell erledigt sein. Sie musste Kathy nur sagen, dass sie ihre Eltern anrufen sollte, und dann konnten sie auch schon wieder losfahren. Eine Kleinigkeit, dachte sie und öffnete die Tür. Wenn du willst, kannst du im Wagen warten. Es dauert nur ein paar Minuten. Mortimers Antwort bestand darin, dass er ausstieg und um den Wagen herumging, um sich dann gemeinsam mit ihr der Haustür zu nähern, die genau genommen die Hintertür war, da in dieser Gegend die dem See zugewandte Seite als Hausfront galt. Sie verwarf diesen kurzen Gedanken, als sie die zweiflügelige Tür erreichte. Gerade wollte sie den Türknauf umfassen, da versteifte sie sich abrupt, da die Berührung mit den Fingerspitzen allein genügte, um die Tür aufschwingen zu lassen. Sie war also nicht mal ins Schloss gefallen. Ehe sie sich damit befassen und darüber nachdenken konnte, was das bedeuten mochte, umfasste Mortimer ihre Taille, damit er sie zur Seite ziehen konnte, um sich an ihrer Stelle der Tür zu nähern. Warte hier, zischte er ihr zu, trat leise durch den Türspalt und verschwand aus ihrem Blickfeld. Ungläubig starrte sie ihm nach. Tom hätte sowas niemals gemacht, sondern sie seelenruhig vorgehen lassen. Es war irgendwie nett, dass Mortimer so um ihre Sicherheit besorgt war. Und es war frustrierend, entschied sie im nächsten Moment. Sie wollte wissen, was da drinnen los war, aber von ihrer Position auf der Stufe konnte sie nichts von dem sehen, was sich im Haus abspielte. Unruhig trat sie auf der Stelle. Nein, sie konnte einfach nicht das brave Mädchen spielen und geduldig vor der Tür warten, während sich der große, starke Mann drinnen umsah. Außerdem hatte sie den Auftrag, nach dem Rechten zu sehen. Sie sollte herausfinden, warum Kathy Lettimer sich nicht meldete. Also folgte sie Mortimer durch die geöffnete Tür nach drinnen. Sam hörte leise Musik. Irgendwo musste ein Radio laufen, überlegte sie, als sie sich das luxuriöse Innenleben genauer ansah. Allein schon das in weiß gehaltene Foyer mit den beiden mächtigen, geschwungenen Treppen war komplett mit Marmor verkleidet. Mein Gott, die Lettimers hatten überhaupt keine Ahnung, was es bedeutete, in einem Cottage zu leben, dachte Sam, die Verstaunen den Mund nicht mehr zubekamen. Vom Foyer gelangte sie in einen weitläufigen Raum, dessen zum See weisende Wand von der Decke bis zum Boden aus Glas bestand. Die Aussicht war einfach atemberaubend und ließ Sam einen Moment lang innehalten, bis ihr wieder einfiel, weshalb sie hergekommen war. Sie wandte ihren Blick von der Fensterfront ab und sah sich im Wohnzimmer um. Ihr fiel die aufgeschlagene Fernsehzeitung auf dem Tisch auf, die Jacke, die über die Rückenlehne der Couch geworfen worden war, das große Badetuch, das über einem Barhocker an der Frühstückstheke lag, die den Wohnbereich von der großzügigen Küche abteilte. Instinktiv ging sie zum Hocker und strich mit der Hand über das Badetuch, an dem winzige Steinchen und Sandkörner klebten. Es war benutzt worden, entweder zum Sonnenbaden oder zum Abtrocknen, aber mittlerweile war es wieder getrocknet. Sie nahm die Hand weg und ging um die Theke herum, damit sie in die Küche sehen konnte. Auf dem Tresen stand ein Glas Cola, die Flüssigkeit im oberen Teil war etwas klarer als der Rest, das mussten die Eiswürfel sein, die seit dem Einschenken geschmolzen waren. Sie selbst ließ ihre Getränke oft stehen, bis vom Eis nichts mehr übrig war, daher kannte sie sich damit aus. Auf einem Teller lag ein Sandwich, das niemand angerührt hatte. Käse ragte über den Rand hinaus, und als Sam genauer hinschaute, konnte sie sehen, dass die Scheibe Käse ausgetrocknet und an den Rändern schon ein wenig hart geworden war. Alles sah danach aus, dass Kathy vom Strand ins Haus gekommen war, sich eine Cola eingeschenkt und ein Käsesandwich gemacht hatte, und dann von irgendetwas oder irgendjemandem dabei gestört worden war. Zögerlich ging Sam weiter und stieß mit dem Finger die Käsescheibe an, die sich bereits sehr hart anfühlte. »Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst draußen warten?« Fast wäre sie vor Schreck in die Luft gesprungen, als die Stille durch diese energische Frage jähl beendet wurde. Sie drehte sich um und warf Mortimer einen mürrischen Blick zu. »Ich habe den Auftrag, nach ihr zu sehen. Nicht du,« erklärte sie, und zwang sich, etwas weniger finster dreinzublicken. »Ist sie da?« Als er den Kopf schüttelte, überkam sie eine Mischung aus Besorgnis und Erleichterung. Letzteres, weil im Haus völlige Stille herrschte und der vergessene Snack nichts Gutes für den Zustand bedeutet hätte, indem sie Kathy womöglich vorgefunden hätten. Ihre Besorgnis galt der Tatsache, dass Kathy Latimer offenbar nicht auffindbar war und die nicht mal zugezogene Hintertür kein gutes Zeichen für die Umstände ihres Verschwindens darstellte. Seufzend verließ sie die Küche und durchquerte den Wohnbereich, um in den Flur zu gelangen, der zu den übrigen Zimmern im Erdgeschoss führte. »Ich habe in jedem Raum nachgesehen,« versicherte Mortimer ihr und folgte ihr auf ihrem Rundgang, auf dem sie einen Blick in eine Bibliothek, einen Medienraum, ein Esszimmer warf. »Es ist niemand hier.« »Ich weiß. Ich suche auch nach niemandem,« erwiderte Sam und machte kehrt, um zur Treppe in den ersten Stock zu gelangen. »Suchst du was Bestimmtes?«, fragte Mortimer und lief hinter ihr die Stufen hoch. »Ihr…« Sam hielt inne, als sie die erste Tür aufriss und ein Zimmer sah, in dem allem Anschein nach ein Wirbelsturm gewütet hatte. »Schlafzimmer,« keuchte sie erschrocken. Mortimer folgte ihr in den Raum und ließ seinen Blick über das Chaos schweifen. Dann sagte er, »Ich nehme an, hier ist sie überfallen worden.« Damit war für Sam klar, dass er sich tatsächlich im ganzen Haus umgesehen hatte. »Überfallen?«, gab sie erstaunt zurück. »Naja, sie ist verschwunden und…« Er zeigte mit einer ausholenden Geste auf das Tohuwabohu, als sei das Erklärung genug. Sam schüttelte den Kopf. »Das hier hat nichts mit einem Überfall zu tun. Kathy ist Anfang zwanzig und noch immer so faul und bequem wie ein Teenager.« Als er fragend eine Augenbraue hob, gestand sie, »Mein Zimmer hat früher auch so ausgesehen.«, »Tatsächlich?«, fragte er und sah sich skeptisch an. »Hm«, meinte sie und nickte. »Ich hatte auch die Angewohnheit, einfach alle Kleidung auf den Boden zu werfen. Und dann, mitten in den Abschlussprüfungen, wurde mir bewusst, wie praktisch es doch ist, einen Wäschekorb zu benutzen, anstatt ständig über irgendwelche getragenen Sachen zu stolpern, wenn ich spätabends hundemüde aus der Bibliothek zurückkam.« »Aha«, meinte er und lächelte flüchtig, schwieg aber, während sie zu ihm zurückkehrte. »Das werden wir wohl melden müssen.« Mortimer nickte zustimmend und stieß sich vom Türrahmen ab, um sie vorbeigehen zu lassen. »Auf dem Weg in die Stadt habe ich eine Polizeiwache gesehen.« »Eine Polizeiwache?«, wiederholte sie und drehte sich verwundert zu ihm um. »Ja«, er musterte sie. Schließlich fragte er, »Wolltest du ihr Verschwinden nicht bei der Polizei melden?« »Nein, ich dachte da eher an meinen Chef«, gab sie zu und biss sich auf die Lippe. Eigentlich hatte sie nach unten gehen und vom Telefon im Wohnzimmer aus anrufen wollen, aber nachdem Mortimer nun die Polizei erwähnt hatte, musste sie zugeben, dass sein Gedanke gar nicht so verkehrt war. Vielleicht wusste man dort, was mit Kathy geschehen war. Möglicherweise war sie in einen Verkehrsunfall verwickelt worden und… Nein, das konnte nicht sein, weil ihr Wagen ja noch neben dem Haus stand. Vielleicht hatte es einen Unfall im Haus gegeben und man hatte sie ins Krankenhaus gebracht. Es konnte durchaus sein, dass die Sanitäter in ihrer Eile vergessen hatten, die Haustür zuzuziehen. Okay, sehr wahrscheinlich war sowas ihrer Meinung nach nicht. Trotzdem war es besser, sich bei der Polizei zu erkundigen, ob die etwas wusste, bevor sie ihren Chef anrief und völlig grundlos Panik auslöste. Außerdem würde er sie dann ohnehin ganz sicher auffordern, sich mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. Nachdem sie unbewusst die Luft angehalten hatte, atmete sie einmal tief durch und erklärte, »Du hast recht. Wir sollten besser zur Polizei gehen.« Mortimer folgte ihr nach unten ins Erdgeschoss. Auf dem Weg zur Tür fiel ihr auf dem Tisch eine Handtasche auf. Sam blieb stehen, rührte sie aber nicht an. Sie hatte genügend Krimis gesehen, um zu wissen, dass man an einem Tatort nichts anfassen durfte. Und das hier war möglicherweise ein solcher Tatort. Dummerweise war die Tasche geschlossen, sodass sie nicht hineinsehen konnte. Ihr Blick fiel auf einen Schlüsselbund gleich daneben, den sie nach kurzem Zögern an sich nahm. Sie konnte einfach nicht das Haus verlassen, ohne hinter sich abzuschließen. Die Kriminalitätsrate war in dieser Region zwar sehr niedrig, dennoch kam es auch hier zu Straftaten. Und eine Haustür unverschlossen zu lassen, das war eine regelrechte Einladung an jeden Einbrecher. Der dritte Schlüssel passte in das Schloss der Hintertür. Mit einem erleichterten Säufzen ließ sie den Bund in ihrer Tasche verschwinden. Dann lächelte sie Mortimer flüchtig an, während sie gemeinsam zu dem Geländewagen gingen. Schon in dem Moment, als der große, grauhaarige Sergeant Belmont durch eine Tür im hinteren Bereich des Warteraums kam und gemächlich zu ihnen schlenderte, konnte Mortimer den Mann nicht leiden. Er wurde ihm noch unsympathischer, nachdem er gut fünf Minuten lang zugesehen hatte, wie Belmont Sam behandelte. Als sei sie eine hysterische Frau, die völlig grundlos in Panik geraten war. Ich bin sicher, ihrer Bekannten ist nichts zugestoßen, entgegnete der Mann von der Ontario Province Police zum dritten Mal und unterbrach Sams Bemühungen, ihm ebenfalls zum dritten Mal die Situation zu schildern. Wir werden eine Anzeige aufnehmen, aber mehr zu unternehmen wäre sinnlos. In ein paar Tagen ist sie bestimmt wieder da und erzählt ihnen von dem tollen Typen, den sie kennengelernt hat. Hören Sie mir eigentlich überhaupt zu? fragte Sam ihn ungläubig. Die Haustür steht offen, die Handtasche liegt auf dem Tisch und in der Küche liegt ein vertrocknetes Sandwich. Dann hat sie sich eben überlegt, das Sandwich doch nicht zu essen und hat stattdessen eine Freundin besucht. Unterbrach der Mann sie herablassend. Das ist noch lange kein Grund, gleich eine Großfahndung rauszugeben. Ihre Eltern versuchen seit Tagen, sie zu erreichen, rannte Sam ungehalten ein. Möglicherweise ist sie ja weggelaufen, hielt er dagegen. Das kommt schon mal vor. Die Mädchen hier aus der Gegend sehen die Leute aus der Stadt, die Jahr für Jahr ihren Urlaub in einem der Cottages verbringen. Und auf einmal kommt ihnen ihre kleine Heimatstadt schäbig und langweilig vor. Und sie wollen in die große Stadt, um Sängerin, Schauspielerin, Model oder sonst was zu werden, damit sie so ein tolles Leben führen können wie die Leute mit den Cottages. Wahrscheinlich hat ihre Bekannte das auch gemacht und versucht gerade in der nächsten Großstadt Karriere zu machen. Mortimer wollte gerade die Kontrolle über den Mann übernehmen, um ihn zu überzeugen, dass mehr zu tun war, als bloß eine Anzeige aufzunehmen. Doch da bemerkte er, wie Sam die Augen zusammenkniff. Sie war sauer, und vermutlich würde Sergeant Belmond jeden Moment sein blaues Wunder erleben. »Sie sind neu hier, Belmond?«, fragte sie energisch. Der Sergeant musterte sie argwöhnisch, so als fürchtete er, sie könnte ihm eine Fangfrage stellen. Schließlich antwortete er verhalten, »ich bin letzten Monat hierher versetzt worden.« »Aha«, meinte sie grimmig. »Das erklärt eine Menge.« »Was erklärt das?«, wunderte Belmond sich. »Zum Beispiel, dass Sie überhaupt keine Ahnung haben, von was ich rede«, fuhr sie ihn an. »Lassen Sie mich Ihnen auf die Sprünge helfen. Kathy Letimer ist die Tochter eines sehr vermögenden Geschäftsmannes, der von meiner Anwaltskanzlei vertreten wird. Sie ist kein Mädchen vom Land, das die Flucht in die Großstadt angetreten hat, und sie ist auch kein Teenager, sondern 20 Jahre alt. Sie fährt einen Sportwagen, sie wohnt in den Häusern, die ihren Eltern gehören, und sie hat mehr Geld, als sie ausgeben kann. Sie lebt in der Großstadt, und sie ist hergekommen, um ein wenig abzuschalten, und jetzt ist sie wie vom Erdboden verschluckt.« Eine Weile herrschte Schweigen, während Belmond dasaß, ein paar Mal zwinkerte und erst noch verarbeiten musste, dass Sam sich innerhalb von Sekunden von der zurückhaltenden Bittstellerin zur knallharten Anwältin verwandelt hatte. Aber sie war noch nicht fertig mit ihm. Ihre Eltern haben hier wichtige Freunde, zu denen auch der Polizeichef der Ontario Provincial Police gehört. Sie werden sich ganz sicher nicht wünschen, dass ich Martin Letimer wissen lasse, dass sie lediglich eine Anzeige aufnehmen und nichts weiter unternehmen wollen. Ich garantiere ihn, er wird als erstes den Polizeichef anrufen, und wenn das passiert, möchte ich nicht in ihrer Haut stecken. Sie ließ eine kurze Pause folgen, um ihre Worte wirken zu lassen. Erst dann fügte sie hinzu, »Ich kann Ihnen nur raten, alles Menschenmögliche zu unternehmen, um Kathy Letimer zu finden.« Mortimer wunderte sich nicht über Belmans missmutigen Gesichtsausdruck. Umso mehr erstaunte ihn dafür, wie schnell sich der Sergeant bewegen konnte, wenn er nur wollte. Nach der Art zu urteilen, wie er sich auf den Tresen aufgestützt hatte, war er eigentlich nicht der aktive Typ. Doch mit einem Mal zog er energisch den Gürtel mit dem Pistolenhalfter höher und gab seinen Kollegen, die gerade den Raum betraten, lautstark Anweisungen. »Notieren Sie alle Informationen, die die Lady Ihnen gegen kann, Constable Mack«, warnte sich der Sergeant an den Mann, der als erster eintrat. »Ich fahre zum Haus der Lettimers, um mir ein Bild von der Situation zu verschaffen.« »Sergeant Belmont«, sagte Sam mit honigsüßer Stimme, nachdem sie nun ihren Willen durchgesetzt hatte. Als der Mann stehen blieb und sie abwartend anschaute, hielt sie den Schlüsselbund hoch, den sie aus dem Haus mitgenommen hatte. »Die werden Sie brauchen, um ins Haus zu kommen. Der Schlüsselbund lag auf dem Tisch gleich neben der Tür. Ich habe ihn mitgenommen, damit wir hinter uns abschließen konnten.« Mit verkniffener Miene machte der Polizist kehrt, nahm die Schlüssel an sich und verschwand. Als ich sie beide in ihrem Geländewagen vorfahren sah, wusste ich, dass der Sergeant seinen Meister gefunden hat. Allerdings dachte ich, sie würden derjenige sein, der ihn zusammenstaucht. Mortimer drehte sich um und stellte fest, dass Constable Mack mit ihnen sprach. Mit einem flüchtigen Lächeln reagierte er auf das breite Grinsen des jungen Polizisten. »Letztlich hat sie meine Hilfe doch nicht benötigt,« meinte er schulterzuckend. »Das kann man wohl sagen,« stimmte der junge Mann ihm lachend zu. »Die Lady kann sehr gut selbst auf sich aufpassen. Ich möchte wetten, vor Gericht ist sie eiskalt.« Diese Bemerkung war der Beweis, dass Balmonds Kollegen wie vermutet den Wortwechsel belauscht hatten. Ihm entging auch nicht der bewundernde Ausdruck in Max' Augen, als der Sam musterte. Vermutlich stellte sich der Mann gar nicht vor, wie sie vor Gericht auftrat. Und genau diese Möglichkeit missfiel Mortimer zutiefst. Er drang in die Gedanken des Mannes ein und versteifte sich sofort, als er auf lüsterne Bilder stieß. Während er selbst eine Weile gebraucht hatte, um zu erkennen, wie attraktiv Sam in Wahrheit war, mochte der Polizist anscheinend von Haus aus Frauen von ihrer Statur, die zudem den Ton angaben. Mac stellte sich vor, wie er in Handschellen hilflos vor ihr stand und sie ein Outfit aus bis zu den Schenkeln reichenden Stiefeln und einer Lederkappe trug, eine Reitgärte in der Hand. Zum Glück löste sich das Bild gleich wieder in Luft auf, bevor Mortimer aktiv werden musste. Mit einem leisen Seufzer wandte sich Mac von seinem Gedankenspiel ab und sagte zu Mortimer, »Sarjan Bellmond bedeutet für uns einen Schritt zurück. Er ist einer vom alten Schlag. Niemand hier mag seine Methoden und seine Einstellung, aber er ist der Sergeant.« »Hm«, brummte Mortimer, der sich noch immer über die allzu rege Fantasie des Mannes ärgerte. »Himmel, jetzt wurde er selbst dieses Bild nicht mehr los.« Allerdings legte er die Reitgärte beiseite, zog Sam in seine Arme und … »Jemand wie dieser Latimer, von dem sie gesprochen haben, könnte daran etwas ändern«, fügte der Mann hoffnungsvoll hinzu. Mortimer räusperte sich und verdrängte das Bild aus seinem Kopf. Zweifellos stimmte er dem Polizisten zu. Dann drehte er sich wieder zu der vollständig bekleideten Sam um. Ihr Telefon klingelte, sie holte es aus der Tasche. Sam sah auf das Display. Als sie die Nummer ihres Chefs erkannte, runzelte sie die Stirn und schaute auf ihre Armbanduhr. Sie hatte ihm gegenüber von drei Stunden gesprochen, ehe sie ihn anrufen wollte. Inzwischen waren mehr als drei Stunden vergangen, und er wollte offenbar einen Zwischenbericht bekommen. Sie atmete tief durch, klappte das Telefon auf und ging zur Eingangstür. »Hallo?« meldete sie sich. »Samantha, Sie wollten mich doch anrufen!« Der Tonfall hatte etwas eindeutig Vorwurfsvolles an sich. »Nette Begrüßung«, dachte sie mürrisch, und antwortete dann freundlich, »Ja, ich weiß, aber ich dachte, es ist Ihnen lieber, wenn ich erst anrufe, sobald ich auch etwas zu berichten habe.« »Etwas zu berichten? Sind Sie denn noch nicht nach Minton unterwegs?«, fragte Clarence Babcock unüberhörbar gereizt. »Doch, ich bin gerade in Minton. Kathy ist nicht im Cottage. Ihr Wagen steht am Haus. Die Lichter brennen. Die Tür steht offen, aber von ihr ist nichts zu entdecken.« Seine einzige Antwort darauf war ein Seufzer. Das waren nicht die Nachrichten, auf die er gehofft hatte. »Ich bin im Moment bei der OPP und melde sie als vermisst.« »OPP?« »Die Ontario Province Police«, erklärte Sam. »Oh, verstehe, ja, das ist gut«, murmelte er und klang plötzlich alt und erschöpft. Es war das erste Mal, dass sie den vitalen Mann so niedergeschlagen erlebte, aber schließlich war Kathy auch sein Patenkind. »Lässt sich irgendwas dazu sagen, wie lange sie, wie lange sie schon nicht mehr da ist?«, erkundigte er sich. Sam sah zu Mortimer, der sich mit dem Constable unterhielt, und dachte über die Frage nach. Vor der Tür hatten sich keine Zeitungen gestapelt. Es war kein Kalender vorhanden gewesen, auf dem die Tage abgestrichen worden waren, und von dem vertrockneten Käsebrot abgesehen, gab es keinen Hinweis darauf, wie lange schon niemand mehr im Haus war. »Nein, leider nicht«, erwiderte sie schließlich. Dann fragte sie, »wann haben ihre Eltern denn das letzte Mal mit ihr gesprochen?« Clarence Babcock atmete tief durch. »Das weiß ich nicht. Ich werde sie anrufen und nachfragen.« Es folgte ein Laut, als habe er mit der Zunge geschnalzt. »Mit so etwas hatte ich nicht gerechnet, als ich sie gebeten hatte, hinzufahren und nachzusehen. Ich war davon ausgegangen, dass sie das Mädchen dort antreffen und alles in Ordnung ist.« »Ja, ich weiß«, murmelte Sam. Niemand hatte mit einer Tragödie gerechnet. Das Schicksal schlug zu, wann immer es wollte. Dann stutzte Sam, da sie tatsächlich im Begriff war, Kathy Latimer schon abzuschreiben, anstatt zu versuchen, positiv zu denken und das Beste zu hoffen. Kathy konnte sehr wohl bei bester Gesundheit sein. Möglich war das, aber doch eher unwahrscheinlich. »Verdammt«, dachte Sam und entgegnete, »was soll ich jetzt machen, Sir?« »Mir ist klar, dass Sie Urlaub haben, Samantha, aber« Sam schloss die Augen, da sie ahnte, was nun kommen würde. »Könnten Sie dort bleiben und das Geschehen im Auge behalten? Mir ist klar, dass man das Haus als Tatort ansehen wird. Deshalb können Sie da nicht übernachten, aber auf dem Anwesen gibt es verschiedene Gäste-Cottages. Da könnten Sie sich einquartieren.« Genau das, was sie befürchtet hatte. Und unter diesen Umständen konnte sie das nicht ablehnen. Alex und Joe würden stinksauer auf sie sein. »Ich rufe sofort Martin und seine Frau an«, fuhr Babcock fort. »Sicher werden Sie umgehend die Heimreise antreten und sich an der Suche beteiligen. Ich komme auch, sobald ich kann. Dennoch wäre ich Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie bleiben könnten, um in der Zwischenzeit darauf zu achten, dass die Polizei auch tatsächlich alles in ihrer Macht Stehende versucht.« Wie sollte Sam diese Bitte ablehnen? Es hatte nichts damit zu tun, dass Babcock ihr Boss war, sondern einzig damit, dass eine junge Frau spurlos verschwunden und ihre Familie in größter Sorge um sie war. »Ja, selbstverständlich«, antwortete sie leise und war froh über ihre Entscheidung, als sie aus seiner Stimme große Erleichterung heraushörte. »Ich danke Ihnen, Samantha. Das werde ich nicht vergessen«, versicherte er ihr. »Dann muss ich jetzt wohl Martin und Trisha anrufen. Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich weiß, wann Sie zurück sein werden und wann ich zu Ihnen raufkommen kann, falls sich in der Zwischenzeit irgendetwas ergibt.« »Ich werde Sie auf dem Laufenden halten«, versprach Sam ihm. »Sehr gut, vielen Dank«, sagte er mit rauer Stimme und legte auf. Sam klappte ihr Telefon zu und verzog den Mund, als sie zu Mortimer schaute. Sie saß jetzt dort fest, aber er konnte sofort zurück zu seinem Cottage fahren, wenn er das wollte. Sicher würde einer der Polizisten sie zum Haus bringen können, wenn sie auf der Wache alles erledigt hatte. Trotzdem war es ihr unangenehm, dass er so spät am Tag noch ganz allein den weiten Weg bis nach Magnatevon fahren musste, nachdem er so freundlich gewesen war, sie herzubringen. Dazu gesellte sich leichte Enttäuschung, weil es wieder einmal die Arbeit war, oder zumindest etwas, das eng mit ihrer Arbeit zusammenhing, die er einen Strich durch ihr Privatleben machte. Zumindest versuchte Sam, sich das einzureden, obwohl sie in Wahrheit ganz genau wusste, dass sie heilfroh war, nicht länger darüber nachdenken zu müssen, ob sie nun bereit war für eine Affäre oder nicht. Und sie musste auch nicht fürchten, dass ihr das Herz gebrochen wurde. Das Problem war durch Kathy Lettimers rätselhaftes Verschwinden auf sehr bequeme Weise gelöst worden. Kopfschüttelnd steckte Sam ihr Telefon in die Handtasche und ging zurück zu Mortimer.